... Hallo. Passt, oder? Ja, sieht fast so aus. Guten Morgen. Ah, erster Kaffee heute. So, dann gucken wir mal, was... Ich denke, ich habe das schon mal so gespielt. Dark Souls in Vanille-Version. Vanille? Cclef, guten Morgen, hallo. Dark Souls in der Vanille-Version, das habe ich wohl schon mal gespielt, als es nämlich neu war. Aber ich habe mich inzwischen so sehr an die gepatchte Version gewöhnt, dass ich an viele Sachen... Ändere ich mich nicht mehr so recht, ne? An einigen Stellen sind ja die Änderungen wohl ziemlich... ...ziemlich, ähm... ...nach sag ich mal, subtil. Und an anderen ziemlich gravierend, ne? Wir werden sehen. Wir legen einfach mal los. Ha! Los, starten. War ein Vorschlag von... ...Medias, glaube ich. Ja, von Medias. Naja, von mir aus Festplatte. Jetzt auf der Xbox, wie man sieht. Oh, blend. Und... Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Extra kein... Kein, äh, online. Ne? Spielladen. Ich hab noch ein Spiel. Und Testdingen von vorhin, ob's auch startet. Ja. Wächter mit. So. Ich würd mal sagen, wir legen einfach mal los. Und gucken mal, wie's läuft. Machen wir mal ein bisschen... ...ein bisschen heller so. ...ein bisschen im Sinne von maximal. Wandmeilung aus. Ist gut. Okay. Wir nennen... ...die Dame... ...oder den Herrn... ...ganz kreativ. Vanilla. Hallo, Kai. Guten Morgen. Vanilla mit 2N ist eigentlich... ...quatsch, ne? 2N und 1L. Was mach ich hier denn für ein Quatsch? 1N lehnt do you? So. Ist die Lautstärke okay? Ich hab's jetzt leider vorhin... ...vergessen zu checken. Wir nehmen weiblich. Klasse. Jetzt wird's nämlich schon spannend. Und was nehmen wir denn? Magie oder Nicht-Magie? Oder Pyro oder Nicht-Pyro? Ich weiß noch nicht so recht. Vagabund? Das ist quasi so ein Durchschnitt in allem. Vagabund, ne? Hallo, Guldai. Guten Morgen. Das ist meine Xbox 360, die ich schon Ewigkeiten habe. Ja, schon länger, als ich mich da über Microsoft geärgert habe. Dieb, Vagabund. Ah, Vagabund. Pyromant. Könnte man natürlich auch machen. Oder den absoluten Durchschnitts-Hyopai. Gettler. Oder Zauberer. Magie machen vielleicht. Den machen wir Zauberer. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und wir nehmen auch den General-Key. Irgendwie so. Schwarz ist okay. So. Also, erstmal nochmal guten Morgen an Kai, C-Clef, Guldai und danke für die Auto-Hosts von Pre-Alpha, Infi, Rizoso, Mochilo und Medias. Guten Morgen. Sagt Durchen. Hi. Was ist denn das so, Vanilla? Du spielst ja nie mit Mods. Nee, es ist kein Mod. Es ist quasi das Gegenteil von Mods. Es ist die Version, so wie sie rauskamen. Auf Datenträger hier. Ne? Hier. Dark Souls. Und zwar ohne Updates. Also ohne Patches. Ne? Also mit Patches. Aber nicht mit Patches. Verstehst du? Hallo, Lorek. Ne? Es ist die Version, so wie sie ursprünglich mal war, bevor Dinge verändert wurden. So. Also, schauen wir mal. Wir machen es mal so. In the age of ancients The world was unformed Shrouded by fog A land of grey crags Archtrees And everlasting dragons But then there was fire And with fire Came disparity Heat And cold Life And death And of course Light Light And dark Light And dark Then from the dark They came And found the souls of lords Within the flame Nito The first of the dead The witch of Izalith And her daughters of chaos Gwyn The lord of sunlight And his faithful nights And his faithful nights And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's mighty bots Peeled apart their stone skins The witches Weaned to great fire stories Nito unleashed a pussy Of death and disease And Seath, the Scalus, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon, the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen, carriers of the accursed dark side. The Age of Fire The Age of Fire The Age of Fire Indeed, the dark side brands the undead. And in this land, The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away, to await the end of the world. This... is your fate. This... is your fate. This... is okay. This... is your fate. This... isn't it? You're a powerful subject. This... is a... This... is not a liar. You are not a liar. You're not a liar. You're not... This... You're not a liar. This... is... A liar. So, ich wollte einfach mal wieder diese Sequenz sehen. Das habe ich schon richtig lange nicht mehr. Also, ich würde mal wetten, dass es Jahre her ist, dass ich mir diese Sequenz angeguckt habe. Also, ich werde es so machen. Ich werde in dem Spiel die Videosequenzen durchlaufen lassen. Aber die Dialoge werde ich nicht unbedingt, also diese langen Texte, die sie sagen, werde ich nicht alle abwarten. Die werde ich durchtickern. Und dann ist es jetzt so, dass ich mit dem Charakter mir keinerlei Einschränkungen selbst auf erlege. Also, ich werde Magie, Nahkampfbogen, alles, was mir so in den Sinn kommt, nutzen. Und mal sehen, wie sich es ergibt in dem Spiel jetzt. Zauberei einstimmen, ich habe ja nur eine. Ne, man sieht hier eigentlich den noch nicht. Na egal. Die Random Item Mod ist auch ganz witzig. Habe ich erst kürzlich bei Lobos gesehen. Ich auch. Ich habe auch überlegt, ob ich das mal machen sollte. Allerdings nicht mit dem Zusatz Use What You See, sondern einfach nur mit der, mit der, mit dem Random Drops. Das kann ja echt nochmal richtig frischen Wind bringen, ne? Mit den, mit den Random Items. Da habe ich echt, also ich gucke mir jetzt die, die VODs an, weil ich nicht alles am Stück gesehen habe. Ich finde das echt geil. Das finde ich wirklich toll, weil dann hat man echt mal Veranlassung, überall nochmal hinzugehen. So in alle Gegenden, alle Ecken der Welt, ne? Unter anderem auch runter nach Ash Lake und alles, ne? Vielleicht mache ich das auch mal. Wie gesagt, ohne, äh, ohne Use What You See, ne? Weil, das wäre mir dann doch zu hart. Na, also diese Dinger werde ich hier... So. Bis jetzt ist noch nicht viel anders. Und ich kriege meine Hauptwaffe wahrscheinlich, wenn ich bei Magie bleibe. Aber ich werde mal die Magie nur für den, für den Boss unten benutzen. Dolch, haha, ich mag Dolche. Dolch, haha, ich mag Dolch, ja. Na, nicht schlecht. Tut, 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 tut. Na. Ja, sehr gut. Schlüssel des großen Pilgers benutzt. Also ich möchte schon ganz gern Magie benutzen. Aber wie gesagt, wenn sie mir gerade nicht sinnvoll erscheint, dann nehmen wir auch ruhig was anderes. Soll es nur in den Ancien-Legendien bezeichnet ist, dass ein Tag ein Ungewirr wird. To leave the undead Asylum in Pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. To the land of the ancient lords. To the land of the ancient lords. To the land of the ancient lords. War auch nicht schlecht. Waschita? Stufe 4 annehmen. Aufsteigen. Seelen. Nötige Seelen 0? Eigentümlich, was? Und hier eine Menschlichkeit. Ich glaube normalerweise, also im aktuellen Patch sind es drei Menschlichkeiten, die man hat. Ist das ein Bug hier? Nötige Seelen 0? Mal gucken, was passiert, wenn ich mehr Seelen habe. Die liegen doch irgendwo welche rum, oder? Also zumindest oben auf der Treppe. Brandbomben, okay. Äh, ne, nicht hier. Was für uns lagen da mal welche aus? Dann kann ich mir ein paar Homeward Bones holen. Ah. Einmal Seelen. Das müsste doch eigentlich zusammen mit denen, die ich habe, auch für ein Level reichen, oder nicht? Eimkehrknochen. Ein Morgenstern und ein Talisman. Waren die wirklich immer so? Naja, gut. Weiß ich nicht mehr. So, zwei von den Instanz-Seelen habe ich. Und Leutztal ist immer in vier Stück. Ich haue hier ab, ich haue hier ab. Hoffentlich. Jetzt müsste ich doch eigentlich mal sehen, wie viel da rauskommt. 200. Ach. Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht mehr. Ne, jetzt. Man sieht nicht. Ach, siehste. Man sieht nicht, wie viel Seelen man wirklich braucht. Ne, wenn ich mal wissen will, wie viel brauche ich denn noch, um mal aufzusteigen. Dann, ja, keine Ahnung. Ne. Und hier aufsteigen. Wenn ich die Seelen nicht habe, ne. Wenn ich die Seelen noch nicht habe, dann weiß ich nicht, wie viel der nächste Level kostet. Das ist ja interessant. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Wie bist du zu den Kosten gekommen? Was für Kosten? Ich weiß nicht, was du meinst. Hallo übrigens. Ganz davon abgesehen. No linki. So. So. Kondition. Oder Vitalität. Kondition. Wie bist du denn zu den Kisten gekommen? Ach so. Relativ einfach. Hier im Feuerbandschrein. Laufst hier hoch. Und springst da runter, wo der Fahrstuhl gerade nicht... Also momentan ist der Fahrstuhl sowieso noch nicht da. Suchst hier eine Stelle, wo kein Fahrstuhl ist. Hier kann man nämlich runterspringen. Hier ist nur zwei Meter oder so. Ne? Und hier sind die Kisten. Ne? Und dann kann man hier wieder rausgehen. Ja, kein Problem. Herzlich willkommen. Hier ist dann noch eine Kiste. Und hier unten, hier kannst du dann wieder beim... Du kannst dann wieder beim Dingels raus. Beim, ähm... Ja, bei dem Friedhof da unten, ne? Dann haust du am besten ab, weil du noch nicht... Ich zumindest noch nicht so weit bist, gegen die Skelette zu kämpfen. Na, also in der aktuellen Version von Dark Souls ist es ja noch so, da sieht man wenigstens, wenn man am Leuchtfeuer rastet, was der nächste Level denn kostet. Ne? Jetzt kann ich's... Merke ich's erst, wenn ich auch genug habe. Ne? Ja, kein Problem. Kann ich den Dingens eigentlich benutzen? Den Morgenstern? Ne. Zu schwach auf der Brust. Na gut. Mal gucken, wie weit wir mit den 30 Seelenpfeilen kommen. Solange die nicht blocken, ist das ein One-Hit. Ah, siehste? Dann kommen wir wahrscheinlich... ... auch gar nicht erkennen. In der Vanilleperson auch gar nicht erkennen, ob die gleich wieder aufstehen, was? Eisener Wolf, hallo. Ging der Opferung, gut. Wir werden sehen. Wir werden das alles sehen. Es ist lange her, als ich das letzte Mal dieses gespielt habe. Kannst beim Magie-Schmied direkt 60 Seelenpfeile holen. Guter Tipp. Ne? Also man kann hier mir ohne weiteres gerne Sachen sagen. Ich hab das Spiel ja nun... Also man kann mich nicht wirklich spoilern. Guter Tipp. Mach ich gleich mal. Ich brauch aber erst Seelen, schätze ich mal. Ich geh mal erstmal... Ich hol mal erstmal... ... den ersten Boss. Willst du nicht endlich mal einen DS3 ranwagen? Nein. Ich mein, ich hab mich ja mal rangewagt. Privat. ... und... ... kam damit halt nicht zu Rande, ne? Und vielleicht mach ich's irgendwann nochmal. Aber ich werd relativ schnell... ... relativ schnell... ... runtergehen und... ... mir die weiteren Seelenpfeile holen. Sofern ich... Oh, der ist durch die Welt geglitscht. Sofern ich ein paar Seelen habe. Also es ist so, dass es... Ich hab ja auch... ... bei Bloodborne gesagt... ... nee, kann ich nicht, mach ich nicht, will ich nicht, geh weg und so weiter. Und hab's dann doch gespielt. Und auch durchgespielt. Und womöglich mach ich das bei... ... bei Dark Souls 3 ja auch. Aber ich mach das, wenn ich... ... irgendwann, wenn ich da Bock drauf habe. ... das ist komisch, ne? Aufgeschaltet, aber... ... fliegt nicht hin. Der lässt sogar was total Geiles fallen. Na? Na? Ich bin zu blöd! Hey, Medias! Hallo! Brandbombe! Okay. Fallor einer Untote. So, ich glaube, ich versuche mal... ... den... ... den... ... den Hyopile zu machen, den Taurus-Dämon. Und dann... ... hole ich mir die extra... ... Seelenpfeile. ... ah, der hat geblockt. Ne? Parieren mit Magie macht übrigens auch mehr Schaden, ne? Genau wie bei... ... aufgefallen ist es bei... ... für Romantie. ... für Romantie. Die vielleicht noch zwölf. Chicken, hallo! ... was? Ich glaube, das war ein Bug. Na, ich habe die aufgeschaltet. Aufgeschaltet, aber mich... ... danach dem Aufschalten nicht mehr bewegt. Ah, interessant. Und Rippel. Hi, nochmals. So, aufsteigen kostet... ... keine Ahnung, wie viel. Ich sehe es ja nicht. Ne? Interessant. Miau. Miau. So, mal gucken, was ich bei dem Händler kriege. Ach, geil. Glück gehabt. Dass das nicht hier am Stein hängen geblieben ist, ne? Schlüssel könnte ich mir gut gebrauchen. Schlüssel aus... Naja. Schlüssel aus... ... um den Magier da... ... den Magierlehrer zu befreien. Rix, oder wie er heißt. Brauche ich aber tausend Seelen für. Habe ich noch welche? Ja, ich habe noch welche. Ich habe es noch nicht durch, wie man... ... ahnen könnte. Ne, so. Anwesenschlüssel. Zack. Oder war das das überhaupt? Ich weiß es gar nicht so genau. Wurfmesser, Brandbombe. Pfeile. Ja, Pfeile sind gut. Pfeile sind gut. Ich brauche eigentlich auch noch mal einen Bogen. Ich habe was bei dir, Kaufbursche. Morgen. Captain Plant. Moment. Nee. Nee. Ich habe das nicht so aus. Also klappt das doch. Blödi. Außer nicht so viel Kram hier drin. Erstes Mal Dark Souls. Nein, nein, nein. Ich habe das schon ganz, ganz oft durchgespielt. Ich habe da auch Platin und alles Mögliche. Ja, aber ich spiele es jetzt mal wieder ohne Patches. Also mal so wie früher quasi. Mal gucken, ob ich mich an die ganzen Einzelheiten erinnere. Mal sehen, wie die Leute unten in... Zum Beispiel eins der Dinge, die mir so halt spontan einfallen. Mal sehen, wie die Leute unten in Los Isarles reagieren. Ich habe es mir heute geholt. Ah, sehr gut. Das ist ein super geiles Spiel. Ich musste ein bisschen Frustresistenz und ein bisschen Beharrlichkeit mitbringen. Aber es ist echt geil, das Spiel. Es ist quasi ein Evergreen. Leichte Armbrust. Ah, okay. Mit Patches, aber ohne Patch. Ja, genau. Patches. So. Kann ich eigentlich runter? Geil. Wusste ich gar nicht. Hey! Das ist auf der Xbox 360 hier. Habe schon DS3 gespielt. Bin ich hoffentlich vorbereitet. Ja, das denke ich schon. Also Dark Souls 3 habe ich auch angespielt. Aber wie man vorhin schon gehört hat, ich komme damit nicht so besonders gut zurecht. Ne? Ich komme damit noch nicht zurecht mit Dark Souls 3. Weil, ich weiß nicht, Orientierung, zu schneller Kampf und sowas. Deshalb wirst du wahrscheinlich sehr gut zurechtkommen hier. War noch nie verzweifelt bei Dark Souls. Bin ich komisch? Nein, vielleicht hast du ja nur Talent. Oder Glück. So. So, jetzt gehen wir gleich mal in Richtung Taurus. Dämon. DS1 kann einem, wenn man DS3 gewohnt ist, dann kommt es einem vielleicht zu langsam vor. Das stimmt. Nix da. Was? Wie wenig Schaden ich mit dem einmal einen Dolch mache, ne? Hast du irgendwelche Tipps für Dark Souls 1? So allgemeine Tipps? Hm. Langsam kommt der schon vor. Hm. Eigentlich, wenn du Dark Souls 3 gespielt hast, wirst du wahrscheinlich bei Dark Souls 1 keine Tipps brauchen. Ein Tipp nur, wenn du dir das Spiel am Anfang ein bisschen leichter machen willst, nur ein einzelner Tipp. Vielleicht fallen mir später noch mehr ein. Dann nimm als Startgabe den Generalschlüssel. Ich wurde immer vor uns dann ins Moor gewarnt. Und nachdem ich sie für das Try gemacht habe, war ich sad. Krass bei Gargulz gestruggelt. Schöne Wortkonstruktivismen hier, ne? Hm. Nicht zu sterben. Kaps. Hm. Also mir fällt später vielleicht noch mehr ein. Im Laufe des Spiels vielleicht. Aber generell, eigentlich, nachdem du, wie gesagt, Dark Souls 3 hast, wirst du bei 1 eigentlich keine Schwierigkeiten haben, denke ich. Ich glaube, die haben falsch getroffen. Das ist ungewöhnlich. Das wusste ich nicht, ne? Die kommen hier runter. Das ist, ehrlich gesagt, nicht so, wie ich es kenne, ne? Die kommen normalerweise nicht hier runter. Die Leute von oben. Die bleiben eigentlich oben stehen, ne? Generalflüsse macht das Spiel schwerer. Auf welche Weise macht denn der Generalflüsse das Spiel schwerer? Wenn du die Möglichkeit hast, mehr Türen zu öffnen, die macht denn das etwas schwerer? Weil man kann, ja. Hm. Gut. Hey. Hey. Ich bin zu blöd, ich sehe nichts. So, aber. Diese Geräusche, die Laufgeräusche hier sind, das ist etwa der... Der Ritter? Der schwarze Ritter? Was ist hier denn los? Seid ihr alle irre? Was? Nee. Ja, ja, ja. Ist echt... Das ist schon ein Unterschied. Normalerweise, wie gesagt, gehst du in den unteren Raum da rein. Und... Die von hier oben kommen dann nicht runter. Na ja, das werde ich wahrscheinlich an manchen Stellen sehen, dass die vielleicht eine andere Erkennungsreichweite haben. Agro-Range. Füllenkriegerhelm, okay. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mal mit meinen... Meine, äh... Seelenfeile ein bisschen spare für den... Für den Taurus-Dämon, ne? Ja. Das ist echt interessant hier. Bäms. Kleine Unterschiede wird man hier merken. Oh, der rechte wird jetzt schon aktiv. Gut, gut, gut. Das sind mit so die nervigsten Gegner, ne? War das Spiel am Anfang noch schwerer? Äh, ich glaube schon. Mit welcher Gabel spielst du? Ich habe tatsächlich auch den Generalschlüssel. Oh! Wow! Treten hat nicht geholfen. DS-Fix. Ja, wenn du es kannst. Au! Oh, ich stelle mich blöd an. Wenn du es auf PC spielst, dann solltest du DS-Fix drauf machen, ja. Das ist eine gute Idee. Ich habe es nämlich versucht aufzumachen. Die ist normalerweise immer geschlossen. Jetzt habe ich einen Anwesensschlüssel. Ich habe den halt gekauft, den Anwesensschlüssel. Hallo, Zato. Guten Morgen. Goldharz. Na toll. Direkt den Black Knight? Ne, den mache ich jetzt nicht. Oder? Gestorte Sachen hier. Ich kaufe nie den. Ich gehe immer den Merchant Killen. Ne, vielleicht will ich später noch was von dem kaufen. Ne? Ne, ich kann es ja mal versuchen. Was soll schon passieren, außer Tod und Schande? Ne? Hier. 46. Tod und Schande. Tod und Schande. Tod und Schande. Ich mache es jetzt erstmal so einfach. Ha, ha, ha. La, la, la. La, la, la. Ich hole erstmal den Ring. Dann kann ja nicht mehr so viel passieren, außer Tod und Schande. Dann kann ja nicht mehr so viel passieren, außer Tod und Schande. Jetzt sollte ich erstmal den Hailey nehmen. Hailey. Und auf der Treppe kämpfen ist keine gute Idee. Bonk. Magie klingt komisch, wenn sie auf den Schild trifft, wa? Nun gut. Und wir kriegen einen grauen Brocken. Okay. Es sind noch 19 Seelenpfeile. Na ja, muss reichen. Und? Zwei Heiltränke. Na, mal sehen. Apropos TXS. Nicht lachen, bitte. Aber es immer drauf hatte, das immer drauf. Lief aber genauso übel wie vorher. Das mal in Game-Tasten drücken, dass er fix aktiviert wird. Oh. Eigentlich kenne ich es nur so, dass man mit der Taste Backspace ihn deaktiviert und wieder aktiviert. Also, dass er normalerweise aktiviert ist. Also, zumindest diese 30, 60-Frames-Geschichte, ne? Ah! Stopp! Nein! Blödes Mistding. Ach, man muss es jetzt auch plündern, ne? Man muss es auch hingehen und plündern. Und nicht automatisch die Sachen kriegen. Ach, ha, ha, ha. Okay. Das Schöne ist, dass die Angriffe von den schwarzen Rittern, die kann man schon ganz gut... Oh, was machst du denn da? Parieren. Der steht doch nochmal so woanders. Die kann man ganz gut parieren. Allerdings, wenn sie nicht treffen, also wenn das Parieren nicht klappt, dann macht es auch echt ganz schön Schaden, ne? Andere sagten... Also, ich hab das... Ich hab den lange, lange, lange nicht... Also, ich hab den aktiviert gehabt und es sah auch alles gut aus. Lief auch in 60 Bildern, Frames. Hm. Na, weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Wir versuchen es erst mal so. Na, ob es reichen wird, weiß ich es nicht. No. No. Hm, fein. Sollte reichen, ja. Fein, fein. Und, wir kriegen wie viele Seelen? Los, los, tausend. Okay. Tausend Seelen. Ich ruf sie an. Nein, so ein Quatsch natürlich. Ah. Ah, ha, 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 ha. Klar. Na klar. Der Speckstein, der wird natürlich nicht funktionieren. Aus Offline-Gründen, ne? Das kann eigentlich mal raus. Das auch, das auch. Na, Tasse ist so gut, wie kein Kaffee mehr. Captain Blunt, Price the Sun. So sieht's aus. Oh, dann kann ich ja mal eine Sache versuchen, die ich nie gesehen habe. Nämlich, ob ich den Drachen glitchmäßig von oben mit einem Bogen... Ich hab keinen Bogen. Ich muss erst einen Bogen kaufen. Und, ähm... Dex lernen, dass ich hier einen Bogen benutzen kann. Dex skillen. Ah, okay. Das mach ich jetzt aber. Aufsteigen. So, wie viel hab ich denn? Bewegt... Ich hab schon elf. Was kostet der Bogen? Zwölf? Zehn? Ich weiß es nicht mehr. Ich hol den erstmal. Dann seh ich's ja. Geht nur auf der Konsole. Ich bin auf der Konsole. Zato. Auf der Xbox. Auf der guten alten Xbox 360. Einer meiner ersten Konsolen. Die ich damals für Guitar Hero 2 gekauft habe. hauptsächlich. Ich hab noch nie so schnelle Pfeile gesehen. Oh, guckt euch das an. Was willst du denn? Ne, auf dem PC würde ich's ja über Steam spielen. Und über Steam kannst du ja irgendwie... Wo vermutlich nicht die aktuellste... Also kannst du nur die aktuellste Version installieren, oder? Oder kann man das verhindern? So, was kostet denn ein... Kurzbogen? Der braucht... Zwölf Decks. Okay. Gut. Und dann kaufen wir... einfache Holzpfeile, würde ich sagen. Ja. Von mir aus auch gleich ein paar mehr. Vielen Dank. Ich schlau, Berger. Ich brauch doch Seelen, um zu leveln. Ich bin so verpeilt manchmal. Naja. Vielleicht hab ich ja noch ein paar Instanz-Seelen. Damit ich auf... ...entsprechend Decks komme. Äh, unter Steam kannst du vielleicht online unterbinden. Ja, aber vielleicht kann man da ja... ...so Sachen machen wie... ...so Sachen machen wie... ...naja, einstellen in Steam, dass das Spiel nicht geupdatet wird oder so. Aber ich nehme an, dass man trotzdem eine halbwegs aktuelle Version kriegt, ne? Hat irgendwer einen Tipp für den Boss? Grauer Wolf Siv. Holen wir mal, wenn ich das glaube ich zu früh mache. Ähm. Eigentlich ist der Tipp... ...ein... ...also... ...der macht ja oftmals mit seinem Schwert... ...einmal so... ...entweder so ein zweimal drehen Ding. So ein zweimal drehen Angriff. Oder auch so ein Schwert so... ...einmal hin, einmal zurück. Angriff. Und ich mach's immer so. Da muss man aber das Timen lernen. Wenn er diesen Hin- und Herschlag-Angriff macht mit dem Schwert... ...dann rolle ich... ...an dem zweiten Angriff vorbei. Also ich... ...ich warte, dass er den ersten macht. Dann rolle ich rein. Und dann bin ich dran, hau zwei-, dreimal zu. Oder mach irgendwas. Und verschwinde wieder. Ne? Also mittlere Entfernung zu ihm... ...also Schwertreichweite bleiben ist natürlich das gefährlichste. Das ist übrigens auch genau so ein Tipp bei... Ähm... Kann ich? Ja. Ja, ich kann. Ist auch genau so ein Tipp bei... Äh, kann ich... Ne, ich kann nur einen. Bei... ...den Steingolems, ne? Die mit ihren riesen Steinschilden ist. Und mit ihren riesen Steinschwertern. Wenn du da auf mittlere Entfernung gehst... ...denn ist das übel. Ähm... ...aber wenn du ganz nah herangehst... ...also quasi an ihm dran klebst... ...dann geht es deutlich besser. ...nein ist das übel. Und ein Ange-Nah. Das ist kein... Also Sif ist kein optionaler Boss. Wow. Das ist ja aber auch irgendwie ungewöhnlich. Ah! Wie wär's denn mal mit dem guten, alten... ...guten, alten... ...Äh, äh... ...Drachenschwert, hä? Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Das wird jetzt ein Momentchen dauern... ...aber das mache ich jetzt. Wie früher. Hm. Die Position der Holos wurde geändert. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Geht das denn hier nicht? Mal gucken, dass ich das hinkriege. Dann habe ich nämlich gleich eine relativ starke Waffe. Das geht immer noch. Das letzte, sag doch mal so 80 Pfeile vor langer Zeit. 16 Stärke, ja, könnte sein. Aber vielleicht nicht, wenn ich es 2-Händig nehme. Haben wir es auf jeden Fall. Ah, siehste. Also es wäre jetzt ein guter Moment, sich einen Kaffee zu holen. Ach, ich bin zu blöd. Das sage ich jetzt ein paar Mal. Ich versuche das aber zu unterlassen, weil zu sagen, ich bin zu blöd, ist auch ein bisschen doof. Man kann den natürlich auch ganz regulär angreifen, den Schwanz. Aber so ist es natürlich dramatisch einfacher. Mir fällt auf, dass in der gepatchten Version erst nach 2-3 Treffern herkommt. Ist das so ehrlich? Das war doch damals der Trick, ne? Also der Anfängertrick. Dass man dem Drachen den Schwanz abschlägt oder beschädigt. Dass man eine total geile Waffe kriegt. Das Let's Play habe ich übrigens damals auch geguckt. Zu dem Zeitpunkt allerdings hatte ich das Spiel schon durchgespielt. Hä? Was ist denn los? Was ist denn Rhythmus gekommen hier? Na, also. Naja, es wird wohl nicht mehr so lange dauern, denke ich. Käpt'n Land, viel Spaß dabei. Einen schönen Tag auch dir. Vielleicht hängt's auch davon ab, wie viel Schaden macht. Ich hab keine Ahnung. Man kann das ja mal vergleichen hinterher. Also wenn ich das nächste Mal dann wieder Dark Souls spiele und wer mich kennt, weiß, dass das wahrscheinlich nicht so lange hin ist, da kann ich dann ja dann dann mal drauf eingehen, welche Unterschiede mir dann tatsächlich auch im Umkehrschluss wieder aufgefallen sind. Käpt'n Land, schönen Dank fürs Folgen. Viel Spaß noch bei Dark Souls. Gehst du auf ausrüstetige Nerfhörder? Ich weiß es noch nicht. Also nicht extra. Ich werde hier einfach so spielen, wie es mir in den Sinn kommt. Und dann einfach mal so ein bisschen die Augen offen halten, was anders ist, ne? Ja, irgendwas... Haha. Gut. Sehr gut. Und das gerade Drachenschwert kostet dann wahrscheinlich, ja, 16 Stärke. Nun gut. Aber dann ist es auch ziemlich geil. Bin ich eigentlich noch schnell? Jawohl. Dann kann ich den Bogen auch in der Hand behalten. Sehr gut. Sofern ich 16 Stärke habe, oder... Wie viel Stärke habe ich? Neun. Gut. Willkommen zurück, Medias. Wir haben jetzt total cool, wie früher, gerade dem Drachen den Schweins mit dem Bogen abgeschossen, ne? Hast du mitgezählt, oder wie? Claymore. Grain Ring? Iron Flash. Iron Flash, habe ich gehört, sei früher super OP gewesen. Oh, oh. So. Dann lassen wir ihn nochmal verschwinden. Ciao. So. So, was kostet einmal aufsteigen? Oh, ho, 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 ho. Eine Seele. Eine Seele. Mehr. Hatte ich noch. Jetzt müsste ich natürlich eigentlich mal dafür sorgen, dass der Drache wiederkommt und dann mal da oben, von da oben versuchen, ihn mit Pfeil und Bogen abzuschießen, ne? Das habe ich wirklich noch nie getan. Dazu muss natürlich erstmal der große Hiopai da oben verschwunden sein. Und ob ich das schaffe, ist ein bisschen fraglich. Mal sehen. Andererseits habe ich auch nichts zu verlieren hier. Olla. Oh Gott. Timing. Timing. Absolut nicht vorhanden. Nein, Timing. Ich habe nicht einmal parieren geschafft. Egal. Kriege ich hin? Kriege ich hin? Ich habe ja auch noch Britzelzeug, aber das hebe ich mir lieber auf für die für die Gargoyles, ne? Ich kann natürlich auch einfach Ich glaube, ich komme einfach später wieder, wenn ich ein bisschen stärker bin. Vielleicht ein Schild habe, der 100% blockt oder so. Ich glaube, ich mache es so. Ich muss es mir ja nicht unbedingt extra schwer machen, ne? Der kommt auch schon. Was ist denn hier los? Und der rennt jetzt schon weg und macht die Tür zu. Na gut, das werde ich jetzt wohl nicht mehr verhindern können. Ich hätte es verhindern können, wenn ich rechtzeitig dran gedacht hätte. Hätte ich nämlich, hätte ich nämlich auf diese Leute hier schießen können. Und dann wären die alle gekommen und dann hätte keiner mehr die Tür zugemacht. Na gut. Ey. 18 Schaden. Nicht so viel. Ich glaube, wenn man den... Na gut. Dann bis zu Solarrennen. Er durch den Boden fällt? Ehrlich? Das wäre ja mal lustig. Oh. Warum ist es denn zurückgekommen, das Mistvieh? Unglaublich. Ey, komm. Backstep. Dann halt bei ihm. Doch nicht. Das probiere ich, glaube ich, mal. Das probiere ich mal. Das wäre mir echt neu. Ich habe neulich auch bei Lobos im Stream einen, äh, einen Shiny gesehen, was ich überhaupt nicht wusste, dass es existiert. Kommt er? Ich gehe mal davon aus, weil ich Laufgeräusche höre. Hm. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Welt. In dem Ort, wo diese Phalanxen sind, diese Sperrphalanxen, da gab es einen etwas, sagen wir mal, versteckten Ort. Also so ein bisschen verdeckten, wo noch ein Schein gelag, was ich nicht wusste. Oh oh. Toll. Nun denn. Nicht mehr dann gedacht, dass der vielleicht zu schnell wieder zurückkommt. Ich nehme mal ganz stark an, dass der jetzt nicht dran gestorben ist. Prinzess Karma, danke fürs Autohosten. Dauer. Oder? Ist der doch gestorben? Ist ja interessant. Und normalerweise kannst du kannst du, wenn der Drache da ist. Unglaublich. Nimm das. Kannst du denn wohl von hier aus auf ihn schießen? Das habe ich noch nie gemacht. Aber er muss natürlich da sein. Selbstverständlich. Mal gucken, ob wir dafür sorgen können, dass er da ist. Da habe ich wohl Glück gehabt, dass der Ritter da mit mitgetötet wurde, ne? Dann hat der womöglich auch was fallen lassen. Wer tappert denn da? Claymore? Kommt der jetzt? Kommt der jetzt? und gehe da noch mal hoch. Eigentlich wollte ich mir doch weitere Seelenpfeile kaufen, fällt mir gerade ein. Hm. Ja, so ist es mit Plänen. Pläne ändern sich. Jetzt hast du mir Lust auf Dark Souls gemacht. Das ist eine gute Sache. Ich bin ein Fan davon. Hm. Das kommt da nicht. Lalalalalala. Pock. Wo kommt der jetzt wieder? Ich weiß manchmal nicht, unter welchen Umständen der Drache hier auftaucht. Pock. No, 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 no. Öp. Hm. Ich will auch weiterzocken, aber die Arbeit ruft. Das ist natürlich unangenehm. Hier ruckelt es ein bisschen. Hm. Vielleicht muss ich noch einmal sterben zwischendurch oder so. Das kann ich ja machen. Müsstest du den Charakter neu laden? Oder sterben? Müsstest du den Charakter neu laden? Eisenfleisch. Ja, das... Es hieß... Ich habe mal kurz ein bisschen was darüber gelesen. Die Kombination aus Eisenfleisch und diesem Ring-Shield, diesem komischen Schmetterlings-Schild, soll wohl ziemlich unglaublich OP sein. So. Ab 2 bis 10. Naja, dann lass dich nicht ärgern. Drücke dir Daumen, dass du dich nicht ärgern lassen musst. Es ist ja nun eigentlich nicht unbedingt notwendig, was ich hier tue. Also den Drachen zu töten, ist ja kein bisschen notwendig. Der ist ja wirklich super optional, sag ich mal. Aber ich würde es gerne mal machen. Ich hoffe, es geht jetzt auch. Der andere kommt mir bestimmt gleich nach. Muss noch drauf achten. Der muss natürlich erst weg. Will ich lieber den blöden Wolf platt machen? Ja. Kommt der hier? Magic-Shield. Die Zauber-Magic-Shield, ja. Was hat der fallen lassen? Ein Hüllen-Shield. Naja, schon besser als mein älbernes Ding in da. Ich sehe den Drachen gerade nicht. Aber ich kann ja vielleicht einfach da hinschießen, wo ich ihn vermute. Ich weiß gar nicht, ob man den von hier aus sehen konnte. Oder ob man einfach nur da hinschießen musste, wo man ihn vermutet. Weiß das noch jemand? Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Vielleicht ist er wieder abgehauen. Konnte man sehen. Vielleicht ist er auch abgehauen. Und ich müsste ihn eigentlich sehen hier. Ja, der ist nicht da. Der ist einfach nicht da. Doof. Ach, er ist noch auf der Brücke. Gut. Das erklärt das eine oder andere. Das ist ja seltsam, oder? Und unten, unten waren wir in den Ratten. Ich meine, da kann man hingehen. Man kann auf ihn schießen. Aber wenn man dann so oft auf ihn schießt, dann verschwindet er, glaube ich, einfach, oder? Vergiss den Ratten, den Satz, okay. Also er ist irgendwie nicht da. Ich wollte doch eigentlich mal ein Stück Dark Souls Geschichte erleben hier. Hm. Na gut. Dann. Anderen Mal. Ein anderes Mal. Möp. Möp. So, ich brauche jetzt aber wirklich mal ein bisschen... Ach Gott. Ein bisschen Seelen für... Für mehr, mehr Seelenpfeile, ne? Also, um die kaufen zu können. Das heißt, ich werde mal gucken, dass ich mir den Weg hier zum Schmied freimache. Und... Komm, mach mal so. Den Weg zum Schmied freimache. Und dann halt runter zu den Gricks, heißt der, glaube ich, gehe und dann mir mal so ein paar extra Seelen kaufen. Ich war mir ganz sicher, dass man den sehen konnte. Hab den damals so gemacht. Hm. Tja. Huch. Guck mal da oben. Der hat mich schon so ein bisschen im Visier, was? Schade, dass der keinen Fallschaden, nicht genug Fallschaden genommen hat. Ach, das ist ein Sperrtyp. Der tausend Jahre braucht, bis er hier ankommt. Schade, dass man den nicht... Ich glaube, man kann den nicht in den Kopf treffen, über den Schild hinweg, oder? Ne. Wäre natürlich cool gewesen. Ich baue meine Xbox auf, begleite dich. Ich bin natürlich offline, das ist klar, ne? Aber du kannst natürlich gerne parallel spielen, ne? Offline wegen keine Updates und so, ne? Na, wie lange brauchst du denn noch? So. Den da hinten kann ich auch schon mal anlocken. Ich mache das jetzt halbwegs so, wie ich es damals gemacht habe eigentlich. Ne, so ganz vorsichtig. Und die Leute einzeln hierher locken und so, ne? Ich werde auch Vanilladatteln. Mach das. Und dann wirst du... Also eine Sache ist mir, wie gesagt, aufgefallen. Jetzt erzähle ich gleich noch, nochmal, was die... Was das Ausrichten von Magie angeht, ne? Vielleicht kann ich es gleich nochmal demonstrieren. Wenn ich irgendwie so stehe, sagen wir mal so, und der Gegner ist in der Richtung, in der der Eber ist, und ich schalte den Gegner auf, dann drehe ich mich nicht automatisch in die Richtung. Und wenn ich dann einen Seelenpfeil mache, dann schieße ich weiterhin in die Richtung, in die ich vorher geguckt habe. Ich muss ganz kurz erstmal in die Richtung ticken, damit er sich ausrichtet. Tschüss. Ach, der kommt doch an dem wieder nicht vorbei. Ja, gut. Aber dafür kommt der Eber auch nicht hier hoch. Ich muss ja gleich mal neuen Kaffee in meine Tat, siehst du? Der kommt dafür. Äh! Ich könnte doch eigentlich mal den Hüllenschild nehmen. Nein. Kann ich doch nicht. Ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach. Ach, ich bin zu schwach. Ach, ach, ich bin zu schwach. So, und dann nutzen wir hier auch mal den, auch den Klassiker mal. Lalalala. Lauf dahin! Lauf dahin! Naja, ich kriege noch nicht mal einen Bären- oder so einen Bohr-Helm. Das ist aber eigentlich auch ganz okay so. Lalalala. Lalalala. Hoi! 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 Soll ich es doch so machen? Oh, da liegt noch einer! Shit! Shit, 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 oh lalalalala. Zu nah am Feuer. Ja, das war richtig. Der war zu nah am Feuer. Jetzt habe ich leider keine Estus mehr. Habe ich vielleicht noch ein, zwei, eine Menschlichkeit, eine Notheilung, sage ich mal. Notheilung. Ach, komm. Huch! Eben ist gerade irgendwas gestorben. Den konnte man damals nicht kaufen. Interessant, ist der? Nice. Och. Das ist Betrug. Ich habe hier auf den drei oder vier Seelenpfeile verschwendet. Das lohnt doch gar nicht. Meine Güte. Und ich habe immer noch ein Schild, was nicht 100% lockt. Oh! Geheimschlüsse. Hm. Ich habe immer noch keinen neuen Kaffee in meine Tasse gepackt. Was ist denn hier los? Okay, einen von denen hatte ich vorher mit den Dingens angelockt. Mit den Köderschädeln. Es ist nicht ganz sicher, dass ich mit dieser Anzahl Lebenspunkte beim nächsten Leuchtfeuer ankomme. Vielleicht benutze ich dann wirklich gleich nochmal die Menschlichkeit. So. So. Ah, bei dem haben wir jetzt nur drei gebraucht. Das ist ganz gut. Ein Gespart. Mal sehen, wer das Erste kommt. Würde vermuten, der. Genau. Ach, toll. Der lebt noch, shit. Gut, 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 gut. Der Balder. Aber eins weiß ich, wenn ich mich im robustes Holzgebäck hechte, bin ich eher schwer verletzt. Ja, das ist richtig. Das ist völlig richtig. Ich versuche mal, erst mal zumindest die Tür aufzumachen. Und den... Ja, die Tür aufzumachen und den Schlüssel zu holen. Kann ich mir theoretisch, wenn ich jetzt nicht durchkommen sollte, das nächste Mal ein bisschen Weg sparen. Wenn die Gegner da natürlich nicht wieder das Ding kaputt machen. Die helle Bade kann ich wahrscheinlich noch nicht benutzen. Ist das richtig? Das geht nicht. Das würde gehen. Bringt bloß nichts. Morgenstern geht nicht. Helle Bade braucht auch 16 Stärke. Allerdings nur 12, denke ich... Nee, 11 oder 12. 11 wahrscheinlich. Wenn ich es einhändig... Äh, doppelhändig nehmen würde. Aber ich habe auch keine 11. Kommt der andere? Ja, der kommt tatsächlich. Der kommt tatsächlich. Und ich hoffe es kaum. Erst mal zum nächsten Leuchtfeuer kommen, ne? Das ist so der... Der Clou jetzt. Meinst du? Ja, das kann sein. Dass er das immer wieder macht. Ist auch komisch. In Filmen, da schlägt der eine wie dem anderen einen Stuhl über den Kopf, ne? Der Stuhl bricht auch kaputt. Genauso wie du es eben gesagt hast, ne? Ist eigentlich totaler Quatsch. So. Ha. Angekommen. So, dann kann ich ja womöglich relativ bald den Fahrstuhl freischalten. Und dann kann ich mir vielleicht auch die weiteren Seelenpfeile kaufen. Kleine Scherbe kostet immer noch 800. Das Atolias Wappen immer noch 20.000. Vielleicht sollte ich mir mal tatsächlich mal eine Waffe kaufen, die ein bisschen besser ist als der Dolchen. Zestos. Haha. Den Schild könnte ich auch tragen. Drachenschild. Mach ich, glaube ich. Mach ich doch nicht. Kostet 2000. Das kostet 1000. Ne, pass auf. Die Seelen sind hier noch ein bisschen knapper. Aber ich gehe erst mal los und kaufe mir die weiteren Seelenpfeile. Aber vorher sorge ich für 10 Heiltränke, bevor hier meine Menschlichkeit mir irgendwie abhanden kommt, ne? So. Jetzt packe ich aber wirklich neuen Kaffee in meine Tasse. Ah. Arm ausschütteln. Ich sitze hier immer so verkrampft. Aua. Ah, 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 ah. So, aufsteigen lasse ich es erst mal sein. Weil ich keine Ahnung habe, wie viel die Seelenpfeile kosten. Und ob ich das denn machen kann, ne? So. Noch fühle ich mich ganz schön schwach hier. Schwach auf der Brust. Aber immerhin hat er durch den Vorteil, dass er ziemlich hohen kritischen Schaden macht. Das ist, glaube ich, das Banditenmesser nur noch besser. Ha, geil. Dann kann ich ja wahrscheinlich gleich ganz klassisch den Kanalisierer mit Fein und Bogen platt machen, was? Plonk. Plonk. Möp. Wir werden weggestoßen. Das war gerade eben nach Instrumentenspielen, ne? Äh. So. Kleine Scherbe. Sehr gut. La, 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 la. Feuerhütterseele. Sehr gut. So, und Kamerad-Kanalisierer. Zumindest, wenn ich's... So hab ich's in Erinnerung. Der bleibt da stehen. Und ich kann ihn gemütlich weghauen. Kann das sein, dass er ein Stück nach hinten geschoben wird? Ich glaube, ich habe am Anfang 18 Schaden gemacht, oder nicht? Ich höre... Danke. Das war nicht üblich bei mir. Dass der anfängt, mich anzugreifen, während ich den Kanalisierer mit Fein und Bogen beschieße. Ha, interessant. Also ich würde auch ungehalten reagieren, wenn mir einer an einem Pfeil das andere in den Kopf schießt. Zack. Prof. Also darauf reagiert der aber nicht. Pfeile hört er, aber wenn eine Leiche vor seine Füße fällt, ist es nicht sein Problem plötzlich. Vielleicht kann ich mir bei der Gelegenheit gleich mal einen Schlüssel holen. Für den Fall, dass ich's hinkriege. Ha! Gut. Und ein oder zwei Seelen kriege ich glaube ich auch noch. Boing. Leiche plündern. So, auf geht's. Dann gehen wir doch mal runter nach... Ähm... Nein, nach Neulondo. Gucken mal, was die Seelenpfeile kosten. Und was der noch so machen kann. Im Zweifelsfalle könnte ich ja auch einen Charakter mit viel Intelligenz machen. Wo er wieder rumhüpft, was? Ganz normal. Also zumindest nicht ungewöhnlich. Vielleicht einen Charakter mit viel Intelligenz machen. Und dann eine Waffe. Das war jetzt ja Gewohnheit. Eigentlich hätte er unten bleiben müssen. Eine Waffe vielleicht auch mit Magie? Hören wir mal machen. Eine Magiewaffe. Mal sehen. Habe ich echt lange nicht mehr gemacht. So. Hallo. Richard. Er ist Richard, der andere. Ist glaube ich Griggs. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Den Namen habe ich noch nicht so gemerkt. So. Seelenpfeilen. Ich kann mir... Kostet 2000. Der andere kostet 4000. Der schwere Seelenpfeil. Naja, so viel habe ich noch nicht. Aber das kann ich mir schon kaufen. Ausrüstung, Umwandel. Keine veredelbaren Waffen. Ich könnte den Durch verstärken. Macht aber keinen Sinn, glaube ich. Ich denke, ich werde auf Dauer nicht beim Durch bleiben. Helle Bade kann ich auch noch nicht benutzen. 16 Stärke. Naja. Gut. Dann habe ich dann eben gleich 60 Seelenpfeile. Das ist aber auch in Ordnung. Guter Hinweis nochmal gewesen. Dankeschön. Der arme Kerl da unten bei den Zombies. Oder wie nennt man die Minions? Naja, Holos oder Zombies. Holos nehmen die meistens. Der arme Kerl, ja, der hat... Der hat da echt schlecht lachen, ne? Aber immerhin kann man auch klar denken. Was vielleicht aber auch nicht gerade ein Geschenk ist. So, das machen wir. Zack. So, versuchen wir es gleich an den Gargoyles. Hm? Wisst ihr nicht, was wir jetzt sonst machen sollten, oder? Wie gesagt, andererseits. Hätte ich natürlich schon ganz gerne eine etwas bessere Waffe. Nochmal andererseits. Muss es so gehen. So, 10 Estus. Pfeil und Bogen. Dann schauen wir mal, ne? Lalalala. Die Feuerhütterseele habe ich schon. Und auch schon eingetauscht. Hallo, Baba. Deshalb habe ich auch Estus Flakon plus 1. So. Wir machen es auch hier wieder wie früher. Ich meine auch plus... Was? Meinst du die Feuerhütterseele unten in... Achso, du meinst die bei den Geistern. Ja, gut. Wenn du die meinst, die hätte ich natürlich gehen... Holen können. Wie geht's? Ja, ganz gut. Ganz gut. Oh, warum kommt denn der auch? Ach, der Blöde. Der Blöde. Ach, ich... Ach, ich muss sowieso nochmal zurück. Ich muss sowieso nochmal zurück. Ich habe nämlich vergessen, die... Die zweite Hälfte der... Seelenpfeile auch... Einzurichten, ne? Zu etunen. Oder zu merken. Oder wie es hier im Deutschen auch heißt. Einstimmen. So. 60 Seelenpfeile. Also das würde sicherlich reichen. Für die... Für den Boss, ne? Deiden Heinrich, hallo. Guten Morgen. Morgen. Oh, guten Tag. Kurz sagen, guten Tag. So. Jetzt versuchen wir mal... Folgendes. Das Zeug packe ich auch mal da rein. Dann, wenn ich im Daumenstein gegen die... Gegen die Gargoyles auch den Dolch mit Estos... Äh, Quatsch. Nicht mit Estos, sondern mit... Goldhaars nehmen kann, ne? Ich werde jetzt mal nicht schießen, sonst kommen die da unten wieder angerannt. Das ist echt komisch. Und der Typ ist jetzt auch echt ein Ärgernis hier. Aber er stellt sich extra so hin, dass ich einen Backstab verpassen kann. Gut. Okay. Welcher Run? Vanilla. Vanilla. Ungepatcht quasi, ne? So, wie es mal war, ne? La, la, la. Und ich fühle mich echt schwach, ehrlich gesagt. Hö, hö. Hö, hö. Ja, dann halt so. Ich glaube, ich muss es so machen. Ich muss einfach mal ein paar... Oh Gott. Okay, ganz gut. Ja. Naja. Hm, hm, hm. Das sind relativ viele High-Op-Pies, ne? Hm, hm, hm. Wenn die nicht so eng zusammenstehen würden, wäre es besser. Ach Gott. Können natürlich jetzt auch gleich einfach an ihm vorbei rennen. Oder zumindest versuchen, an ihm vorbei zu rennen. Ja, 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 komm, komm, komm. Leider habe ich keine starke Waffe hier. Oh Gott. Komm. Oder ich renne an ihm vorbei. Ich versuche, an ihm vorbei zu rennen. Medias. Ja. Seelen sind wirklich knapp. Sonst würde ich vielleicht auch die Waffe hier upgraden. Oder ein Level machen in irgendwas, sodass ich andere Waffe tragen kann, ne? Na, Stärke habe ich 10. Hätte ich 11 Stärke, könnte ich zumindest... Na gut, ich könnte natürlich... Habe ich irgendwas, um mich auf 11 Stärke... auf einen, um einen weiteren Level zu kriegen. Dann könnte ich nämlich entweder die Hellebarde... oder das Drachenschwert zweihändig tragen. Okay, mal gucken. Na, vielleicht reicht es sogar. Müsste sogar. Ja. Wir halten sogar 2 Level. Nicht schlecht. Kondition. Ne, Sarjosh, hallo. So. Mit beiden Händen muss ich es halten, ja. Ist mir schon klar. Und ich habe keine schnelle Rolle mehr. Immer noch nicht. Bogen raus. Ne, brauche ich vielleicht. Oh. Ich bin so schwach. Unglaublich. Es. Ugh, ich bin so schwach. Unglaublich. Unglaublich. Mein Gott. Unglaublich. Es ist mir close. Das wird noch. Ja, ja, das wird noch. Ja, klar. Denke ich mir auch. Aha. Naja. Der Anfang ist schon nicht so leicht. Oh. Das kostet natürlich unglaublich Haltbarkeit, ne? Aha. Mal sehen, wie viel. Wie viel Schaden das macht? Oh, das reicht. Nice. Ja, stellt euch alle schön hintereinander auf, ihr Mistkröten. Aha. Da war noch einer. Nachteil ist natürlich, ich kann das Ding nicht... Ich glaube, ich kann da kein Goldharz drauf machen. Naja, gut. Dann halt nicht, ne? So, ich mache es in... Ich glaube, ich wechsle hin und her zwischen dem und dem. Mal sehen, wie viel Seelenfeil macht. Ich habe schon lange nicht mehr angeguckt. Ich mache es jetzt mal. Lecker Kaffee. Ich schreibe jetzt schon mal wieder ein. Weil ich gleich beide Hände brauche. Na ja. Ich mache es noch mal wieder. Ah, jetzt hast du wieder Oh oh Auf diese Weise ein Schwanz abgeschlagen Ich hasse es, wenn ich gegen zwei Gegner antreten muss Oder drei oder vier Na ja, dann halt der nächste Versuch Aber das wird Erst den Loot Ja Weil sonst weg Okay Ich würde sagen, nächster Versuch Was Das wird wahrscheinlich relativ häufig passieren hier Glu, 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 glu Echt geil dieses Schwert Ich muss wie gesagt Bloß wegen der Haltbarkeit aufpassen Mal gucken, wie viel Haltbarkeit ich überhaupt noch habe Oh ja Ist schon über die Hälfte weg Da muss ich echt mit aufpassen Hm, 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 hm Hm, na ja Da denke ich dran Spätestens wenn sie kaputt ist Hm So, mal schauen Ich bin oh nein ich bin ins feuer reingerannt ich bin ins feuer extra also das was noch da hätte ich eine sekunde länger gewartet naja so wird es werden so wird es werden ich sag mal ich vielleicht kann ich jetzt schon reparieren also der erste muss schnell weg das ist glaube ich die beste chance zu nicht alles wenn der erste erstmal weg ist dann wird es schon werden denke ich da am russ ok ok oh mist falsche paste aber hierfür ist doch das drachenschwert echt super an der stelle hey bin dreimal auf dem weg zum taurus noch einmal bei ihm gestorben es ist ein bisschen anders ne man muss echt noch mal ein bisschen umdenken nein war der falsche nein ich will meinen heiltrank nehmen nein 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 1.500 Seelen 1.500 statt 10.000 Dankeschön Dankeschön Normalerweise war es früher Also früher im Sinne von Eigentlich nicht früher Sondern im Sinne von vor kurzem So, dass wenn man die Gargoyles geschafft hat Dann hatte man so viele Seelen Dass man mindestens eine Waffe Eine normale Waffe auf plus 5 bringen konnte Und vielleicht noch ein, zwei Level dazu holen Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall Ja Ja So wenig Ganz schön kernig, ne? Also ich möchte gerne Also ich werde in dem Spiel glaube ich Alle möglichen Taktiken anwenden Deshalb vergessen die Ach, ich habe vergessen die Sequenz laufen zu lassen Wie ich es ja eigentlich machen wollte Na gut Ich glaube ich werde relativ viele verschiedene Taktiken anwenden Jetzt die Schandstadt Ich überlege Ich weiß nicht ob ich vielleicht erst etwas anderes mache Zum Beispiel In Richtung Dingensdämon Hier Ziegendämon zu gehen Aber ich weiß nicht Ob es das schon lohnt Kann ich eigentlich schon Besseren Schild tragen? Ich kann den besseren Schild tragen Bin dann Oh Gott Oh Gott Ich brauche den Havelsring glaube ich Ich glaube das ist erstmal das nächste Ziel Havelsring Damit ich ein bisschen beweglicher bin Während ich noch Sag mal normale Sachen trage hier Unglaublich So ich gehe zu Fuß zurück Ich spare mir den Den Heimatknochen Also ich glaube für Standstadt bin ich Für die mich noch nicht So ganz gerüstet Vielleicht brauche ich diesmal auch den Den Farmerhut öfter Messeffekt 3 ist schon cool Es macht schon Spaß Kann man nichts sagen Du bist ja immer AFK Ich muss ja auch mal was machen Was? Also Messeffekt 3 Das werde ich auch noch weiterspielen Ne? Das mache ich Weil Das Wie Ich glaube das war jetzt ganz schön spoilerig Oder Oder so Ich wusste nichts von Shepard Droprates in Pre-Patch Viel geringer Viel Glück Ja ich meinte eigentlich eher Seelenfarmen Hauptsächlich Ach Dummer Mensch Messeffekt 3 Ach Gott Ich habe das vergessen Ich habe es gerade verwechselt Sorry Sorry Willst du dir nicht den Ring holen? Der Schock Von Lordrek Ja das ist eine gute Idee Aber erst Erst gehe ich in Richtung Ähm Ich will erst den Habels Ring haben Ich hoffe ich kriege ihn Ohne zu sterben Ja ich habe wirklich Ich hatte wirklich gedacht Im Kopf Es geht um Andromeda Ich habe Witcher 3 begonnen Komm mal nicht ins Spiel rein Okay Ich habe es noch nie benutzt Äh versucht Underworld Hallo Der muss klumpen Der könnte mir später Gutreich sein Ach Und ich glaube Mir kriege ich ja gleich noch Einen coolen Bogen Hat aus technischen Gründen Oder weil du es nicht magst Heinrich Ja das ist eine gute Frage Andromeda spielt 600 Jahre später Nicht 100 Na und noch ein Unterschied Man muss die Die Äh Die Echsen Tatsächlich looten Ne Der neunmal kluge Typ Wo unten sitzt Keine Quest Was Welcher neunmal kluge Typ Der unten sitzt Ach Lederkram Kann ich das anziehen Ich meine ich kann es anziehen Aber Macht es Sinn Wenn ich noch Ach Gott Ich brauche den Ich brauche den Havels Ring Es führt kein Weg dran vorbei Wirklich Ich hoffe ich schaffe es auch Mal sehen Kein Spaß Na das ist natürlich schade Da kommt der erste Der hat keine Quests Der erzählt hier einem nur Nur Der erzählt einem nur ein bisschen was Und das war es So Crestfallen Warrior Ne der hat keine Quest Jetzt kloppen wir Ich hoffe zumindest Dass wir es schaffen Also wenn nicht Dann kloppt der mich Natürlich mit einmal tot Ah nein Was ist hier los Mist Ich habe das Timing Nicht richtig raus Na gut Mal sehen Aber den Ring will ich auf jeden Fall haben Zwei Hand Musste kurz warten Ja Ich habe es gemerkt Havels Ring Havels Ring Kann ich jetzt mich wieder ein bisschen ankleiden Bitte Na nur ein bisschen Ach Gott Nur ein bisschen Ah Guckt mal hier Belastung 66 Versus 44 Ist das wirklich so wenig Holla holla Immerhin mit dem Zauberer Umhang Der haut einfach den Havel um Naja Der geht Sofern man weiß Wie man ihn parieren muss Oder auf andere Weise Aber mit parieren Geht es irgendwie schon am einfachsten Finde ich Ist zwar gefährlich Weil klappt nicht Dann tot Aber Ansonsten Ist das schon die bessere Bessere Wahl Prozentual Okay Okay Sollte ich den Schmetterling versuchen Könnte ich ja die Hexe mitnehmen Ist ja kein Challenge Run in irgendeiner Art und Weise Könnte die Hexe mitnehmen Okay Mhm Danke für den Hinweis Kann ich eigentlich auch Jetzt hier Ne Da ist schon wieder Da ist Sense Sehr ist Saw Sagt man doch so Oder Aber der ist schon hilfreich Der Havels Ring Eindeutig Dazu jetzt noch der Fabring Und dann bin ich glaube ich wieder ganz gut dabei Zuerst den Fabring Zuerst den Schmetterling Zuerst den Fabring Zuerst den Schmetterling Zuerst den Fabring Ich glaube ehrlich gesagt nicht Dass ich diese Waffe hier upgraden werde Aber ich habe ein paar tausend Ähm Ein paar tausend Seelen Kann ich aber ein bisschen aufsteigen Ah Kondition Kondition Stärke Warum nicht Beweglichkeit Intelligenz Aber eigentlich vor allem weil Ich auch viel Magie machen möchte Will ich tatsächlich Ich fand es gut Dass zumindest Stefan den leichten Modus von Den Timbald Hart mal durchgezogen hat Für Einen Neuling der gar nicht so selbstverständlich Mit Adventure Jam da ist Claymore Claymore Kannst du hier Kannst du hier sehr einfach in A0 Lunde Magie Speer machen Blitz Speer downgraden Auf Speer plus 10 Und Seele von Schmetterling Könnte man machen Ne Aber ich möchte eigentlich auch ganz Eigentlich relativ gerne Auch Magie Also wirklich Magie Blitz Ne Das wäre mir eigentlich ganz lieb La 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 Also Stefan hat Tim Oder Simple Nehme ich mal an Park wirklich durchgespielt Ja Cool Nur schlecht Was wollte ich hier machen Achso ja No track Gibt es in Demon's Souls große Unterschiede Das weiß ich nicht Kann ich treten Oh ne Ich glaube ich muss hier Jetzt noch kurz ablegen So Das kann ich dir nicht sagen Ehrlich gesagt Wäre auch mal interessant Ne Lord Rick Mach's gut Das Claymore kann ich übrigens Könnte ich mit beiden Händen nutzen Wenn Dann würde ich aber eher Die Diese hier nutzen Die Hellebarde Ne Wenn ich eine der Normalen Waffen Sag ich mal Nutzen würde Das Ding geht noch nicht Zu wenig Decks Naja Okay Also Zack 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 Festbatter Hatte ich doch genommen Oder Nein Nicht mehr Wenn man den tritt Nicht Du darfst keinen Schaden machen Wenn du Schaden bei ihm machst Ab dem zweiten Dritten Schlag Oder so Dann 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 greift er an Aber wenn du ihn nur trittst Dann ist das ein Schieben Dann kannst du ihn über die Ecke schieben Ne Und dann geht das Ne Dann musst du allerdings neu laden Um dann Den Loot zu kriegen Ne Menschlichkeit Fünf Menschlichkeit Und Schutzring der Gunst Den ziehe ich auch direkt mal an Zack Wie viel habe ich denn jetzt an Mal sehen Vielleicht kann ich ja jetzt die Ledersachen tragen Ich versuche es einfach Den Hüllenkriegerhelm Ne Nicht den Schildweg Das geht auch nicht Das geht Wundervoll Etwas besser Gut So Dann habe ich den Lordwreck Ring Ne Den Fab Ring Gut So Aufsteigen kostet Weiß ich nicht wie viel Kann ich aber nicht machen So Was machen wir als nächstes Ähm Tiefen Oder Dafür Den Ziegen Dämmern Wow Versuchen wir es Wo gehe ich denn am schlauesten lang Am Drachen Ja Würde ich sagen Beim Drachen lang Dafür muss ich aber auch Muss ich auch hier lang Man konnte Negativstats haben Ehrlich Hier siehst du Das meinte ich Ich habe den aufgeschaltet Aber ich schieße in die alte Richtung Ich weiß nicht ob das in der aktuellen Version auch so ist Ein Spiel Wo man einen Polizist spielt Und das Spiel heißt Beat Hm Was soll ich denn davon halten Möp 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 Die Agor Reichtweite ist wirklich ganz schön Also schön im Sinne von hoch Ah Vergessen Auf zwei Hähne nicht zu wechseln Ich brauche auf jeden Fall mehr Stärke Dass ich sowas Tragen kann Karadiba Hallo Aufsteigen Geht noch nicht Gut Natürlich eine große Frage Ob ich das schaffe Den Den Ziegendämon Hier jetzt hier In der Konstellation Was habe ich diesmal alles verpasst Also eigentlich nicht so viel Taurus Dämon Ist ja eigentlich der Taurus Dämon Ich habe Havel gemacht Taurus war aber auch Und die Gargoyles Einzigen Bosse Die du verpasst hast Und ich spiele es halt diesmal In der Vanilla Version Und man merkt es echt an einigen Stellen schon Na zum Beispiel Ich gucke nochmal ob es geht Zum Beispiel Ob ich Wie viele Seelen ich gekriegt habe Also für die Gargoyles zum Beispiel 1500 Seelen Vanilla Run wie gesagt Also Ungepatchte Version So wie es ursprünglich mal rausgekommen ist Es geht wieder nicht Der Drache ist nicht zu sehen No Dragon Kein Drache Und da auch nicht nehme ich an Ich wollte eigentlich ganz gern mal diesen Diesen alten Alten Trick mal machen Den Drachen von hier aus Von hier aus Zu töten Aber gut Klappt wohl nicht Oder ich mache irgendwas falsch Stop Da ist er Und weg ist er Na gut So Dann gucken wir mal Den Schlüssel hatte ich ja aufgenommen Hatte Stefan eigentlich die Vanilla Das Vanilla Dark Souls zu Ende gespielt Der hatte das ja vor einiger Zeit auch mal gemacht Ich weiß das nicht Dann machen wir erstmal die Abkürzung auf Und dann gucken wir mal Wie gut war mit den Hunden Und den anderen Kram da zur Rande kommen Kein Angreifer von hinten Ist schon mal in Ordnung Und der schleicht sich hier an Ich bin nochmal am überlegen Das On a 2 zu holen Fand Teil 1 ganz gut Was denkt ihr Habt ihr Erfahrung Ja Ich habe das eine Weile gespielt Und ich fand es ziemlich geil Ich habe es allerdings nicht zu Ende gespielt Weil ich abgelenkt wurde von anderen Spielen Mir hat es echt gut gefallen Aber ich habe es nicht durchgespielt Kann flimmern Hallo Guten Morgen Ah siehste Medias Ne Den müssen wir frei Äh äh Wir fallen Weil wir brauchen ja auch Einen weiteren Magielehrer Ne Schau brauchen wir Haben wir eigentlich alles schon Aber aus Der Lootreflex hat dafür gesorgt Dass ich es geholt habe Ich will mal was probieren Mal sehen ob ich mit dem R2 Angriff von dem Dingen hier Durch die Türen komme Ja Vielleicht sollte ich das lieber lassen Aha Okay War er noch nie in Dark Souls Ein Freund der Magie Ah Ist schon ziemlich geil Magie ist schon echt Ziemlich gut Wenn schon Dann schon Möp So bestimmt nicht Möp 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 Magie ist stark Fallen Demons Souls So So Hier lagen doch noch mal Sachen Was Kettenbrecher Ich weiß noch Dass ich bei Dark Souls Beim ersten Mal Oder So zumindest die frühen Male Ähm Relativ oft auch die Waffe gewechselt habe Irgendwas gefunden habe Was mir in dem Augenblick Irgendwie besser gefiel Dann habe ich das genommen Mir gefällt diese Animation Mit dem Stab nicht so Okay Ach komm Ach komm Du hast jetzt Hast mich Haltbarkeit gekostet Und jetzt stirbst du noch nicht mal Das betrug Möp 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 Dann halt nicht Kommt nur Kommt nur Kommt nur Hauen die etwa wieder ab Unglaublich Ah Habt ihr das gesehen? Krass Das ist natürlich ein bisschen blöd Wenn die immer so zurückrennen Auf diese Weise Schaffe ich das natürlich nicht Dann Vielleicht kann ich dafür sorgen Dass wir einzeln kommen Oder auch nicht Möp 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 Na Einer ist da oben lang Ist mir ein bisschen komisch Wenn jetzt nur einer ist Ist ja nicht so schlimm Also das hier ist Also dieses Verhalten Ist irgendwie ein bisschen eigentümlich Blindern Ein Banditenmesser Das ist auch nicht so häufig Dass wir das fallen lassen Aber ich hab ja schon eins So Ich glaub einen Hund haben wir da unter Umständen noch Und dann War's das schon Ich glaub ich mach die zweite Abkürzung auch erstmal auf So Genau Da lag hier noch was Die zweite Abkürzung mach ich auch auf Dann muss ich nämlich diesen Weg nicht nochmal gehen Waren die leichter Diese Sachen Schwarze Nein Aber sie waren besser Geht auch immer noch Und hier Das ist leichter Interessant Nehm ich das Heute geht es erst ganz spät was zu futtern Der Chinese macht erst 17.30 Uhr auf Okay Ich hab schon ordentlich gefrühstückt Also alles gut So Wie gesagt Erstmal die Abkürzung oben Und dann Vielleicht sollte ich die Seelen auch noch verbraten Vielleicht auch nicht Ein Tomaten-Mozzarella-Salat Medias hat noch drei Tucks Alles klar Was kann man hier schönes kaufen Ein lila Dingens da Das ist nicht schlecht Ein Wurfmesser-Kohleharz Das ist Alles nicht so hilfreich gerade Ah komm Sehr gut Keine Zwiebeln Ich mag es hier Allerdings Nicht so im Übermaß Etwas zu grillen wäre nicht verkehrt Ah ist ja interessant So also Seelenpfeil Also wir müssen die Treppe hochkommen Das ist schon mal wichtig Das ist schon mal Na Okay Drück die Daumen Halbe Miete So far so good Puh La 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 Ich glaube Es ist schon ungewöhnlich Mit den Zwiebeln Aber es gibt So viele So viele seltsamere Eigene Arten von Leuten Vielen Dank Den 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 La Und wie viele Seelen kriegen wir? 1200. Dankeschön. Danke, danke. Dann gehen wir erstmal in Richtung Drache. Klaff Drache. Was ist denn jetzt mit Persona 5 los? Darf man das jetzt nicht streamen, wegen Spoiler-Gefahr? Ich weiß nicht, ich habe das nicht geschnallt. Ehrlich gesagt. Man darf wohl anscheinend bis zu einem gewissen Punkt im Spiel streamen und dann aber auch nur bestimmte, der Stream darf nur eine bestimmte Länge haben. Irgendwie so. Ich finde die Argumentation zumindest absolut jämmerlich und lächerlich, muss ich mal ehrlich gesagt sagen, dieses vom Hersteller vom Hersteller sagte oder diese Regel vom Hersteller, dass man nicht spoilern soll im Stream. Ich meine, was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? Wenn man nicht spoilern will, dann wenn man keine Spoiler will, dann guckt man den Stream halt nicht. Verstehe ich nicht. Also absolut absolut ungewöhnlich. Und naja. Aber ich muss ja gestehen, Persona, das kenne ich ja gar nicht. Ich habe noch nicht ein einziges Spiel von Persona, aus der Persona-Reihe gespielt. Ich habe auch noch nie eins gesehen. Ich weiß gar nichts über diese Persona-Spiele. Ich glaube, ich nehme mal die Pfeile auf, die Seelenpfeile für die Riesenratte. Was? Nein. Drüber reden. Ja, ehrlich. Irgendwann ist es soweit, dann darfst du dir die Sachen nicht mehr merken, die du im Spiel gespielt hast. Oder dieses Ganze, was man so manchmal früher gesehen hat bei Video, bei 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 DVDs. So am Anfang diese 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 tollen diese tollen No Piracy und 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 nicht Raubkopieren Werbungsblöcke. Ich fand das immer schon lächerlich, dass diejenigen, dass die auf einer echten DVD drauf waren und die haben super genervt. Die haben super genervt, diese 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 bloß nicht Raubkopieren Spots da. Nach dem Spielen. dann kann man es immer wieder spielen und es ist immer wieder neu. Das wäre natürlich der Vorteil. Ah, toll. Wieder der gleiche Fehler wie vorhin. Oh no, da kommt schon der andere. Da kommt schon der andere. So. Ja. Ja. Richtig, Lorik. Aber ich finde das super ätzend. So dieses diese ewig lange Animation oder diesen ewig langen Film, den man am Anfang gucken musste. super ätzend. So. So. Ja, okay. So. Raubkopierer sind Verbrecher. Genau. So hieß das damals. Hatte irgendwie die Bezeichnung vergessen. Und man konnte sie glaube ich nicht überspringen, diese dämlichen diese dämlichen Spots da. So. Man kann ja vor sein, überhaupt noch streamen zu dürfen. Sagt nur Pete Smith. Ja, ja. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich mache mir jetzt noch mal noch nicht groß Gedanken. Ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ne? Also, jetzt was gegen tun. Dafür oder dagegen tun kann ich sowieso nicht. Hallo Nasenbanane. Ein schöner Name. Das ist genau so ein Quatsch. Die schieben nur panikweise Geldblechen müssen. Ja. Wir werden sehen. Ich sag nur, abwarten und in meinem Fall Kaffee trinken. Spinnenschild. Das ist gar nicht schlecht. Der Spinnenschild ist gar nicht schlecht. Mä. Ja. Ach, ich kann ja dabei bleiben. Genau. Sicherheitskopien. Arbeitskopien. Das trifft auf dich nicht zu. Weniger als 500 und was weiß ich was. Und was weiß ich was. Wie gesagt, wir werden sehen. Kann ich hier eigentlich... Was bringt denn... Was bringt denn... Ach Gott. So ein Seelenpfeil auf so ein Dinger. Die sind ja eigentlich hauptsächlich gegen Feuer anfällig, ne? schon haben wir... schon haben wir die Tiefen durchgespielt. Naja, zumindest den Weg zum Drachen. So. Es wird mich natürlich hier niemand invadieren können, weil ich offline spiele. So habe ich eigentlich noch... Ich habe noch Menschlichkeit. Dann kann ich mir auch noch mal ein paar Heiltränke dazu holen, ne? Kann ich vielleicht noch ein, zwei Level machen sogar. Einen wahrscheinlich eher... entfachen. Ich weiß nicht, wie das mit diesem Kopiergesetz ist, ehrlich gesagt. Moment. Bei mir... Alles, was ich hier so habe, an Spielen und Filmen und so weiter, habe ich entweder selbst vom Fernsehen aufgenommen oder... habe ich gekauft. Also irgendwas davon war selber, ne? Und wo richtig Geld fließt, werden nun mal Erwartungen geschürt. Ja. Achso, ich wollte ja noch gucken, ob ich noch ein Level machen kann, ne? Hey! So. So. Es ist selber schuld, wenn man das hauptberuflich macht. Jeder Selbstständler muss sich mit den Sätzen auseinandersetzen. Ist schon richtig. Bloß blöd, wenn die sich plötzlich ändern, ne? Oder wenn... wenn plötzlich so eine Welle von... von Dingen da passiert, ne? Es gibt das Gerücht, dass der Typ, der Pietz mit hintergangen hat, nebenbei eigentlich bei RTL arbeitet. Hm. Naja, ich weiß nicht. Gerüchte gibt es eigentlich immer, ne? Hm, 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 hm. Gerüchte. Wie viele Level gehen? Drei Level. Intelligenz. Lalalala. Zack. Hm, 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 hm. Jetzt bringt ein Seelenpfeil 2,90 anstatt 75. Schaden. Lalalalalala. Ich will noch den albernen Kanalisiererplatt machen. Und schon haben wir den albernen Kanalisiererplatt gemacht. Naja, wie auch immer, diese Diskussion möchte ich ehrlich gesagt selbst nicht führen. Ich bin auch zu wenig informiert über gewisse Vorgänge, um da mitreden zu können, ne? Dementsprechend lasse ich das mal mit mit Gerüchten oder Spekulationen oder so, ne? Pfiou. Ich habe Gietzmeet auch nie geguckt. Irgendwie weiß ich nicht. Fand ich die immer nicht so toll. So. Hallo, Lendra. Schönen guten Tag. Wie wäre es, wenn ich mal den Spinnenschild nehme? Der ist leichter und ist entgiftend. schönen guten Tag. Lala, lala, nichts da, Link. Tschuuu. Eeyo. 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 Alles klar bei den Länderen. Mal sehen, ob hier... Waffe in Gefahr, okay. Muss ich reparieren. Oh, muss ich reparieren. Schütte, Schütte, Schütte. Ich habe keinen Reparaturpulver oder sowas. Natürlich ganz schlecht. Der Weg zum Schmied ist ja ganz schön lang. Wie viel Haltbarkeit hat sie denn? 79. Gut. Das wird reichen zum Normalkämpfen. Denke ich mal. Aber ich werde diese... Mal gucken, ob das wirklich reicht. Ich werde diese... Oh Gott. Es reicht nicht. Mist. Ne, das Kit habe ich nicht gekauft. Habe ich nicht an gedacht. Habe ich verpeilt. Weil ich so ein Profi bin. Naja, ich versuche es trotzdem. Ich habe ja im Notfall auch die Hellebarde, die ich benutzen kann. Gegen den Drachen, ne. Na, die kann ich doch tragen, nehme ich an. Hellebarde. Oder theoretisch auch das Claymore. Wobei mir aber die Hellebarde besser gefällt. Na, ja. Kann ich machen. Muss die zweihändig führen, ja. Also, ich bin immer noch leicht auf den Füßen. Kann im Zweifelsfall die Hellebarde benutzen. Gegen den Drachen, ne. Und dann könnte ich sogar das Pritzelzeug wieder draufhauen. Okay. Okay. Also, mal gucken, wie weit wir mit den Seelenpfeilen kommen. Wir machen es erstmal so. Ich kann Messeffekt nicht in 144 FPS spielen. Wow. Ach Gott. Es gibt ein Reparatur-Kit. Also, man kann beim Schmied, bei dem André of the Astora, kann man ein paar Sachen kaufen. Einmal eine Waffenschmiedekiste, eine Rüstungsschmiedekiste und eine Reparaturkiste. Kosten jeweils 2000 Seelen. Ist jetzt also nicht so teuer. Und dann kann man Waffen reparieren und aufwerten und solche Sachen auch am Leuchtfeuer. Das Einzige, was man da nicht machen kann, ist, die Waffen sozusagen auf die nächste Stufe zu bringen. Von 5 auf 6. Also, die Sachen, wofür man normalerweise eine Glut braucht. Blödi. So. Ich habe es heute Nacht weitergespielt. Okay. Wir versuchen es erstmal mit Magie mal sehen, wie gut er da so, ne. Also, ich habe ja alle Mass Effect 1 bis 3 Teile durchgespielt. Und für mich persönlich ist es so, dass mir Andromeda, obwohl ich es jetzt aktuell nicht spiele, mehr Spaß macht als Mass Effect 3. Ach, das war ja nicht hier. Das hat mir nicht so gefallen. War hier noch was einzusammeln? Ich weiß, das ist echt nicht mehr so. Ne, ich bin hier nicht gekommen. Ne. Irgendwas gab es hier noch einzusammeln. Ich glaube, da hinten noch eine große Armbrust oder so. Ich glaube, vielleicht nehme ich so leer mit. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Ich denke, der macht den Gegner nur schwerer, dadurch, dass er mitkommt. Und der überlebt doch sowieso nicht. So, ich lasse mal hier das Ding dann wieder laufen, ne. So, ich lasse mal hier. So, ich lasse mal hier. Ach. Ach, Mann. Ach, Mann. Ah. Da habe ich mich ja überhaupt nicht mit rumbekleckert gerade. Da auch nicht. Leute reden so viel. Ja, verstehe. Ja. Ja. Mir gefällt bei allem drumherum einfach das Charakterdesign. Die Lehre der Dialoge. Die relativ unspannende Geschichte ET10 nicht. Okay. Okay. Reden so viel. Na ja, gut. Also, ich habe versagt. Ich habe auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen, bisschen wenig aufgepasst, was ich hier mache. Ich mochte an Andromeda diesen Star Trek-Vibe. Ein bisschen, ne. Allein schon anhand der Uniformen sah es ein bisschen trecky aus. Also, nochmal den Spaß, ne. Und diesmal nicht so waghalsig. Diesmal überspringen wir das. Das wird natürlich auf keinen Fall reichen. Möp. Also, die 60 Seelenfalle werden nicht reichen, würde ich damit nun sagen. Da hat er mich noch erwischt, der Schweine hieß da. Möp. Nase hoch. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte die falsche Ich kriege von mir der Steuerung gerade nicht so richtig zurecht Ich werde es versuchen Ich werde es versuchen, aber ich habe Treffen mit der Helle Bade gerade nicht Ja genau, so sehe ich das auch Das geht wahrscheinlich vielen so Och Ich habe das ja richtig gut gemacht und schlecht Wir wollen doch einfacher nach dem Pitch Er macht auf jeden Fall viel Schaden Und nimmt nicht viel Schaden Aber diese Hitbox Mario Ich kriege das nicht hin Ich treffe da nicht Ich werde im Sommer einen Mowwind abhängen Ah I see Ich werde es nehmen Geh Ich bin ja nur kein Fan von Mario, muss ich gestehen. Ich finde den irgendwie doof, aber das ist so meine persönliche Marotte, sag ich mal. Na komm! Woah! 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 Ich hab mal versucht Morrowind zu spielen, das war mir letztendlich zu öde. Woah! Und Nase hoch? Ja! Na also... Oh! Man muss es aufnehmen! Haha! Haha! Danke! Ja, ich schätze mal, als Morrowind neu war, war es bestimmt... Hätte ich es bestimmt auch super gefunden. Mist! Oh Mann, oh Mann! Also das Neue war, war Morrowind, glaube ich. Ja, eine Bombe, also auf jeden Fall ein ziemlicher Wahnsinn. Oblivion muss ich auch mal wieder weiterspielen, das ist sozusagen... Es soll nicht auf dem Haufen der Schande landen, weil ich es eigentlich auch ziemlich geil finde. Und Skyrim, da bin ich ja ohnehin ein ziemlicher Fan von. Mist! Ich glaube, das war's. Jawohl! Danke! Mmh! Hm, 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 hm! Halder! Der Kampf war doch schon schwerer, als ich in Erinnerung hatte. Danke, danke. Oh, wie leise es plötzlich ist, ne? Huh! Mmh, 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 mmh. Skyrim gibt's auf der Switch? Mmh, hm, hm, hm! 25.000 Seelen. So viel hatte ich noch nie. In dem Durchgang. Ich glaube, die werde ich auch gleich mal tatsächlich für Level einsetzen. Stärke auf 16. Dankeschön, dass ich bestimmte Waffen nutzen kann. Auch einhändig nutzen kann, vor allem. So, Intelligenz. Vitalität könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen reintun. Wenn Skyrim für die Switch rauskommt, werde ich mir das holen. Ich vielleicht auch. Zauberei. Ich kann auf vier Slots gehen. Mache ich jetzt schon einfach nicht. Kondition. Geht nicht mehr. Gut. Oh! Danke, Peter. Dankeschön. So, Party People. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt traue ich mir auch zu, Fehler zu machen. Ist da was? Ich habe eine Idee. Und jeder weiß, meine Ideen sind immer brillant. Immer. Ohne Ausnahme. Und die Idee ist, dass ich diese Waffe hier, die ich jetzt in der Hand halte, aufwerte und dann hinterher zur magischen Waffe mache. Yeah. Brillante Idee, ne? Lalalalalala. Alles klar, Peter. Hallo, Peter. Zahke, Peter. Im AFK. Okay. Ich mag die helle Barde nämlich eigentlich ganz gerne. Die dunkle auch. Nein. Aber vor allem finde ich die helle Barde. Ich mag die Reichweite. Ich mag das Moveset eigentlich ganz gerne, wenn man mal ein bisschen ein bisschen aufpasst, ne? Mit dem Hund laufen. Alles klar. Viel Spaß. Erfolg. Glück. Und so weiter. Und in der blöden Hunde. Plonk. Weil, wie gesagt, in diesem... Warum ist der jetzt schon hier unten? In diesem Durchlauf... Warum kommen die runter? In diesem Durchlauf beschränke ich mich ja nicht auf irgendetwas. Nur Magie, nur Zestus, nur Bogen oder was weiß ich. Sondern ich spiele es einfach nur, wie es so kommt, ne? Und gucke, wo die Vanilla-Version halt ihren... so ihre Eigenarten hat, ne? Plop. Willkommen zurück. Hey. Willkommen zurück. Medias. Zack. Wer hier die Tüche kaputt haut, wird sofort geplättet. Außer... Außer... Außer mir. Interessant, dass die jetzt schon hier runtergekommen sind, ne? Nun denn. 5000 Seelen. Damit kann ich mir die anderen... anderen Seelenpfeile, die starken oder großen oder schweren, oder wie auch immer die hießen, kaufen. Sehr gut. Dann mache ich entweder das... Ja, ich glaube, ich mache das. Die Helle Bade werde ich auch, wie gesagt, auch upgraden. Aber erst mal... erst mal die Magie, ne? Bämst. 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 Was? Das ist nicht akzeptabel. Gehe jetzt Suppe umrühren. Okay. Viel Erfolg. Beim Suppe umrühren. Super. Ah, der Typ ist ja jetzt auch da. Wundervoll. Klar habe ich Interesse. Wundervoll. Ich bin dann... Gegenstand kaufen. Schwerer Seelenpfeil oder nochmal Seelenpfeil. Wir kaufen das einmal. Die normalen Seelenpfeil auch nochmal. Zauberwaffe ist natürlich auch nicht schlecht. Akustischer Köder habe ich eigentlich nie benutzt. Der hat auch noch diese geilen Ringe. Verstärkt Magie. Den muss ich eigentlich auch noch... auch noch haben. Aber noch habe ich nicht noch Seelen dafür. Aufsteigen geht noch nicht wieder. Seelenpfeil. Ein schwerer Seelenpfeil. Da habe ich schon 90. Das muss doch eigentlich erstmal reichen. Ich glaube, ich mache eine Sache noch. Ich möchte nämlich relativ gerne... diesen ostigen Eisenring haben. Ich glaube, dann gehe ich erstmal... in das Undead Asylum. Und überlege, ob ich vorher... diese Waffe hier noch upgrade. Ja, ich mache es. Zumindest so weit, wie ich komme. Die Hellebarde ist jetzt die... ist jetzt die Melee-Waffe der Wahl... in diesem Durchgang. Vielleicht später noch eine göttliche... wegen... wegen Nito. Mal werden wir sehen. Gucken wir mal, wie schnell der gecastet ist. Und wie viel Schaden der macht. Oh. Der ist so langsam. Aber er macht ordentlichen Schaden. sehr langsam. Gut, um Kämpfe zu beginnen. Ne? Das war damals wirklich noch so. Habe ich auch schon mal erzählt. Ich weiß. Als ich Dark Souls gespielt hatte... so ein frühes Mal, sage ich mal. Als ich dann das erste Mal sehen konnte, dass ich... Oh, ich kann Waffen auf göttlich mal... sofort gemacht. Weil viel mehr Schaden. hat natürlich nicht unbedingt zum dauerhaften Erfolg geführt. So. Ich habe eine. Mal sehen. Hellebarde. So. Wie viel kostet die hier auch? 800, ja. Ich kann sieben kaufen. Zwei bräuchte ich noch. Und... Also 1600 Seelen. Und noch ein bisschen Seelen zum Upgraden. Die kriege ich aber nicht so ganz so schnell zusammen, oder? Durch das Kram, was ich mit mir rumführe. 1600 kriege ich damit nicht zusammen. Das wird nichts. Da unten noch irgendwas platt machen. Ich könnte noch eine Seele... eine kleine Scherbe kaufen. Ich sehe gerade ein paar. Habe ich ja doch. Ich kann ja mal gucken, wie viel... Schaden ich an dem mache. Ich mache auch Schaden. Spinner. Schaden ich an. Schaden ich an. Schaden ich an. Oh. Oh, die Schweren sind alle? Gut. Macht nichts. Dann kann ich immerhin schon die Hellebarde wahrscheinlich auf 6 bringen. Na. Ha, richtig viel gibt er nicht. Aber ein Dämonen-Titanit. Gut. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. Ich brauche zwei. Insgesamt drei. Waffe-Verstärker. Hellebarde plus 5. So. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Seelen, um auf plus 6 zu kommen. Ja. Hellebarde plus 6. Gut. Wobei, eigentlich brauche ich keinen plus 6, um auf Magie zu bringen. Ich war jetzt gar nicht so schlau. Ne? Ich glaube... Ich wollte ja eigentlich zu Magiewaffe machen, ne? Dazu muss ich ja runter zu dem... Wie heißt der? Irgendwie, wie der Name auch immer heißt, ne? Ja. Ich muss ja sowieso runter. In Richtung Schandstadt. Also, können wir es ja auch ruhig versuchen, ne? Und wie gesagt, das nächste Wochenende, oder das kommende Wochenende, ist ja ein bisschen länger für die meisten, wegen Ostern. Da werde ich an einem der Tage wahrscheinlich dann meinen ZX Spectrum Retro-Steam machen. Jetzt habe ich ja endlich ein funktionierendes Gerät, was keine, sagen wir mal, auffälligen Macken hat, ne? Was auch jetzt schon erfolgreich Spiele geladen hat und so. Dann zeige ich ein bisschen, erzähle ich ein bisschen. Auch von früher, ne? So, helle Bade, Zauberhelle Bade. Ach, ich brauche eine grüne Scherbe, siehste. Ich habe keine grüne Scherbe. Werde ich aber unten in Schandstadt kriegen. Also, auf dem Rückweg wird es dann eine... wird es dann eine Zauberhelle Bade, ne? Ja, ich habe wieder vergessen, die andere Waffe, das Reparaturzeug mitzunehmen. Gut, ist jetzt aber egal. Ist auch jemand auf der PS4 Ring City? Ich ja leider nicht, wie du weißt, ne? Den Vega geholt. Also, ich habe jetzt drei oder vier ZX Spectrums. Und einer davon scheint ordentlich zu funktionieren. Alle haben so irgendeine, irgendeine ätzende, irgendeine ätzende Macke, ne? Aber einer jetzt scheint zu funktionieren. Aber der ZX Spectrum, das war so meine... Das ist so meine magische Kinderzeit, sage ich mal, was Computer angeht, ne? Das empfinde ich wirklich fast so ein bisschen als magisch. Aber, naja, da war ich zwölf, ne? Grimm sammelt Spektren, genau. 282? Ist so mit Alltagtechnik, naja. Schon. Schon. Aber... Es sind so Sachen... Da denkt man sich... Eigentlich... Hätte das auch ohne weiteres noch funktionieren können, weil es nur Mechanik ist. Also teilweise das Kassettenlaufwerk, ne? Kaputt. Na ja. Gewiss kommt ja ein Spektrum Next als Kickstarter. Wir werden sehen, ne? Ja, schwerer Seelenfall. Bams. Ich habe einen ganzen Haufen Originalkassetten vom ZX Spectrum. Ach, das ist ein dämchen Zeug. Lass mal liegen. La 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 la. Ich gehe an dem nächsten auch einfach mal vorbei, was? Und C64 habe ich auch einen funktionierenden. Sogar mit Diskettenlaufwerk. Ich bin halt so ein Fan der... Speziell dieser beiden Computer. ZX Spectrum, C64. Das waren so die... Die Computer meiner Kindheit, ne? Ich habe beide exzessiv, wie blöd... Benutzt. Kann ich jede freie Minute, so ähnlich wie jetzt. Bloß damals noch halt mit den alten 8-Bit-Dingern, ne? Ah-ha. Da. Oh, oh, oh. Hat er mit C64 angefangen? Der war doch super. Der C64 war einfach nur ein Traum. Dämlich. Kamera hier. Jetzt hier auf der Konsole wird man natürlich dann auch das, äh... Das, äh... Diese Framedops sehen, ne? Interessant. Mein erster PC war der Amiga 500. Den hatte ich auch. Den fand ich auch cool. Ne? Hab da viel Spaß mit gehabt, aber... Der war halt nicht mehr so der... so der... der Anfang, der Einstieg in meine... Computerzeit, sag ich mal, ne? Das war halt der ZX Spectrum. Und später dann der C64. Und ich hab auch viel programmiert, ne? Also... Man darf nicht glauben, dass ich ja nur gespielt hätte. Also ein richtig großer Zeit... Teil der Zeit war auch Programmieren, ne? So. Ciao. Ah, jetzt hab ich doch das Ding nicht gemacht hier, ähm... mit dem Ring geholt, ne? Naja, gut. Jetzt kommen hier die Framedrops. Uiuiui. Allerdings, als Spieler hat mich echt genervt, dass da immer noch... dass da immer nur... ein Knopf auf den Joystick unterstützt haben. Aha. Ja. Feuer oder nicht Feuer, ne? Haufen von Disketten. Und man hatte natürlich... als schlauer C64-Benutzer... hatte man Diskettenlocher. Damit man die Disketten, die verkauft wurden... als einseitig, auch zweiseitig nutzen konnte, ne? Manu? Ich krieg hier eine Nachricht. Ach du meine Güte. Einen Moment bitte. Einen kleinen Moment bitte. Ja. Na, mal sehen. So. Wurde gerade gefragt, ob jemand Lust hätte... so unter eine Fahrradtour zu machen. Ich weiß ihn noch nicht. Nehme ich mir die Mildred mit? Eigentlich muss ich mir die Mildred nicht mitnehmen, ne? Ich ging aber nach dem Amiga 500... zu den Konsolen. Ah. Bis... Über bis Mitte der 2000er. Hm. Was? Du hast die Suppe besiegt. Na, dann ist doch wundervoll. So. Ich glaub, ich geh einfach mal... ich geh einfach mal hin. Ohne mich groß um Mildred zu kümmern, ne? Oh Mann, ich muss so viel machen. Was denn machen? Kochen. Duschen, aufräumen, putzen, kochen. Ach, naja. Ich hasse Fahrradfahren, sagt Cree Alpha. Ich eigentlich nicht. Ich find Fahrradfahren eigentlich cool. Das macht schon Spaß. Vor allem ist es ja auch meine Methode der Fortbewegung. Abgesehen von Gehen, ne? Ich find Fahrradfahren eigentlich cool. Aber ich muss halt in Stimmung sein. Unanständig reich und Bedienstete. Ja. Bedienstete. Personal. Was dann im Gesindehaus wohnt. Ne? Chirubim, hallo. Neues Fahrrad? Sehr gut. Ach ja, reich sein wäre toll. Eigentlich muss man doch nur einen super geilen Bestseller schreiben. So a la Harry Potter oder Tribute von Panem oder irgendwie sowas. Und schon ist alles erledigt, ne? So. Schwerer Seelenfall. Nachteil. Lädt lange. Aber gut. Wir schauen mal, ne? So. Tada. Tada. So. Ja, wenn es so leicht wäre, klar. Es ist natürlich nicht leicht. 138 ist nicht so viel. Oder so. Spiel programmieren. Klar. Ich habe ja schon mal ein Spiel programmiert. Schon mehrere, aber die haben sich nicht verkauft. Ein bisschen sozusagen. Am besten ein Spiel, was es hinterher sowohl auf PC als auch auf Handy gibt. Weil Handy ist ein Riesenmarkt. Oh, toll. Plonk. Du hast schon ein Konzept. Ah, okay. So. Oh. Oh. Niii, niii, niiii. Niii, niii, niii. Hm. Dann kann ja nichts schief gehen. Da trifft's dir alle mit. Pokémon nicht vergessen. Ich spiele hier jetzt nicht irgendwie Bow-only oder Shield-only oder irgendwas in der Art. Ich spiele Damage-only, was? Ich spiele mal mit. 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 Hm. 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 Emery. Agonia. Hm. Bei Toos & Moon habe ich geweint. Ja. Manche Spiele lösen das aus. Manche Spiele lösen das tatsächlich aus. Filme, Spiele, Bücher. Warum auch nicht? Nee. Eins meiner Spiele streamen. Dann werde ich reich. So. Hm. 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 Hyper Light Drifter, kenne ich nicht. Wenn man sich auf 2D beschränkt, kann man alleine schon ein gutes Game hinbekommen. Okay. 20.000 zählen. Ich muss mal gucken, ob ich meine C64-Spiele wiederfinde. Leider gibt es so ein paar Klein-Node aus meiner Vergangenheit. Die finde ich nicht mehr unbedingt wieder. Ich bin Priscilla, wenn ich einen Namen noch... Ach, jetzt schon. Hallo. Oha. Der Name ist frei geworden. Dann würde ich aber echt zögern, den dann auch tatsächlich zu nehmen. Ach, ich vergesse, ich brauche noch grüne Scherben. Ich muss auf jeden Fall holen, damit ich das hier zu einer magischen Waffe machen kann. Oh, der. Ja. Ein Account, bei dem ich mal gesichert hatte. Okay. Das ist kein Heimkant. Stimmt. Stimmt. Nehmen wir mal ein bisschen... Nicht ganz so viel. Das Passwort verlegt. Gab es da kein... Zurücksetzen oder so? Ich habe keine Seele. Von mir aus leide ich den Eid. Dann kriege ich noch eine Pyromantie. Ich werde mal Folgendes tun. Wenn das so klappt wie früher, also wie... Wenn ich jetzt sage, früher, meine ich... Äh... Eigentlich so wie... So wie aktuell, wie gepatcht, ne? Dann gucke ich mal, dass ich eben noch den... den Seasless Discharge-Platt mache. Ne? Naja. Makalanias. Ich bin nicht blind unterwegs. Allerdings... Ich habe das Spiel schon sehr, sehr oft durchgespielt. Also ich kenne das gut. Aber ich spiele es jetzt... Ich habe es mal... Mal in der... Ich spiele es jetzt in der Vanilla-Version. Also in der Version ohne Patches. So wie es rausgekommen ist, ne? 10-Minute-Mail kenne ich nicht. Ich kann eigentlich nur empfehlen, für Kennwörter ein Kennwort-Verwaltungsprogramm zu nehmen, wie zum Beispiel KeyPass. Das ist mein Favorit. Alles da einzutragen und dann aber auch sicherzustellen, dass dieses... Dieses... Das Datei dazu auch an einem sicheren Ort liegt, ne? Man kann es insofern zurücksetzen, wenn da alles löscht. Auf der Konsole. Ach, du meinst mich gar nicht, ne? Okay. Zurücksetzen. Wapp, wapp, wapp. Falls du mich meinst, alles löschen, was du auf der Konsole hast, an Patches und Updates und so weiter, dann die Konsole vom Netz trennen und einfach den Datenträger einlegen, ne? Eine Mail, die zehn Minuten existiert. Ah, okay. Das ist natürlich sehr geil. Sehr gut. Für einmal Kennwörter oder so ein Quatsch, ne? Es scheint ja immer noch zu gehen, also... So wie gehabt, meine ich damit, ne? Warum bist du nicht blind? Du bist charismatisch. Dankeschön. Ja, was will ich dazu sagen? Warum nicht? Warum nicht? Ah, 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 ah. Nee. Steht hier mit Augen aus. Dann bin ich ja... Oder, oder, macht... Oder einfachere Variante Augen verbinden. Ne? Das ist zwar auch nicht blind... Blind A. Tada! Oha, noch eine gespeicherte Rolle. Vergiss das einfach mal. Schau... Schau in das... Witzdings. Ja, hier. Das ist ein Sehtest, ne? So, also, weiter gehe ich jetzt nicht, weil ich habe ja das Herrschergefäß noch nicht. Gibt es den Bug von dem Gegner noch in späteren Patches? Das ist kein Bug. Das eben ist gewolltes Verhalten. Ne? Also, wenn du hier mal guckst. Ne? Also, da geht es ganz weit runter. Da hinten ist die Lava. Er hat in der Lava gestanden. Er ist hier gefolgt. Und wenn du, als du weit genug gegangen bist, dass er eigentlich nicht mehr durch die Lava dir folgen konnte, ist ja gesprungen. Und hat sich da genau über meinen Kopf an der Kante festgehalten. Ne? Und dann hast du einfach auf seinen Arm eingeprügelt und er ist runtergefallen. Das ist kein Bug. Das ist... ähm... normales... gewünschtes Verhalten, ne? Das ist not a bug as a feature. Kennt man doch. La, la, la. So, ich brauche jetzt aber mindestens eine grüne Scherbe. Am besten zwei oder drei. Oder am besten noch mehr. Ne? Vielleicht kann ich ja... Ich glaube, ich werde einfach mal so... gucken, ob ich zwei, drei von den... von diesen komischen, äh... Dingern da plattmache, ne? Von den komischen Wubbel-Dubbel-Maden da, ne? Damit ich dann gleich zu dem Zauberschmied runtergehen kann. Und diese Waffe upgraden, ne? Das soll tatsächlich so sein, ja. Ich habe zwar den... den rostigen Eisenring nicht, aber was hilft's, ne? Man sieht immer wieder Sachen, die man noch nie gesehen hat, ne? Trotzdem gefühlt ein zigmal selber spielen. 20 mal... Ja, ich habe... Ich habe das Spiel wirklich, wie gesagt, echt oft gespielt. Ich habe viermal Platin gemacht. Und es ist bestimmt schon 50 Mal durchgespielt. Ist jetzt nur ein Daumen, aber kommt schon ungefähr hin. Trotzdem habe ich neulich in einem Stream einen Shiny gesehen, also so ein aufnehmbares Teil, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass es existiert. Ne? Es stimmt, man lernt immer was Neues. So, jetzt muss ich hier bloß wieder zurückkommen. Vergiftung ist klar, dass ich die jetzt habe. Und wir haben hier, äh, die üblichen Schandstadt-Frame-Rates gerade, ne? Auf dem PC ist es ja nicht mehr. Also, auf mal... Also, die Steam-Variante läuft ja absolut flüssig. Aber auf der Konsole... Das ist hier... Das ist ganz dolle so, ja. Es sind... Das ist das, die... Ne? Übel, ja. So. Ich glaube mal so zwei... Mal gucken, was kostet denn da ein Level? Okay. Okay, zwei Level packe ich mal in Intelligenz. Mal gucken. Mal gucken, ob ich die Viecher, die komischen Viecher, mit einem oder mehreren Seelenpfeilen platt kriegen kann. Wie gesagt. Ein paar... von den grünen Scherben bräuchte ich. Nice. Eins reicht. Eins reicht. Ich habe zwar den Schlangenring nicht, den Lutring, ne? Aber... Ich habe immerhin... Zwei... Menschlichkeit. Sexy. 12 FPS. Genauso sieht es aus. Eigentlich müsste ich ja meinen Farmerhut aufsetzen, ne? Mache ich gleich, wenn ich in... in Sicherheit bin. Bin ich in Sicherheit? Scheint so. Ich hole mal eben meinen Farmerhut, weil ich ja am Farmen bin, ne? So. Bin am Farmen, also Farmerhut, ne? Am besten so... 10... 5 bis 10... grüne Scherben. Nein, hier soll ich dafür nur zweimal Glück haben. Habe ich schon Glück? Eine große Scherbe. Naja. Auch nicht schlecht, aber nicht das, was ich gesucht habe. Der Farmerhut, ja. Ich höre jetzt... Ich höre jetzt... Ich höre jetzt leider nicht. Wenn du es gemacht haben solltest... Einen Moment mal eben. Nochmal so machen hier. Back from the Dusche. Du riechst wie kubanischer Cocktail. Wahnsinn. Ich danke dir fürs Folgen. Ich habe auch noch einen weiteren Wut. Käpt'n Blunt. Willkommen zurück. Den habe ich bei Red Dead Redemption getragen. Oh, richtiger Kaube von richtiger, naja, billiger Silve... äh, Faschings-Kaube-Wut. Aber immerhin. Ich habe das nicht eingestellt. Das kam offenbar von selbst. Ne? Ich habe das nicht geändert. Der Tauber, aus dem wir uns von der Brücke gesprungen. Nice. Und wir kriegen hier, glaube ich, den... Deine Waffe hier, oder? Ja, Schneider. Ich könnte den... Chloran-Tiering holen. Aber diese Frame-Rate hier unten ist wirklich teuflisch. Also, das... Das sieht wirklich so aus. Das ruckelt wirklich gerade so, ne? Wie kannst du so mit den älteren Jahren noch so Gaming-affin sein? Ja. Wieso nicht? Ne? Wieso nicht? Ging es in den 80er, 90er los? Oder bist du einfach nicht mehr... Oder einfach... Also, ich habe nie aufgehört. Also, die Geschichte, die... Die lange Geschichte ist... Ich habe mit zwölf Jahren ein ZX-Spektrum bekommen. Als Ersatz für ein Sabat-Telespiel. Was kaputt gegangen ist. Und da war mein Lebensweg bestimmt. Ab dem Moment. Jetzt tatsächlich. Also nicht nur, dass ich da jetzt so Spaß an der Sache habe. Sondern, ähm... Ich habe dann auch Informatik studiert. Und bin halt, ähm... Naja. Informatiker geworden, ne? Und es hat einfach nie aufgehört, dass ich da Spaß dran habe. Selbst mit meinen jetzt über 40 Jahren. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum ich jetzt mal aufhören sollte. Ne? Wir sind jetzt höchstens 25. Naja. Ja, in Hexadezimal passt es fast, ne? Das hat einfach nie aufgehört. Und ich... Ich habe auch niemals auch so blöde Sprüche wie... Bist du nicht ein bisschen alt dafür gehört, ne? Weil das nämlich totaler Quatsch ist. Socken ist nun mal besser als im Garten sitzen. Naja. Das finden zwar nicht alle. Und ich finde es auch nicht immer. Aber... Naja. Es hat halt nie aufgehört, ne? So. Ich habe jetzt aber nur eine grüne Scherbe. Ich brauche, wie gesagt... Ein paar mehr. Wenigstens 5 oder 10. Aber am besten... Am besten... Am besten 10. Dann müsste ich nämlich die Waffe schon upgraden können. Auf... Plus 5... Magische Zauberwaffe, ne? Ich bin auch relativ... Vielseitig, was Spiele angeht. Also... Ich habe nicht nur ein oder zwei... Ein oder zwei Spiele-Genres immer gefallen. Sondern es sind schon... Ich kann eigentlich den meisten Spielen... Den meisten was abgewinnen, ne? Bei deinem Bruder war es vorbei als eine Frau. Das kann sein. Na... Unmöglich passiert das bei mir dann auch. Aber... Momentan sieht das nicht so aus. Also... Die meisten älteren Menschen verlieren sich dann irgendwo im MMO. Aber dass sich jemand penetrieren möchte mit Dark Souls... Tja... Also eigentlich... Wenn du mal guckst... Da gibt es noch mehr Leute. Auch hier also in meinem Streaming-Bekanntenkreis, sag ich mal. Die auch mit ihren, sagen wir mal, älteren Semestern... So alt wie ich... Oder 5... 5 bis 10 Jahre jünger oder älter... Auch noch... Intensiv spielen. Auch solche Sachen hier. Kamerad Stefan... Auch genannt Honorius 69. Der spielt auch. Der spielt jeden Tag. Und... Andere hier auch, ne? Ich bin deutlich älter und spiele demnächst... Auch noch das... Ah ja, das zweite DLC. Siehst du? Also... Es ist vielleicht nicht allzu verbreitet... Mit... Sagen wir mal... Über 30... Oder über 35 Jahren noch viel... Intensiv zu spielen, aber... Passiert, ne? Also ich würde auch noch vom Rollator aus streamen, ja. Spielen. Auf jeden Fall. Stream das schon, glaube ich. Also wir machen das Ganze hier jetzt so lange... Bis wir 10 grüne Scherben haben. Mobile Gaming. Ja. Wo ist denn? Wo ist denn? Nob. Nob. Nun lasst mal was fallen, ihr blöden Gestalten. Ich bin natürlich jetzt nicht optimal eingerichtet. Wir haben hier wegen fehlendem Goldschlankenring. Aber eigentlich brauche ich ja nur zweimal Glück zu haben. Ja, stimmt schon. Es stimmt, Medias. Dropprat ist nicht so hoch. Aber ich muss ja nur zweimal Glück haben. Ich muss nur zweimal grüne Scherben haben und schon reicht das ja, weil die Droppen ja in Fimber stapeln. Ruckel, ruckel, ruckel. Auf der Arbeit sind auch viele über Mitte, 30 und 40. Ja, also ich habe auch zwei Kollegen. Die sind über 50. Die spielen auch noch. Wir spielen auch teilweise manchmal zusammen noch über Lahn in dem Fall. Wir treffen uns tatsächlich zu einer kleinen Mini-Kollegen-Lahn-Party. Und, und, und. Komm. Ich bin geblieben. Grüne Scherbe, fünf Stück. Das ist schon mal gut. Über 50. Und die spielen auch noch. Zwar nicht so viel wie ich. Warum? Zwar nicht so viel wie ich. Und nicht so exzessiv, intensiv, wie auch immer. Aber auch doch regelmäßig. Captain Blunt. Ich muss sagen, wenn man DS3 erst gespielt hat, ist DS1 nicht unbedingt so schwer. Glaube ich. Wobei mir DS1 trotzdem besser gefallen hat. Mir ja auch. Ich komme mit DS3 nicht so zurecht. Da zeigt sich vielleicht wieder Alter oder zumindest die Unwilligkeit, sich noch auf so viel Neues einzustellen. Ich hoffe, dass es mit den Heimatknochen reicht. Ich glaube, es ist generell so. Das erste Souls-Teil. Der erste, den man spielt. Ja, ist der schwerste. Ja, genau. Und dem anderen, was Geigenheinrich schreibt. Meine persönliche Einstellung stimmt. Also das Demon's Souls und Dark Souls. Also da schwankt es immer so ein bisschen hin und her bei mir. Welches ich in dem Augenblick gerade besser finde. Dark Souls habe ich deutlich häufiger gespielt. Deutlich häufiger, deutlich länger. Aber Demon's Souls habe ich auch. Also ich finde, ist auch eins meiner Lieblinge. Irgendwie scheiden sich stündlich die Geister, welches dann nun wirklich schwer, leicht, gut, schlecht ist. Ja, genau. Außerdem, die Diskussion, welches Souls ist besser, ist die Diskussion, welcher dieser fünf Pudding-Portionen auf dem Buffet schmeckt am besten. Das ist genau so eine sinnlose Diskussion. Das ist am besten, was man selber am liebsten mag. Es gibt nur zwei Souls, beziehungsweise ein Dark Souls. Also meine Lieblinge sind halt Demon's Souls und Dark Souls 1. Dark Souls 2 finde ich auch nicht schlecht. Tatsächlich. Habe ich sogar durchgespielt. Mehrmals. Da kann ich besser mit zurecht, als mit Dark Souls 3. Ja, ich spiele es gerade. Ich spiele ja gerade Vanille-Pudding, sozusagen. Ich mag lieber Schoko-Pudding, wenn das schon mal klar wäre. Schoko-Pudding mit Eischnee Und Zwieback Zwieback Eingebröckelten Zwieback Wenn man die Herausforderung sucht, sind alle Teile gut. Vor allem, wenn man Wenn man sozusagen auch So einfach vollständig Spielen will Die Souls-Spiele, ne? Klar Ich mag, wie gesagt, Schoko-Pudding Mit Eischnee Meine Mutter Konnte Schoko-Pudding nicht besonders gut machen Aber meine Oma schon Meine Mutter konnte andere Sachen gut kochen Und backen Und was weiß ich Aber Schoko-Pudding war nicht so ihr Sag mal Nicht so ihre Ihre Kür Ende nächster Woche kann ich Den PC aufrüsten Dann kann ich beginnen Mir DS3 eine Meinung bilden Ah ja Meine Oma hat Schoko-Pudding immer mit Mit Untergehobenem Eischnee gemacht Das war super Und da gab es keinen Nicht so süß oder so Keine Ich sag mal Die Omas Sag ich mal Aber die Großeltern Generation Kannte dieses Nicht so süß Oder Nicht so schwer Oder Nicht so lecker Kannten die nicht, ne? Die haben es so gemacht Wie es am leckersten war Mit Mit Zucker Und Butter Gute Butter Gute Butter Nichts von wegen Weniger Fett rein Oder weniger Zucker Oder sowas Na Oma Richtig leckere Kartoffelsuppe Mit frischen Zutaten Ja, siehste Die DS3 Ist wahnsinnig Ressourcenunfreundlich Und dieses Ohne Rücksicht Auf Verluste Kann man wahrscheinlich Sowohl auf DS3 DS3-Kommentar Als auch auf Die Sachen mit Den Omas Beziehen Mit dem leckeren Essen Ich hab hier echt Pech Wie gesagt Ich brauch noch einmal Omas machen Ist immer Also essenstechnisch Zumindest ja Essenstechnisch An diesem Richtig Ich geh mal ganz kurz Um Ecke Hab ich denn noch Kaffee Ich hab noch genug Kaffee Glaube ich Aber ich geh mal ganz kurz Um Ecke Ähm Und dann Machen wir noch kurz weiter hier Ich schätze mal Wir brauchen nicht lange Nicht mehr lange Mit dem Kram hier Und dann Und dann verlassen wir Schadenstadt Bis gleich Um Ecke Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh. Oh! Hat er mich mit seinem Nahkampf erwischt? Unglaublich. Unglaublich. 17 Uhr kommt mein Essen. Alles klar. Ja. Magische Hellebarde. Oder Zauberhellebarde. Ich fände es eigentlich toll, wenn die jetzt auch ein bisschen leuchten würde oder sowas. Fände ich gut. Man hört mal wenigstens die Magie wieder. Möp. Mist. Kinaumon. Kinaumon. Oh, oh. Bams. Oh, oh. Das könnte daneben gehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da muss ich aufpassen. Der letzte. Das ist halt nur die kleinen Seelenpfeile. Dafür gehen sie schneller. Wenn du dich ranhältst, gibt es auch was zu essen, okay? Ich müsste theoretisch noch einkaufen, aber ich habe irgendwie auch keine rechte Lust. Die notwendigen Sachen habe ich da, aber nichts irgendwie, sag mal, oi, 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 das ist böse. Nichts zum, na, sag mal, nichts zum Genießen, sondern nur zum Sattwerden. Aber, wie gesagt, First World Problems, ne? Ist mir schon klar, dass es uns hier ziemlich gut geht. Oh, oh. Oh, 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 oh. Böse, böse, ich stehe weit weg, das ist nicht gut. Einmal aus dem Rhythmus gekommen, ne? Einmal nicht aufgepasst, schon ist gelaufen. Wahrscheinlich hätte ich überlebt, wenn ich geblockt hätte, anstatt zu versuchen, zu entkommen. Och, Mann. Öp. Vielleicht sollte ich ihm einfach eine Lektion erteilen mit meiner Hellebarde. Oder eher mir, mal sehen. Nein. Öp. Öp. oh oh es ist schlecht vor ihm zu stehen aus dem Grund weil sein Magieangriff ist wirklich riesengroßes Areal, Reichweite wie ein D-Zug oh oh nein er springt weit weg vielleicht nehme ich wirklich die helle Bade ich glaube das geht besser muss bloß erstmal in den Flow kommen im Rhythmus fängt schon super an fahrradcomputer ist angekommen ok ich treffe mich höchstens so fahrradcomputer ich muss nicht vor ihm stehen das ist eine ganz schlechte Idee fahrradcomputer 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 wenn er trifft ist gut wenn nicht dann nicht das schade ist ja auch man darf nicht man darf ja auch nicht danach gehen ob man glaubt dass der Gegner schon wieder angreifbar ist also da gibt es ja so diese dämliche hitbox die noch ein bisschen auf dem Boden rumliegt die lingering hitbox nichtmals glaube ich oh no also wenn ich tatsächlich nach WF zurückziehe dann würde ich auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und würde ich jeden Tag auch einige Kilometer zusammenkriegen ehrlich gesagt und dann muss ich auch muss im Sinne von möchte ich das auch sagen wir mal mit tracken wir haben dann sicherlich mindestens 12 Kilometer pro Strecke so na klappt doch also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt dass der irgendwie leichter oder schwerer war als üblich sondern sondern einfach wie gehabt sozusagen roter Brocken roter Brocken ok ok und eine merkwürdige Puppe aus der Hölle eine Puppe aus der Hölle eine Puppe aus der Hölle hehehe ich kann jetzt leider nicht Heimatknochen benutzen weil ich keinen habe nimm zwei nimm zwei Softbrause hallo herzlich willkommen alles gut soweit ja soweit prima und Kasselpeyer auch hallo aufsteigen was nehmen wir denn intelligenz direkte direkte wir nehmen einfach mal die diese Seele 8000 8000 so den Schild von ihm hätte ich gerne von Oskar ich hoffe dass es mir gelingt nö so bestimmt nich hưö h primary wie gefehlt ihr Siberia ziemlich gut Also, das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Das ist ganz ein fett Wappenschild. Hat mir echt gut gefallen, Siberia. Also, wenn da jetzt nicht noch irgendwas ganz Komisches passiert, was mir das Spiel in irgendeiner Formatik macht, dann ist das das Spiel für die nächste Zeit. So. Fast schon alles da, was ich brauche, was ich gerne hätte. Ich möchte bloß ganz gern noch den Eisenring haben. Den rostigen Eisenring. Interessanterweise hat er noch eine Eisenkugel, eine Steinkugel. Geht auch so. Hey! Ich sag dir... Und du? Machst dich alles kaputt. Ja. Das tut es. Es bleibt auch bei Fatal Frame 5 am Montag. Also, keine unerwarteten Änderungen im Ablauf, ne? Beides allerdings, ja. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, warum ich bei dem anderen auf... Also, warum ich Fatal Frame 5 am ersten Mal nicht durchgespielt habe. Trag... Trantütigkeit. Oder die übliche Sache, dass mich irgendwas abgelenkt hat und ich nicht mehr reingekommen bin ins Spiel. So. Ja, alles klar. Wir sind hier durch. Wir haben alles, was es hier zu holen gibt, ne? Dann verschwinden wir mal. Jeder macht mal einen Fehler. Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. War das jetzt im gepatchten Spiel auch so, dass wenn man hier langgekommen ist und der Dämon unten tot war, dass dann das Loch offen blieb? Ich dachte, man könnte nochmal runterfallen. Also, dass es nochmal eingebrochen ist. Aber ich bin jetzt nicht so sicher. Mitten im Flug. Hat sich generell viel mit den Patches genannt. Ja, also zum Beispiel, dass die Bosse relativ wenige Seelen geben. Also zumindest Gargoyles haben 1500 Seelen gebracht. Manche Gegner kommen früher auf einen zu. Manche Gegner sind schneller, also die Aggro-Reichweite ist wohl ein bisschen höher. Der Klaffdrache hat relativ lange ausgehalten. Und das Rollverhalten ist ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Wenn ich, sagen wir mal, auf einen Gegner so ein bisschen schräg an ihm vorbei rollen will, dann rolle ich direkt auf ihn zu. Anstatt vorbei. So. Könnte ja sein, dass wir unter Umständen den Eisenring brauchen. Um später noch unten in Schandstatt ein bisschen rumzufarmen. Ah, no Londo? Nein, bin ich noch nicht. Ich gehe jetzt in Sens Festung als nächstes. Und von mir aus reden wir zusammen. Ah, Archer, ich will das. Sehr gut, Chester. Ich bin froh, ist es? Gegenstand verkaufen. Will jetzt nichts verkaufen. Farewell, Chester. Farewell. So, wie viele Seelen habe ich? 8000? Da ist der Pyramand. So, ich möchte noch ein paar, ein bisschen Magiekram von ihm kaufen, unter Umständen. Großer Seelenpfeil, kostet 6.000. Großer, schwerer Seelenpfeil, kostet 8.000. Zauberwaffe. Na, die wird natürlich bei der, bei der Waffe, die ich gerade führe, nicht, nicht funktionieren. Großer, schwerer. Zack, da. Also, Sens Festung, wie gesagt, ne? Wir nehmen mal den großen, schweren rein. Habe ich zwar nur 8, 8 Stück von, aber egal. Nio, nio. So. Also, auf. In die Festung. Hatten also nach, äh, nach Quilak einfach einen kurzen Abstecher ins, äh, ins Asylum gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ne? Oh, nein, 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 oh, nein. Hm. Zip. Ich könnte auch den Schmetterling machen. Warum nicht? Aber andererseits will ich auch erst mal in die Festung gehen. Der Schmetterling geht später vielleicht immer noch. Für den Fall, dass ich vielleicht eine göttliche Waffe brauche, kann ich mir das ja noch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Ich habe so ein bisschen generell den Eindruck, dass Seelen hier ein bisschen, also es ist ein bisschen schwerer an Seelen ranzukommen. Allein schon, weil halt die, die Bosse ein bisschen wenig Seelen geben. Zumindest Gargoyles, da ist man es ja gewohnt, ich zumindest, dass die Gargoyles, wenn man die gemacht hat, dass man so viele Seelen hat. Oh, cool, wie schlecht. Ich weiß nicht, dass man eine Waffe zumindest schon mal auf plus fünf bringen kann, aber wie gesagt, die hatten gerade mal 1500 Seelen gebracht, ne? Seele, Ritter. Möp. Möp. Ich wollte eigentlich parieren, aber ich war zu blöd. Ich bin halt regulär. Pre-Alpha sagt Tschüss und schönen Samstag. Auch dir einen schönen Samstag. Danke fürs Reingucken. Vor dem Schlangenmänder hatte ich früher echt viel Angst. Ich habe den immer quasi von unten gemacht. Mit Bogen. Das war ziemlich anstrengend. Aber wenn man es oft genug macht, dann merkt man ja, dass es nicht alles so, wie sagt man, sagt man so schön, ähm... Nichts wird zu heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Und jetzt versuche ich mal... Ach. Interessant. Das hat ja lange gebraucht, um hier anzukommen. Ich versuche gleich mal einen Trick, um hier die... ...die Wand schneller kaputt zu kriegen. Interessant. Weil ich glaube nämlich, wenn der... ...bestimmte Angriffe macht... ...ne, siehste? Der haut für einen die Wand kaputt. Ja. Generalschlüsse. Den habe ich zum Glück. Sehr schön. General Key Und dann kann mir der Typ nämlich hinterher coole Magien verkaufen Dann kann man sich das sparen mit der Eisenkugel Wieso sage ich immer Eisenkugel Kann man sich das mit der Kugel hier runtersparen Ja, hau die Wand Die Wand war böse War das schon immer so, dass die so rot leuchten Die Pfeile hier Wir holen uns selbstverständlich Den Ring Ja, ich habe mich auch sogar gefragt Cassio Bayer Den Witschpern nehmen wir mit Das zu, hallo Und haben wir die Ist noch nicht so weit, okay Aber gleich Gleich können wir den Ring holen Und dann wird alles gut Was für ein Schild benutzt du eigentlich Das hier ist Wappenschild Wappenschild gab es von Oscar Aus Aus dem Und nochmals hallo Keine Ursache Ist ein relativ guter Schild Vor allem Hat eine gute Magieabwehr Also zum Beispiel beim Kampf gegen den Schmetterling Ziemlich gut Ich glaube ich habe den vorhin gekillt Ja, dann hast du womöglich Hast du den Schild auch womöglich Hier auch wieder Ah Okay Die waren wohl früher auffälliger Diese Pfeile Okay Diesmal gehe ich einen kleinen anderen Umweg Weil ich noch einen bestimmten Ring haben möchte Achso Gut Wie schnell die hier reagieren So Ich gehe nämlich diesmal hier runter Hier gibt es einen Ring Den ich haben will Da hinten liegt er Da muss ich zwar noch einen Teil des Weges nochmal gehen Aber das ist jetzt dann einfach so Nämlich Wappenring ruhender Drache Da stand eben eine Eins hinten dran Ich glaube das war früher auch nicht so Ich glaube bei so einmaligen Gegenständen Stand nur Der Name dran Wappenring ruhender Drache oder irgend sowas Oder? War ich das falsch in Erinnerung? Der sorgt nämlich dafür Dass man keine Geräusche beim Laufen macht Kann man sich an manchen Gegnern vorbeischleichen Wenn sie nicht in deine Richtung gucken Ah Okay Da oben liegt auch noch ein Ring Aber den Ignoriere ich jetzt mal Ah Okay Ach wie oft denn noch Ich hätte jetzt eigentlich schon längst da lang rennen können Aber ich wollte es nicht riskieren Haben wir es auch erledigt Sehr schön Ganz im Gegensatz zu Den ersten ein, zwei Stunden des Spiels Fühle ich mich jetzt nicht mehr so dolle Schwächlich in dem Spiel Also die Waffe die ich habe Die macht ganz ordentlichen Schaden Die Magie Also die Seelenfeile die ich mache Macht auch Brauchbaren Schaden Also Gucken wir mal Wie wir in Mit dem Eisengolem und den Arnolunde zurechtkommen Den anderen mache ich auch noch Wenn ich mich richtig erinnere Gibt es da Eine große Scherbe Oder zwei Ein oder zwei große Scherben Der Schaden angepasst Also Angeblich habe ich gelesen Dass Gerade zum Beispiel Pyromantien wohl Sehr viel stärker waren In der In der In dieser Version Quasi in der Basisversion Magie weiß ich nicht so genau Das könnte man wahrscheinlich Auf irgendeiner Tabelle Ein bisschen genauer sehen Haha Ich mache es mal wie früher Den Typen auch tatsächlich Vorher Weckhauen Ach lol Schön Medias Was für ein Zufall So So Ich hoffe das ist wie Scanner hier So Sehr gut Ich will hier auch Zehn Heiltränke mitnehmen Ich bin mal gespannt Wie lange ich in Sens Festung bin Eigentlich ist Man denkt Man hört zwar oft schwer Und so weiter Aber eigentlich ist die gar nicht schwer Nicht so schwer jedenfalls Nicht dramatisch schwer Wenn man die Wege Wege erstmal weiß Das Dumme ist halt Wenn man nicht Dieses Leuchtfeuer hier kennt Ein quasi geheimes Leuchtfeuer hier Was ich gerade benutzt habe Dann Kann man natürlich ziemlich Frust haben Wenn man den ganzen Weg Von unten Von dem Schmied Bis hierher Nochmal läuft Weil man vielleicht beim Beim Eisenbolem gestorben ist Das ist natürlich dann echt übel Ja Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern Wie ich das erste Mal gespielt habe Jetzt dann könnte man den Aufzug Ja gut Den Aufzug Ja gut Den muss man natürlich Stimmt Hast du recht Den muss man eigentlich Auch erstmal aktiviert haben Deshalb gehe ich jetzt auch gerade hier lang Aus genau diesem Und nur diesem Grund Käfig-Schlüssel Kein Tapper Kein Tapper Ich finde immer irgendwie den Rücksprung Immer schwieriger als den Hinsprung Naja gut Man muss schon ganz nah dran stehen Damit man sieht Dass da was steht Ne Damit man sieht Dass da was steht Ne Ansonsten Sieht man nur Den Käfig da hängen Und das war's Aber wenn man erstmal weiß Dass da einer ist Dann ist natürlich echt hilfreich Mist Ich mag keinen Fußball Hau ab So Ein grauer Brocken Wie üblich Da hat sich nichts geändert So Gucken wir mal Ich mach nicht so viel Schaden Bei ihm wie es aussieht Hat aber wohl gereicht Ich glaub der Kaffee in der Thermoskanne ist inzwischen ein bisschen zu kalt Ich mach mir gleich nochmal neuen Dankeschön Ein bisschen Glück gehabt Nein So, zeigst du als nächstes, wie OS sich durch Friendly Fire töten? Ich fürchte, nein. Die machen, glaube ich, kein Friendly Fire. Da kannst du, glaube ich, machen, was du willst. Das wäre natürlich der Bringer, weil da musst du eigentlich nur die ganze Zeit um sie rumzirkeln. Die wären wahrscheinlich ruckzuck tot sonst. Es wird leider nicht gehen. Ich habe mir das schon ein paar Mal gewünscht. Wenn man das so sieht, wenn Smough seinen riesengroßen Hammer da durch die Gegend wuchtet, naja, und einfach so durch den Ornstein durch, naja, das klappt natürlich nicht. So, aufsteigen. Tot, 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 tot. Ich habe kein Dinges, oder? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Und der hatte sich damals eine PS3 gekauft. Und ich hoffe, es geht auch. Danke. Am besten... Irgendwie, Moment mal. Irgendwie geht das gerade nicht, wie es aussieht. Danke für den Versuch, Kante. Komm mal mit. Irgendwie klappt das gerade nicht. Es sei denn, Misarios hat ein Ding jetzt gekriegt. Ein Whisper oder so. Weiß ich nicht. Am besten per Twitch-Message. Sonst geht es mir irgendwie wieder verloren. Was wollte ich sagen? Naja, der hatte halt eine PS3 gekauft. Und Demon's Souls, weil er wollte gerne zu seiner PS3 auch ein exklusives Spiel haben. Landra macht das, alles klar. Danke. Und als ich ihn da besucht habe, hat er halt gegrinst und gesagt, hier, mach mal. Hat mir den Controller in der Hand gegeben. Und ich habe natürlich völlig versagt. Ich habe das Spiel nie vorher gesehen. Und er wusste, dass ich das nie gesehen habe. Sagte einfach, mach mal. Und ich habe voll verloren. Voll bei verloren und so weiter. Und fand es doof. Und irgendwann, irgendwann später habe ich es dann selbst nochmal zu Hause versucht. Als ich dann irgendwann auch eine PS3 hatte. Also da hatte ich dann Dark Souls mal versucht. Fand es ziemlich cool. Und später dann hatte ich dann auch auf diese Weise nochmal Spaß an Demon's Souls. Was? Kantenflimmern sollte noch einen Mod... Moment. Moment. Ein Mod... O-Partner haben. Anti-Aliasing. Ein Mod-O-Partner? Einen zweiten... Zweiten... Was? Ich weiß nicht genau, was du meinst gerade. Naja, auf jeden Fall, ich war nicht Spieler der ersten Stunde. Das Spiel gab es schon ein bisschen, als ich eingestiegen bin. Na komm schon. Meine Güte. Mann, das ist ein Grafikwitz. Kantenflimmern, Anti-Aliasing. Ja, aber ich weiß nicht, was ein Mod-O-Partner ist. Ein Mod-Partner, ein zweiter Mod wahrscheinlich. Ja, das... Okay. Shana, easy, Auto-Hosting. Danke. Antiträpesierung nannten wir es auch manchmal, spaßeshalber im Studium. Na, springst du in den Tod? Springst du in den Tod? Mhm. Mach's gut. La la la. Mh, 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 mh. Anti-Aliasing, ja, damals... Im Studium mussten wir uns mit sowas beschäftigen. Mit Grafik, Programmierung, OpenGL und sowas. Das Menschen hier gehören hat tatsächlich eine interessante Autokorrektur. Autokorrektur, siehst du? Ich habe auch nur Autokorrektur gelesen. Das stimmt schon. Aber ich habe da mehr hinter vermutet, als es eigentlich war. Oh, ich habe mich wieder da. Mhm. Mhm. Ich korrigiere Fehler schon von alleine, aber... Manchmal vermute ich hinter einem Fehler halt irgendwas anderes, was geplant war. Ja, ne? So. Mal sehen, wie es hier so läuft, ne? Lid, lid, lid. Mal gucken, ob die alten Tricks hier immer noch klappen. Ob die alten Tricks beim alten Spiel klappen, ne? Zum Beispiel finde ich es ganz interessant, dass der linke Riese auch auf mich aufmerksam wird. Das tut der im aktuellen Patch nicht so ohne weiteres. Wenn ich da einfach so an der rechten Stelle vorbeirenne, dann der linke ignoriert mich. Näh. Der wird mich wahrscheinlich gleich wieder heimsuchen. Ich werde mal versuchen durchzurennen bis zu einer bestimmten Stelle. Mal sehen, ob das klappt. Wenn ich jetzt auch nicht so schlimm. Das habe ich geahnt. Tock. Tock. Einmal tausend Seelen. Oh, wie der nachtrackt. Der ist hochgesprungen. Normalerweise macht er doch nur so einen Schlag nach vorne. Hat sich aber noch während des Sprungs so gedreht, ne? Da hat jetzt eine Baumarkt entstehen. Leider wollte ich mir sehen, wie viel Damage die macht. Ja, das ist ja... Das ist ja ein schlechter Service, ne? Und wie viel Stärke man zum Führen braucht, was? Na, das habe ich schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Nochmal. Das wäre doch so cool, wenn du im Baumarkt gehst und sagst so, hier, diese Axt, wie stark muss ich dafür sein, um die zu benutzen? Na, so und so. Aber wenn du es zweihändig nehmen, dann weniger. Das wäre sehr cool. Das wäre sehr cool. Wir werden es schon schaffen. Also an den blöden Rittern auf dem Balkon kommen wir schon vorbei. Hätte ich Giftpfeile, wäre es überhaupt kein Problem. Wäre es nur ein Geduldsspiel. Aber wir werden es schon schaffen. Wenn es ein paar Versuche dauert, ne? Dann erst mal pumpen gehen für Small Summer, aber sowas von. Allerdings. Der Small Summer, der wiegt doch mehr als man selbst. Der ist doch massives Metall. Also sieht so aus und hört sich so an, ne? Und macht auch so viel Schaden. Den kann doch kein Mensch tragen. Ausbauen wäre dann so einfach. Lalalalalala. Oh. Ohoho. Bye. Oh, danke du Spinner. Ich hoffe nicht, komme ich hier wenigstens. Leben durch. So. So. Zwar sucht zwei. Oh Gott. Ah. Ach, geht schon gut los hier. Geht schon gut los. Ich traue mich jetzt aber nicht anzuhalten und einen Estus zu nehmen. Das macht er nicht mehr. Der zieht nicht mehr sein Schwert. Ich glaube es ja nicht. Normalerweise war es echt immer so, wenn ich da hinkomme. Schwert gezogen. Ist ja unglaublich. Wie, versuch zwei. Versuch zwei heute. Mhm. Ja. Aber trotzdem geht es ja nicht immer, ne? Ist ja unglaublich. Vielleicht kaufen wir auch einfach ein paar Giftpfeile, ne? Und schieße die weg. Aber das wäre natürlich wieder ein langer Weg zurück. Das wäre auch doof. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht sollte ich wirklich bis an ihn rangehen. Also quasi auf Tuchfühlung. Das Blöde ist ja, die Pfeile sind so schwer und stark. Und wenn du da blockst, dann wirst du trotzdem umgestoßen. Oder zumindest stark zurückgestoßen. Das heißt, du kannst nicht einfach auf der Dachschräge stehen bleiben. Und blocken. Zumindest mit dem Schild nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Artorias-Schild oder so. Kann ich nicht sagen. Oh, diese langen Wege, was? Vielleicht an der Angriff. Ja, das kann sein. Das ist auf jeden Fall eine Änderung gegenüber der Version, wie ich sie kenne. Oder wie ich sie, sagen wir mal, inzwischen kenne. Ne? Mein Alter, die ich noch nicht belästigt habe. Wünsche ein schönes Wochenende. Ja, alles klar. Ebenfalls. Na, also wenn man mit einem Pfeil in der Größe eines Besenstiels getroffen wird. Dann macht das erstens Schaden und zweitens schubst es einen doch subtil zur Seite. Ich muss auch noch einen Kaffee machen. Also, sofern ich beim nächsten Neuchtfeuer angekommen bin, muss ich mir noch einen Kaffee aufsetzen. Bäm, 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 bäm. Ich wünsche dir das übrigens auch, Miseriosch. Ich werde nie wieder mein erstes Mal an dieser Stelle vergessen. Das ist auch, sagen wir mal... Ich glaube, das ist eine der Stellen, wenn man eine Statistik aufstellen würde, an denen mehr als durchschnittlich viele Runs enden. Vor allem die, die erstmaligen, ne? Ha, ha, ja. Genau. Beim ersten Versuch gepackt, dann unten rechts rein vom Silberretter getötet. Oh. Das ist natürlich bitter. Och, toll. Das passiert doch nicht. Dein Essen ist da. Yippie. Gratuliere. Dann. Viel Erfolg damit. Mhm. Ja. Dein Chinese macht noch Pause. Hm. Ich muss, wie gesagt, eigentlich einkaufen gehen. Habe aber uneigentlich überhaupt keine Lust. So. Nächster Versuch. Ich wollte gerade rollen. Ich wollte gerade rollen. Ich werde nachher mit meinem liebsten Soulsfreund schon eine Co-op auf PS3 machen. Ah, cool. Ich habe diese Werte nicht im Kopf. Aber dafür gibt es hier das Wiki. Ding, didi, ding, ding. Ich muss zumindest anders stehen. Ne? Weil das Dumme ist nämlich, was ihr vielleicht gerade gesehen habt. Ich stand ja mit dem Gesicht mehr oder weniger zur Wand. Ne? Oder so ein bisschen schräg zur Wand. Es gibt Reis, Baby. Schön. Ich stand ja schräg zur Wand mit dem Gesicht. Und wenn mich so ein Pfeil trifft, dann schleudert er mich nicht in die Richtung, die der Pfeil geflogen ist, sondern sozusagen in meine Rückenrichtung. Also wenn ich so stehe und ein Pfeil kommt von da, dann fliege ich trotzdem in die Richtung. Ich habe Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Knobi, Paprika, Tomaten. Ah. Nice. Knoblauch kann man weglassen aus meiner Sicht. Aber der Rest ist natürlich schön. Ich bin kein Knoblauch-Freund. Ich bin kein Knoblauch-Freund. Aha. Diesmal habe ich daran gedacht, mehrfach zu rollen. Oh. Oh. Hat nicht gereicht. Oh. Ich werde das schaffen. Also kann man sich darauf verlassen. Ich werde das schaffen. Fahrer, Freund, zeig mal deine Eckszene. Was? 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 Ich auch nicht. Muss was mit Vampiren zu tun haben, schätze ich. Ach. Ja, jetzt hat es ge... Hat einen Moment gedauert. Manchmal... Das Dumme ist, ich sage was, ich sehe was im Text. Ich kann oftmals den Zusammenhang zwischen Dingen, die ich vor einer Minute gesagt habe, nicht mehr so zusammenkriegen. Danke, Lemdra. Also wenn irgendjemand dann sagt sowas wie, sehe ich anders oder bei mir nicht oder so, dann habe ich manchmal den Zusammenhang zwischen dem, was bei ihm anders ist und dem, was er gerade gesagt hat, nicht. Moment. Ja, blödes Mistging. Mistkröte. Mein PC hat sich erst mal auspacken müssen. Der Trailer ist jetzt... Macht nichts. Geflüstert. Dankeschön. Ja, bei Stefan dauert es oft ziemlich lange, bis er auf den Chat reagiert, ne? Das habe ich gemerkt. Also teilweise ganz schön lange. Jetzt haben wir es. So, selbstverständlich will ich zehn Heiltränke mitnehmen, ne? Regelmäßig. Für den Fall, dass ich besonders viele Besuchersuche jetzt brauche. Ich wollte aber noch Kaffee machen. Das mache ich jetzt ganz kurz. Hat mal geflüstert. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So. Also. Einige wenige Minuten. Ich mache nur ganz kurz neuen Kaffee. Bin dann gleich wieder da, ne? Nun. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ich vorerst in dem Jahr das Phänomen erkannte, wenn ich ein Wort in Folge ununterbrochen dachte oder sagte, vergaß sich nach einer Weile die Bedeutung. Hm. Eigentümlich, aber ich habe das nie probiert. Endlich ist mein überteuertes Essen fertig. Sehr gut. Lass es dir schmecken. Crash, Chris. Danke fürs Folgen. Und herzlich willkommen. Für jetzt knapp 200, 305, 7 Franken bezahlt. Ich weiß nicht, wie viele 7 Franken sind. Ich werde nicht mal satt davon. Oh. Das tut mir leid. Also, erst mal Hydra und dann Sif. Wir versuchen es zumindest. Ich muss irgendwann mal den Mikrofonhalter mal ein bisschen ändern. Das Mikrofon sitzt zu tief. Wir sind immer mich am Mann. Ist das so, ja? Na, komm. Schmörb. 7 Franken sind ungefähr 6,50. Also, so etwa der gleiche Kurs. Ja, okay. Also, nicht großartig anders. Gut. Es ist dann schon eine Menge. Gleich werde ich eine Anwendung für den rostigen Eisenring haben. Ich habe einen Schweizer Narren gefressen. Comedian, Streamer, egal was ihr als Unterhalter hervorbringt. Irgendwie großartig. Ach so. Als Mod auf jeden Fall auch. Als Mod ist er großartig. Das ist viel Geld, ja. Ah. So, ich werde es so machen, dass ich die, ähm, die Golems, die müssen natürlich erst weg sein, ne? Bevor ich mich an, in Richtung der Hydra wage. Ach, die sind relativ magieresistent, was? Ich finde euch Deutsche viel lustiger. So sind die, äh, die Wahrnehmung halt. Ich bin ein lustiger Mensch. Lustig, lustig, popostig. Und? Hehe. Mehrzahl von Kanton. Das wäre auch mal interessant. Ich weiß die Mehrzahl nicht. Da wohnen dann lauter Kantonesen. MZ, Mehrzahl, Plural, meint er bestimmt. Er oder sie? Ich weiß es gar nicht. Ja, alles klar. Kantone. Äh, was war da? Was war da? Was war da? Ach, nix. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Wie bei Skyrim, ne? Schießt ein paar Mal auf jemanden, hat ein Pfeil im Auge stecken. Wenn er dich in ein paar Sekunden eigentlich eher nicht sieht, dann vergisst er dich wieder, ne? Kantone. So. Huch, er hat sogar blauer Brocken. Das ist sehr gut. Die werden wir, werden wir sogar brauchen. Für die, äh, für die aufgewertete Waffe, ne? Fun Fact About Germany. There is no fun. Go back to work. Okay. Mhm. Ah, die Zockerrunde. Ich müsste noch vieles, was ich... Ja. Du musst doch eigentlich wissen, ne? There is no fun. Go back to work. Ach, das ist lustig. Möp, das ist nicht lustig. Ich sehe schon kommen, dass wir die noch farmen, die gestalten hier. Ich muss jetzt bis zur Hydra zu Fuß kommen, denke ich mal. Zu Fuß, wie sonst. Also hingelaufen kommen. Öh, Mittelrolle. Öh, Mittelrolle. Öh, Mittelrolle. Meine Fresse. Ach, okay. Und dann... Und dann mal sehen, ne? Ich habe gestern ganz nostalgische Interviews über die 90er Techno-Szenen in Berlin geguckt. Hm. Cool. Ach, in den 90er Jahren. Also... Man wird es mir nicht glauben. Aber ich war früher auch mal Discogänger. Mal sehen. Magie funktioniert. Grundsätzlich zumindest. So, aber nicht. Zu weit weg. Okay. Möp. Na gut. Immerhin getroffen. Ich kann gleich lesen, was da steht. Okay. Okay. Woa. 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 Warum kann er nicht mehr kommen? Der lebt noch, hm? So. Mich haben wir uns hier ja als kein Kominium und eine Anekdote über die Autobahngeschwindigkeiten. In Deutschland wirst du geblitzt, in der Schweiz wirst du gemalt. Und 70 Kilometer von der Grenze weg fahren sie alle mit 170 Minimum. Daran steil. Der Autobahntouristen der Asiaten. Ich habe ihn noch nie gehört von, ehrlich gesagt. Bei uns sagt man nicht vergeben, wir müssen uns langsam beeilen. Schön. Ich nehme das mal auf. Einfach mal nur aus Spaß. So, jetzt kommt auch gleich als nächstes, wenn ich denn keinen Mist baue, Kamerad Siff. Schau mal. Eigentlich müsste ich ... Ich werde mal ganz kurz das Spiel neu starten hier an der Stelle, damit ich gegen den komischen Golem da antreten kann. Um dann die Dusks zu retten. Wir müssen uns langsam beeilen, ja. Aber uns sagt man auch sowas, wir müssen langsam los oder wir müssen uns langsam auf die Socken machen oder so. Aber gleich kann ich auch wieder Rüstung anziehen, ne? Ah, ich will selber DS1 spielen. Es macht so viel Spaß, hier zuzusehen. Das ist ja nett. Nachbarn kommen nach Hause. Naja. Noch ein Wort, das ich vom Streamer aus der Nähe Zürich immer wieder höre. Respektive. Höre ich selten. Also ich habe das schon mal gehört, aber ich ... Das ist tatsächlich selten. Tut mir leid, Kante, das zu hören. Ja, das sollte ich mir aufsparen. Für den Kampf gegen Siff. Hm, hm, hm. Hier ist es echt hilfreich, jetzt einen Eisenring zu haben. Weil man sonst so langsam im Wasser ist, ne? So langsam wie in Wirklichkeit. Dusk of Ulazile. So, es ist du, der mich mit mir rescatet. Sehr geehrte, ich bin tief. Ich bin Dusk of Ulazile. Ich komme aus einer Zeit, lange bevor dein. Ich kann nicht hier lange bleiben. So, bevor ich erscheine, allow me to ask one thing. My home, Ulazile, is the home of ancient sorceries. My hope is the past sorcery. Na, selbstverständlich. Ich mag die Stimme so. Dann kaufen wir doch mal ihre Magie, ne? Also ihre Zaubersprücher. Licht speziell kann uns sehr hilfreich sein in den Katakomben. Ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber schon hilfreich. Und Reparatur. Ich glaube, sie hat das. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hat das. Und dann gibt es ja noch Chameleon, was ich, ehrlich gesagt, ganz selten benutze. Na ja, haben oder nicht haben, ne? Und sie hat einen besseren, äh, besseren Dingens, glaube ich. Einen besseren. Ah, ich glaube, ich muss noch mal auslocken, oder? Oh, nee, sieh. Guck mal hier. Oder? Oder? Ich habe mal gesehen irgendwann, dass die ihr, ihr, ihr Rufzeichen. Hier. Wisst ihr? Ganz schlecht zu sehen. Wahnsinn. Normalerweise in, in der gepatchten Version ist das irgendwo hier, wo man es deutlicher sieht. Gegenstand kaufen. So. Verborgener Körper. Warum nicht? Lichtschein, sehr gerne. Verborgene Waffe brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Chameleon-Reparatur. Und der? Magie-Bonus 180. Kaufe ich. So, die anderen Sachen. Reparatur. Werde ich nicht brauchen. Chameleon. Verborgene Waffe auch nicht. Aber ich erlerne noch eine Geste. Warum nicht? Wenn du in der Neue brauchst, beprägt mich wieder. Ich will nur, dass ich ein paar Gäste sein bin. Sehr gut. Also. Kann hilfreich sein. So, und wenn man hier unten lang geht, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dann kann man sich die 20.000 Seelen für das Artorias-Siegel sparen, die man die man bei äh dass man bei bei André of Pastora kaufen kann. Was bringt verborgene Waffe? Dann ist die Waffe unsichtbar. Na, ist vielleicht im PvP nicht schlecht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da Gegner drauf reinfallen. Also NPCs. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Lichtschein macht das, was es sagt. Licht, ne? So. Jetzt kann ich aber auch wieder einen anderen Ring anlegen hier. Und auch wieder Rüstung anziehen. Die schwarze Lederrüstung. Und die schwarzen Lederhandschuhe. Ja, genau. Dafür könnte es einen gewissen Sinn haben. Ist aber eigentlich auch eher exotisch, sage ich mal. Wird kaum... Also ich habe es bis jetzt eigentlich nie gesehen, dass es jemand genutzt hat. Viel lustiger für PvP. Wenn man es denn mal macht, ist eigentlich Chameleon. Wenn der andere... Zumindest wenn der andere nicht... Sagen wir mal, nicht so doll im Bilde darüber ist, ne? Über Chameleon. Dann kann man sich nämlich tarnen als ein Objekt in der Umgebung. Das kann unter Umständen sehr lustig sein. So. Ich muss bloß gucken, dass ich hier in Ruhe zu Sif komme, ne? So bestimmt nicht. Wirkt nur bis zum ersten Mal... Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Lila Moosklumpen. Ich bin auch nicht der PvP-Spieler. Vor allem nicht der PvP-Spieler. Versteckt habe ich mich in DS2 im Schloss Drangleic. Schon als ich invaded wurde. Ja, ich habe das auch mal gemacht. Also das war... Ich will es jetzt nicht beschwören. Bei Dark Souls 3 gibt es das auch, oder? Also da gibt es, glaube ich, einen Gegenstand, den man benutzen kann, um sich als Gegenstand also als so zu tarnen. Das habe ich mal benutzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dark Souls 3. Das habe ich mal so weit getrieben. Also habe ich gemacht und der, der, der mich entwäldet hat, hat dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ich habe die Welt wieder verlassen, ne? Tja. Ich war eine Vase bei den sechs Ruinenwächtern in einem der... Ach, cool. So. Ja, jetzt mal gucken, ne? Ich weiß immer nicht, in welche Richtung ich loslaufen muss. Ach du, meine Fresse. Gebt Ruhe. Genau, da war ein Item. Ich habe es, wie gesagt, einmal gemacht, weil ich habe ja auch immer keinen Bock auf invadiert werden und auf PvP und sowas, ne? Das nervt mich ja zu Tode immer, wenn ich das, wenn ich das schon mitkriege, ne? Dass ich invadiert werde. Und deshalb... Und deshalb versuche ich dann halt immer dem aus dem Weg zu gehen. Oder wenn ich merke, dass derjenige... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wenn ich merke, dass derjenige sich nicht foppen lässt, dann stürze ich mich halt in den Tod. Das mache ich auch einfach. Ah, da ist der Magier. Der Magician. Und ich verstecke mich mal hier hinter. Als Vase-Tan abwarten. Genau, wenn man die entsprechende Geduld hat, ne? Ich könnte natürlich versuchen, einfach dran vorbeizurennen. Aber ich kann es auch so versuchen. So. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich habe hier eine Nachricht auf dem Handy gekriegt. Das ist jetzt... glaube ich... Okay. Alles klar. Okay. Es ist schon 18 Uhr. Wahnsinn. Ich renne hier lang. Ich renne hier lang. Ich versuche hier lang zu rennen. Ich versuche hier lang zu rennen. Ich gehe gleich tot. Wahrscheinlich werde ich gleich getötet. Ich rede dann am besten mal mit der Katze. DS3 ist so assi, da freue ich mich auf jeden, wer da nur auf mich zukommt und killt. Okay. Okay. Ich nehme mal spaßeshalber hier die Steinrüstung mit. Auf YouTube gibt es auch etliche DS2-Invade-Videos mit allmöglichen Verkleidung. Aha. Moveset-Änderung. Steinzeug. Einer Geisten scheint der Parier durch zu sein, mit dem man am Gegner hochlaufen kann. Okay. Na ja, wie gesagt, ich mache ja eigentlich eigentlich kein PvP. Ich habe einmal bei so einer Veranstaltung mitgemacht. Bei, das war hier so, ähm, wie hieß das hier? In Sens Festung gab es mal so ein PvP-Event. Das fand ich cool. Da habe ich mitgemacht. Aber das war auch, sag mal, äh, sag mal, es war extra, ne? Es war, ich habe mich darauf eingelassen. Ich wollte ja das, das ja tun, sozusagen, ne? So. Lass die mir nicht im Weg rumlaufen, ne? Und das war auf eng begrenzten Raum, ne? Also, ich gehe hier aus einem ganz bestimmten Grund jetzt hin. Dort vorne ist eine Kiste. Und ich will den Inhalt dieser Kiste. Ne? Der Inhalt dieser Kiste ist nämlich eine Glut. Nehmen wir doch mal einen Seelenpfeil. 146 Schaden. Guckt mal, ich habe 146 Schaden gemacht. Und es sind weniger als 10% Schaden, die derjenige genommen hat. Ne? Ich muss die eigentlich beide locken. Die sind zum Glück nicht so schnell. Ich beide mal durch die Regenglocke hier. Dann kann ich sie eigentlich weglocken, hoffentlich. Und mir dann die Kiste schnappen. Die sehen so lächerlich aus, ne? Aber wenn die zuhauen, dann da wächst kein Gras mehr. Also wo die zuhauen, ne? Und wenn auch. Blaue Blut, ne? Die brauche ich für die nächste Ebene der Magieverzauberung. So. Haben wir. Powerstance in DS2 ist je nach Waffenkombi. Ich meine, trägt auch interessant. Na ja. DS2. Habe ich auf jeden Fall... Das habe ich wenigstens durchgespielt. Mehrmals. Hat sogar Spaß gemacht. So. So, so. Also. Wir können ja sowieso keine... Keine... Beschwörungszeichen legen, ne? Also müssen wir hier... Wir müssen hier alleine zur Rande kommen, ne? Ich werde mir den Hornissenring holen. Der wird mir später bei Gwyn, glaube ich, helfreich sein. Sie werden sehen. Und haben will ich ihn ja sowieso. Lalalalalala. Hornissenring. Eins. Ne? Nicht nur Hornissenring, sondern einer davon. So. Okay. Moment. Ich muss mich jetzt schon wieder einschalten. Deshalb. Mann. Ist auch eine schlechte Framerate hier bei dem Kampf. Ich bin. Ich muss dich! Ich muss dich! Ich muss dich! Es ist jetzt nicht besser. Ach Mist, was war das denn? Das war ganz dumm. Sehr coole Musik hier immer, ne? Also die Bossmusik bei den Souls-Spielen finde ich immer ziemlich geil. Da hätte ich jetzt eigentlich einen magischen, magischen, magischen Angriff machen können. Aber, habe ich mir nicht getraut. Naja, das klappt natürlich nicht. Ne, ne, ne. Da wird schon etwas tran-tötig. Da kann man auch durchrollen, ich weiß es. Aber das ist, das ist irgendwie gefährlicher. Also irgendwie kriege ich das Timing nicht hin. Möp. Oh, gefährlich, wenn man den Lock verliert, ne? Und wenn die Framerate runter geht. Blast! 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 Die ist ausgeweiche. Ekelhaft. Macht er nur noch. Bäms. Bund des Artorias. Und Seele Wolf Siv. Und kein Heimkehrknochen. Ne, habe ich noch Heimkehrknochen? Ne, ich muss zu Fuß zurück. Man glaubt es kaum. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Das ist natürlich jetzt echt schlecht. Dass ich zu Fuß zurück muss, ne? Ich meine, ich könnte die Seelen einfach ignorieren. Aber es sind 30.000 Seelen. Ja, es hilft ja nichts. Man kann das Spiel ja nur so schaffen. So, also. Eigentlich ganz einfach. Angenommen, deine Waffen brauchen 20 Stärke. 1,5 Mal so viel. Macht mehr Damage. Gut. Das ist aktiv. Merkt man daran, dass die linken Hand höher gehalten wird. Wie Peter hat sich noch nie beschwert. Ja, das ist richtig. Jetzt muss ich aber wieder rauskommen hier. Ha, ha, ha. Und ich habe keinen Heimkehrknurren. Und ich, ähm, kann die Tür auch nicht von innen aufmachen. Ich glaube, ich sollte mal einen Teil meiner, meiner, ähm, Seelen darauf verwenden, Heimkehrknochen zu kaufen, was? Ich glaube, diesen Weg bin ich fast noch nie gegangen. Diese Richtung. Jetzt muss ich mich natürlich auch an den Leuten da vorbei. Obwohl, ich könnte natürlich eine Sache machen. Ich trete einfach dem, ich trete jetzt einfach ganz opportunistisch dem, dem Eid bei. Ja, ne? Ist es nicht, dass du mein Flügel, die die Schmerzen der Schmerzen von deinem Leben? Dann lassen die mich in Ruhe. Patzeneidring. So. Jetzt steht hier nämlich auch der Kamerad. Und der Kamerad hier, den man nicht aufschalten kann, der steht ja jetzt noch viel weiter an der Kante als vorher. Ich glaube, der stand doch jetzt in der gepatchten Version irgendwo hier, oder? Oder hier so. Ist ja interessant. Naja. Wenn ich den töten würde, würde ich seinen Ring kriegen. Aber das ist es mir jetzt nicht wert. Und ich denke, ich kann die Tür nicht von innen öffnen. Dazu brauche ich tatsächlich dieses komische Siegel, ne? Ja, es gibt überhaupt gar nichts. Also es gibt überhaupt keinen Dialog. Na gut. Das heißt, ich muss zurückgehen. Hätte ich mal vorher dran denken sollen. Erstmal den Weg zurück wieder finden, ne? Ja, ja, ja. Den Weg zurück finden. Halb oder so. Weiß ich nicht. Ein paar Bäume müssten sich hier noch aufhalten. Obwohl, ein paar davon habe ich schon platt gemacht, denke ich. Aus der Richtung bin ich quasi noch nie gekommen. Da vielleicht? Oh, guten Tag. Das war auch einer der Dinge. Na, ich meine, jetzt sind es keine gegnerischen Gestalten. Ich weiß nicht, ob es da gehen würde. Diese halb durchsichtigen, diese fast unsichtbaren, die konnte man nicht aufschalten. Ja, Weg finden, ne? Ich bin nur bei der Kleinen. Ich gehe nicht zu den großen Katzen. Ich gehe nicht, nicht freiwillig gehe ich zu den großen Katzen. Never in the Leben. Da hinten ist noch diese Ostrüstung, ne? Oder Ost, irgendwie was. Es sei denn, ich verlaufe mich und bin trotzdem gleich da. Ich kann echt in aus der Richtung hier den Weg zu finden? Warum denn so widerspenstig? Ja, die... Die sind doof. Mag ich nicht. Ach, Mann. Ich finde den Weg nicht. Ja, 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 ja. Jetzt ist mal das gleich mit mir und meiner Orientierung. Ich bin nur... Deshalb komme ich relativ gut hier zu Rande, weil ich das schon so oft gemacht habe. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Aber hier gehe ich normalerweise überhaupt nie lang. Das sind die albernen Bäume. Er hat was fallen lassen. Ich habe es gesehen. Ist mir egal. Ja, herrlich. So, ich kriege alle mit einem Klumpen. Ist mir eigentlich halbwegs egal. Ja, ist östliche Kram. Das nehme ich üblicherweise nicht auf, weil ich grundsätzlich keine Rüstung mag, die laut und klapperig sind. Also dieses Klack, 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 was man an jedem Schritt macht. Das nervt mich ziemlich. Außerdem ist man dann meistens... Langsam. Verdammt, wo ist dieser Weg? Ich finde ihn nicht. Der Weg zurück. Wo ist der Weg zurück? Hier. Hier. Gut, 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 gut. Nein, die Leiter. So. Der Rest ist, würde ich mal sagen, einfach nur noch laufen. Fleißarbeit sozusagen. Und am besten nicht runterfallen. Das wäre jetzt noch die... Das wäre ja die Höhe. Wenn man jetzt noch runterfällt. Das hat meine Mutter früher immer gesagt. Wenn sie irgendwas ätzend fand, dann sagte sie immer, das ist ja wohl die Höhe. Und wenn sie mir klar machen wollte, dass ich mich irgendwie gerade dumm verhalte, dann sagte sie, du hast ja wohl ein Tüdelütütütüt. Tüdelütütüt. Lala, lalala, 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 lalala. So, jetzt können wir hier lang und wir können dann auch theoretisch schon zu den vier Königen. Also zumindest nachdem wir uns den Weg freigemacht haben. Die vier Könige sind jetzt technisch möglich, sage ich mal so. Machen wir die jetzt? Nein, ich glaube erst mal... Obwohl, erst mal in die Richtung, warum nicht? Ich kann ja zumindest schon mal zu dem Schmied gehen und die Waffe auf... Wie nennt sich das? Verzaubert oder so, ne? Wir machen, ehe du bei Framp bist. Äh, das wird nicht gehen. Ich habe mit der anderen schon ges... Obwohl, ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe mit ihr gesprochen. Ja. Aber ich habe das Dingens, das Herrschergefäß nicht platziert. Du hast noch nie die andere Schlange gesehen. Hm. Okay. Ich verstehe. Ich baue mal ein paar Level jetzt. So. Mit der Glut kannst du nichts anfangen, ne? Ich kann hier... Ich könnte hier... Ja, das macht keinen Sinn alles. Ja, ja, genau. So sieht es aus. Ich weiß bloß nicht, ob es egal ist, ob man mit Framp vorher geredet hat oder nicht. Ne? So, jetzt kaufen wir vielleicht auch nochmal... Das hier brauchen wir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Diese... In die Reparaturkiste, die nehme ich noch mit. Don't get yourself killed. Don't get yourself killed. Also runtergeportet habe ich noch nicht. Ich habe nur mit der Schlange gesprochen. Ich kann mich ja mal hier dransetzen. Und mal zum... Feuerbandschrein teleporten. Aber vorher kann ich ja mal aufsteigen. Wie viel geht? Zwei Level. Zauberei. Geht auf fünf. Jo, machen wir. Kriegen wir einen weiteren Platz. Hätte ich auch so machen können. Egal. Einen weiteren Platz für Zauberei. Und eigentlich müsste doch jetzt auch der... Logan sich da aufhalten, ne? Am Feuerbandschrein. Warum nicht? Oh, hello again. I was waiting to tell you. Mars... And he tells me that he... Well, we are both... He's just over there. He's just over there. Huh? Huh? Just over there. Hm. Du darfst auch nicht reden, meine ich. Hm. Naja. Macht ja nix. He's just over there? Na. Oh, hello. I appreciate the attention. That will certainly... Gegenstand kaufen. Hm. Zauberwaffe. Bringt nix, weil ich ja ne magische Waffe habe. Zauberschild bringt vielleicht was, aber... Ich glaube, ich kaufe... Das doch nicht. Ich hab nicht genug. Goodbye then. Do stay safe. Do stay safe. Ich würde auch mal gucken. 211? Ne, eigentlich ist das kacke. Entschuldigung. Magie-Bonus ist 211 bei dem normalen Holzbeschleuniger. Und bei dem Urazil... Ist er schlechter. Sehe ich das richtig? Ja. Der hat nämlich ne A... Ne höhere... Höhere Skalierung, ne? Hm. Mal sehen. Ist jetzt Meister Yoda... Hier... Vorhanden? Nein. Oh, hello. I appreciate your attention. That will... Hm. What's that? Pass auf. Kurz speichern. Vielleicht muss ich das auch noch mal machen. Ich hab ihn befreit. Sonst würde er das ja auch nicht sagen, dass der... Dass Meister Logan zurückgekehrt ist, ne? Für Speedrunner natürlich überhaupt nicht gut, das hier auf der Konsole zu spielen. Wenn man die... Diese Startvideos nicht überspringen kann, ne? Der Typ ist nicht da. Logan. Na. Dann werde ich ihn vermutlich... Im Gefängnis unter der Bücherei fest. Tja. Also ich hab ihn auf jeden Fall befreit. In der Insenzfestung. Und womöglich ist er jetzt schon gleich weitergegangen. Nachdem ich jetzt das Herrschergefäß habe. Natürlich nicht ganz ausgeschlossen, ne? So. Ähm. Ja. Hab ich denn noch Instant-Seelen? Jawohl. Komme ich auf 20.000? Ja. Dann kann ich ihm nämlich den Ring für die höhere Magie... Den höheren Magie-Schaden abkaufen. Verstärkt Magie. Zap. Hm. Nun direkt Four Kings. Ich werde es mal versuchen. Alright. Ich muss natürlich erstmal den Weg freimachen zu den vier Königen, ne? Ist ja klar. So. Und da habe ich natürlich noch ein paar Geister... ...vor mir, die ich erstmal loswerden muss, ne? Schätze. Ich versuche es mal so. So. Verstärkt Magie. So. Dann könnte ich aber doch theoretisch die... ...die Hellebarde jetzt auch noch eine Stufe hochleveln, ne? Magic Amber. Klar, gehen wir die gut her. Oh, wirklich? Eine Weile. So. Verzauberte Hellebarde. Sie wird erstmal... ...erst mal ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, wenn ich dann... ...danach weiterlevele, dann... ...naja, dann wird sie halt deutlich besser wieder, ne? Also dann überholt sie den aktuellen Stand. Also, zack. Es war ja auch nur minimal schlechter, ne? Ich habe leider nur eine... ...ja, ich habe leider nur eine... ...blaue Glut gehabt. Oder ein blauer Glut. Was kriege ich denn hier am blauen Brocken, ne? Warum ziehst du die Hälfte aus? Damit ich noch... ...leicht auf den Füßen bleibe. Ne? Also... ...ich habe jetzt den Ring geändert. Ich hatte hier den Havels Ring an. Erhöht die maximale Ausrüstungslast. Ne? Und wenn ich jetzt... ...wieder was anziehe... ...also, vielleicht geht es hierbei noch, wenn ich Glück habe. Ne? Siehste? Ich mache jetzt eine langsame... ...ne Mittelrolle nennt sich das hier. Also... ...da ich den Havels Ring ausgezogen habe... ...um stärkere Magie wirken zu können... ...habe ich jetzt... ...Ausrüstung ausgezogen, damit ich trotzdem leicht genug bin. Wanderfluch. Ah, okay. La la la. Ich glaube, hier unten... ...ist es auch manchmal ein bisschen... ...Frame Drop mäßig. Frame Drop. Mal sehen. Wie viel Schaden ich mit dem Seelenfall mache. Immerhin habe ich ja... ...40 Intelligenz... ...und einen Ring, der die Magie verstärkt. Also eigentlich müsste es ganz gut sein. Das reicht aber nicht für einen One-Hit. Das ist aber ein One-Hit. Sehr gut. Nehmen wir mal den Großen hier. Bäm's. Da hat kein Frame Drop... ...niemand möchte mehr Mr. Burns sehen. Ich glaube, ich sollte eher die Nahkampfwaffe nehmen. Den hier könnte ich aber noch machen. Hm... 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 So... ... Nimm Schaden. Ich bin da oben. Nimm Schaden. Gesunde Vitamine naschen. Nein. Natürlich nicht. Ich habe noch eine Hose an. Hier, ne? Man sieht es. Hier hinten kann ich eigentlich auch mal hingehen. Why not? Gringo. Dabei kommt man schon Lust auf einen Run DS. Jawohl. Nimm zwei. Nimm zwei Grimm. Wanderfluch. Ist... Ist eine gute Sache hier. Zack. Abkürzung. Freigeschaltet. Ich bin gespannt, ob sich das hier genauso verhält wie in der gepatchten Version. Ich bin gespannt, ob ich das hier schon wohnen kann. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Möp. 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 Wieso habe ich jetzt keinen Schaden bei ihm gemacht? Dann halt so. Hm. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Aha. Weniger, haha. Ah. 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 haha machen wir die war so ne aufschalten los 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 aufschalten okay einen haben wir zweiten haben wir auch gut 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 also die werden uns nicht mehr belästigen nie wieder zwei von denen belästigen mich nie wieder na nü mist nein kein wunder kein wunder so so ihr wanderfluch bitte konnt ja schön nicht schlecht ne lachandra so ja wir haben das ich habe mir sowas schon gedacht weil normalerweise wenn man bei den geistern angekommen ist ist eigentlich das eigentlich so so langsam die zeit für wanderfluch aus auslaufen wanderfluch na gut so und wenn man sich hier hinstellt dann kommt noch einer jawohl so 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 es geht voran die musik erkannt fühlst du dich episch naja ist eigentlich eher so ich weiß nicht neben neben gedanken eigentlich müsste man eher summen das passt dann eigentlich eher zu dem lied zu dem spiel müsste eigentlich müsste eigentlich sogar die hymne von dem spiel sein wer ist denn er ja den kennt man schon die melodie hast du nicht erkannt schnorkator ach ja richtig wir werden alle sterben oder oder so ähnlich heißt vielleicht heißt das lied nicht so auf jeden fall sinkt da jemand immer wir werden alle sterben ach ich ja okay der übliche quatsch ne so eigentlich muss ich da gar nicht runter eigentlich muss ja überhaupt nicht runter ich brauche keine große glut also keine riesengelut weil ich ja magiewaffe nehme wo habe ich gar nichts da ich habe aber immer noch keinen keinen kein heimkalkknochen nehmen wir das hier halt und praktizieren doch am besten mal neuen kaffee in diese tasse hier hinein zähneputzen pullern ab ins bett was nein so also es hilft ja nix den ring muss ich ablegen und den bundes arthuria zringen an gehst jetzt tatsächlich ins bett dann wünsche ich dir gute erholung ich irgendwie dachte ich bin noch es ist noch voll nachmittags es ist ja auch nach dem mittag also es ist nachmittags aber ihr wisst schon was ich meine ne hab noch nicht so richtig mitgekriegt dass es schon beinahe 19 uhr ist gute erholung kante ne ich geh doch nicht ins bett ok trotzdem gute erholung also versuchen wir uns an den königen versuchen versuch mit der helle bade ja magie dauert zu lange glaube ich also macht dauert das 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 zaubern auch zu lange äh äh feuerhüterseele muss ich eigentlich auch noch holen fühlt sich an wie 16 ja ja oder noch früher auf jeden fall fühlt sich voll nachmittags mäßig an ne ah cool urlaub nicht schlecht dann auch dir ein nettes erhol dich gut ne seele stolzer krieger so also gucken wir mal ob wir da lebend ankommen de der steht aber ein bisschen anders der dieser komische dark race oder wie man auch immer die nennt ich weiß auch dass man eigentlich direkt gerade runter gehen kann aber irgendwie traue ich mich nicht weil ich immer die falsche geschwindigkeit erwische ne so und dann entweder zu weit springe und offen auf der anderen seite auf so einer kante hier lande naja mal sehen ne gut also schau mal ne miau 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 doppelt den schaden gekriegt ey der zweite ist schon da ist viel schneller da als früher shit 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 mir schau mal mit schau mal Das war's für heute. Der zweite ist sehr nah. Leider, der dritte wohlmöglich auch. Shit, shit, shit. Es sind drei. Es sind drei. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Oh. Ne, passt schon. Bin ja nicht zum ersten Mal. Immer freundlich. Okay. Mal auf den Adamsapfel achten, was? Verstehe nicht. Oh, wow. Hardcore DS1. Tja, also... Mal gucken, wie viel Schaden der Magieangriff macht. Aber ich wette, das ist nicht so viel. Also, dass ich... Also, dass ich... Ähm... Nicht so viel Schaden in der gleichen Zeit machen kann. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Vielleicht muss ich auch erst noch ein bisschen stärker werden. Ein bisschen mehr Lebenspunkte haben vielleicht oder so. Oder... Vielleicht einfach die Havel-Taktik versuchen. Ich kann anstatt ausweichen vielleicht auch einfach versuchen, Havel-mäßig hier durchzukommen. Dranrennen und draufkloppen. Wie blöd. Das kann funktionieren. Unter Umständen. Sehr viel erotischen Tourismus. Ja, das habe ich schon gehört. Mit Menschen, die keine... Ach, die keine Männer mehr sind. Ah. Okay. Nun denn. Also. Ja, ja, ja. Wieso steht der hier vorne? Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Versuchen wir es mal. Ruckel, 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 ruckel. Das ruckelt hier echt im Spiel gerade so. Mal sehen. Ne, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Okay, okay. Okay. So. 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 Wenn die Frauen allein nach Afrika reisen, sagt niemand etwas. Soll ich Havel versuchen? Ich weiß nicht. Ich versuche es erst noch einmal so. Also, so. Ich glaube, die sind nicht so besonders magieempfindlich, die Kameraden. Aber trotzdem, der Schaden war ja eigentlich okay. Okay. Was soll Havel an den 4 Kings ändern? Also, es gibt so eine Taktik. Ruckel, ruckel. Es gibt eine Taktik, sich eine dicke Harvest-Rüstung anzuziehen. Die macht ja sehr viel Rüstung halt. Sehr viel Rüstung. Oh, das ruckelt wie blöd. Das ist echt im Spiel hier. Und dann einfach rangehen und einfach den Schaden ignorieren, die derjenige macht. Oh, toll. Das kostet jetzt wieder richtig Zeit. Shit. Shit. Der zweite ist da. Das kostet jetzt wieder. Das ist da. Der dritte ist da macht mit Mist, der Nächste ist da. Ach ja, wie oft gibt es denn Havel? Verstehe nicht. Nächste Woche ist da so ein Krang, ist Neujahrsfest und da wollte ich mich ansehen. Ah, okay. Havels Ring, da wird er mir tragen. Na, ich meinte gerade Havel Rüstung anzuziehen. Dafür waren die Controller ziemlich geil. Ja, 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 richtig. Das ist völlig richtig, diese Controller. Ich mag die 360-Controller ziemlich gern. Liegt gut in der Hand. Spielt sich gut. Nächster Versuch, nächster Versuch. Es gibt ja auch noch die Variante, dass man sich Eisenfleisch zaubert. Na, das ist quasi so eine Art Superrüstung. Aber man wird echt richtig super langsam. Man kann sich nur noch ganz langsam bewegen. Ich glaube, so wird es sein, wenn man mehr Ausrüstungsladung hat, als man überhaupt tragen kann. Man bewegt sich wirklich nur ganz langsam. Und dann draufkloppen. Das würde wahrscheinlich gehen. Ich versuche es jetzt noch einmal so. Und dann vielleicht noch einmal. Und dann vielleicht noch einmal. Mal sehen. Auf jeden Fall mindestens einmal noch so. Und dann, naja. Vielleicht in dicker Rüstung. Aber da kann ich halt... Da muss ich dann einfach durchkloppen, anstatt auszuweichen. Havel und Eisenfleisch. Die Kombi ist, glaube ich, was physischen Schaden angeht, ziemlich nicht zu schlagen. Also ich habe... Ne, hat gereicht. Also ich habe keinen One-Controller. Ruck, 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 ruck. Komm, bitte keine Magie. Das kostet wieder richtig Zeit. Keine Magie, bitte. Aber der zweite ist auch schon fast da. Ja, der ist doch auch nicht nur fast... Er ist da. Ei, 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 ei. Naja. Ich glaube, Eisenfleisch in NG2 oder in... Achso, in Dark Souls 2 ist wahrscheinlich nicht so stark wie hier. Ich kann das ja mal von dem Typen holen hier. Obwohl, erst mal gucken, wie viel es überhaupt kostet. Ich finde Magie nicht abstoßend. Was kostet ein Eisenfleisch? 2000. Müsstet ihr eigentlich Probleme zusammenkriegen, oder? Ja. Eisenfleisch. Gut. Einfach mal gucken. Mal gucken. Ich nehme mal an, dass mich das kaputt macht. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden ich nehme. Eisenfleisch. Und ich muss natürlich... ...die Pyromantieflamme anlegen, auch tatsächlich. Was kann denn Eisenfleisch? Also, es zaubert einen Buff auf dich, der dir eine sehr hohe Rüstung gibt. Eine hohe Schadensresistenz. Aber er macht dich auch echt langsam. Er macht dich echt... Du kannst ja nur noch wirklich ganz langsam so... ...so in der Geschwindigkeit vielleicht noch gehen, ne? Aber unter gewissen Umständen kann das natürlich sehr gut sein. Was dumme ist, natürlich bei Eisenfleisch, die vier Könige machen am meisten Schaden mit ihren Angriffen, wenn man weiter weg steht. Wenn man ganz nah dran steht, dann machen sie nicht so viel Schaden. Dann ist es so, wahrscheinlich so hebelkraftmäßig, dass man nur so die... ...das kurze Ende sozusagen der Waffe oder das langsam bewegte Ende der Waffe abkriegt, ne? Und nicht die Spitze, die sich am schnellsten bewegt. Wenn man ganz nah dran steht, macht es halt weniger Schaden. Aber, wenn ich jetzt das Eisenfleisch nehme... ...dann kann es natürlich sein... ...dass ich... ...zwar den ersten womöglich relativ gut platt kriege... ...an den zweiten aber erstmal rankommen muss... ...und in der Zeit, dass er mich in der Zeit vielleicht sehr stark schon schädigt, ne? Mal sehen. Einfach mal gucken. Vielleicht ziehe ich dann auch einfach die Harbelsrüstung noch an. Aber das möchte ich nicht, solange ich nicht angekommen bin. Weil dann kann ich nicht anständig laufen. Ich kann es auch einfach so machen. Na nö. Warum stehst du hier? Warum stehst du hier? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. So. Sollte ich am besten zaubern, wenn ich beim Gegner schon angekommen bin. Und dann draufkloppen und kloppen und kloppen und kloppen. Naja, mal sehen. Ich glaube irgendwie... Ich sehe noch nicht so richtig die Erfolgswahrscheinlichkeit dabei. Das wird doch eigentlich in der Richtung sein wahrscheinlich, oder? Da, wo das Glitzerzeug ist? Ja. Ich muss erst die Magie abfangen. Magie. Super. Oh Mann. Ich muss erst die Magie abfangen. Das fängt ja richtig mistisch an. Trinken! Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ausdauer geht. Eisenfleisch ist auch schon wieder weg. Davon ganz abgesehen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Wow. Also wenn man versucht, einem der Schläge auszuweichen und dann doch getroffen wird, dann ist es immens viel Schaden. Wahrscheinlich Counter-Attack oder Counter... Counter-Schaden? Nee. Counter-Strike. Nein, es ist... Naja, so ein Gegenschlag halt. Boah. Ich versuche das jetzt noch so drei, vier Mal und ansonsten gehen wir erst mal woanders hin. Vielleicht erst mal irgendwo hin, wo wir noch ein bisschen Level kriegen, ne? Also die Havels Rüstung könnte unter Umständen noch hilfreich sein. Womöglich. Ich kann die ja mal anziehen. Mal gucken, wie schnell ich mich bewegen kann. Wahrscheinlich nicht besonders schnell. Wenn überhaupt schnell. Nein. Guckt euch das an. Ich kann... Das ist meine maximale Laufgeschwindigkeit jetzt. Ne? Das hier... Ich kann überhaupt nicht mehr rollen, ne? Das hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Null. So. Kann ich die noch anziehen? Kann ich noch langsam rollen? Das hat auch keinen Sinn. Also ich muss mich schon schnell bewegen können. Das geht... Das geht sogar auch noch. Nicht schlecht. Das geht schon nicht mehr. Gut. Was? Eben ging es doch noch. Ich glaube, das war... Das war ein Bug. Machen wir zur Sicherheit. Nochmal... Ich wollte gerade sagen, zur Sicherheit nochmal eine... Ding ins Reihen. Eine Menschlichkeit. Aber ich habe überhaupt keine. Unglaublich, was? Na dann halt so. Es hilft ja nichts. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz schwer... Wenn man nicht schnell rollen kann, ne? Oder wenn man sich nur träge bewegt. Dann ist das immens viel schwerer. Also... Oh. Tschau. Ja, auf jeden Fall allein dadurch, dass die vier Könige so schnell also dass die Nächsten so schnell spawnen, ist es immens viel schwieriger. Irgendwas ist gerade gestorben. Boing. Bitte keine Magie. Boing. Boing. Der Zweite ist jetzt schon da. Unglaublich. Der macht Magie. Na super. Dachte ich würde das blocken können. War ich echt sicher. Da war ich echt sicher. Ein Versuch noch. Und danach müssen wir auf die zweite Schlange verzichten, weil dann muss ich den den das Herrschergefäß absetzen und woanders hingehen. Ich habe ja auch geblockt. Oder etwa nicht? Ich stand doch da mit erhobenem Schild. Und mit einem Schild, was viel Magie blockt. 80 Prozent. Oder habe ich das etwa nicht gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich vielleicht nicht genug Ausdauer, obwohl dann hätte die Ausdauer weg sein müssen. Also, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann hole ich mir schnell noch die Feuerhütterseele, die hier rumliegt. Und dann gehen wir halt erst mal woanders hin. Zum Beispiel Zum Beispiel Irgendwo anders. Mal sehen. In Richtung Seas vielleicht. So. Ich bin voll. Okay. Ich verstehe. Ruck, 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 ruck. Keine Magie, bitte. Och. Wieso habe ich das nicht geblockt? Ich habe doch eine ein ein Schild, was Magie blockt. Also gut blockt. Unglaublich. Der zweite ist schon da. Ne, ich muss noch ein bisschen stärker werden. Und oder meine Waffe muss noch ein bisschen stärker werden. Es ist machbar, aber man muss ein bisschen Glück haben und so weiter. Der dritte ist auch schon der Wahnsinn. Also da muss ich mit mehr Schaden um die Ecke kommen. Vielleicht auch tatsächlich irgendwelche richtig starke Magie parat haben. Nicht nur so einen ollen Seelenpfeil oder sowas, sondern hier sowas wie, wie, keine Ahnung, ähm, Kristallsperr oder irgendwie sowas, ne? Irgend so was in der Art. Mal sehen, ob ich alles tragen kann. Jawohl, ich kann. Wundervoll. Dann müssen wir jetzt erstmal tatsächlich das Herstellergefäß platzieren. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Also, nix mit. Mit Kass, ne? Käsekuchen. Hätte ja keiner ahnen können, dass die so heftig sind. Naja, wahrscheinlich hat sich der ein oder andere noch dran erinnert. Hm. An die Zeiten. Wir haben TARDIS-Taschen, ne? Hm. Ich glaube, ich muss relativ viel in den Ausdauer packen jetzt. Als nächstes. So. Teleportieren. Was machen wir jetzt? Anor Londo. Cease versuchen wir. Zack. Mal sehen. Außerdem kann ich auf dem Weg womöglich die ein oder andere blaue Scholle abgreifen. Damit, äh, da, naja. Ich die Waffe weiter aufgraden kann. Aufgraden ist wie downladen oder runterladen oder so. Hm. Logen ist leider nicht da gewesen, wo ich ihn vermutet hatte. Auch ein Grund hier lang zu gehen. Wir müssen Logen auf jeden Fall befreien, ne? Aus Magiegründen. So. Ähnlich müsste ich einen Seelenpfeil auf ihn feuern. Keine Ahnung, wie viel der aushält. Magie-mäßig. Ich kann auch mal versuchen, hier vorbeizukommen. 26. 26. 26. Uah. Das ist ein bisschen wenig. Hallo, Crown. Herzlich willkommen. Die blockieren sich gegenseitig. Lustig. So, dann kommt der. Punk. Alles gut. Ja, soweit ganz gut. Die Kristallis, die halten ja echt viel aus, ne? Zumindest haben sie eine relativ hohe Magieresistenz. Und oben kein Golem. Ne? Liegt unter anderem auch daran, dass das hier überhaupt, dass diese Version kein Deal-Ziel enthält. Na, ist ganz gut, wenn ich die los bin. Aber der kam jetzt schon angelaufen. Jetzt schon angelockt, ne? Alles gut, habe Käsekuchen. Ja, dann, guckt mal, der kommt jetzt schon. Unglaublich. Naja. Warum nicht, ne? Der feuert auch so eine Art Seelenpfeile, würde ich mal sagen. Na? Ich werde jetzt auch mal einen feuern. Aber ich muss natürlich aufpassen. 26. 26. Oh Gott. Das ist ja quasi nichts. Obwohl ich 40 Intelligenz habe, ne? Das ist unglaublich. Was machst du denn da? Was hat der denn da gemacht? Das ist ja unglaublich. Ich sage, die ganze Zeit ist ja unglaublich. Das ist ja voll unglaublich. Hm? Ich habe keinen Käsekuchen. Vielleicht sollte ich mir noch welchen kaufen oder so. Was? 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 73 Schaden bei dem? Wieso mache ich so Brontal wenig Schaden? Wahrscheinlich aus Gründen. Herdbeerwaffeln. Damit könnte man mich nicht locken. Ich bin kein Freund von Waffeln. Hm? Hm? Acht Schaden. Wahnsinn. Wahnsinn. Wieso ist das so wenig? Irre. Absolutamente irre. Ich hau ab. Das ist auch quasi neu, dass man so wenig Schaden bei denen macht. Ich sehe ein bisschen Probleme bei dem Weg zum nächsten Neuchtfeuer. Wenn die wirklich so wenig Schaden nehmen. Ich baue euch jetzt gleich lecker Bolognese. Ah. Nicht schlecht. Sch, 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 sch. Du willst mein Schild wegtreten? Nein, das war ja nicht gemeint. Nicht geplant. Möp. Ich wollte das Ding erwischen. Mist. Na gut. Na gut. Na dann, tu schon dein Schlimmstes, hm? Nein, 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 nein. Och, war das knapp. War das knapp. Ich wäre beinahe noch verflucht worden. Das wäre gar nicht gut gewesen. Jetzt haben wir natürlich eine etwas längere Rennstrecke vor uns. Weil wir ja noch Logen befreien müssen, ne? Also hin und zurück müssen wir gehen. Moing. Ja, das war echt super knapp. Mist. Hier geblieben. Blöd. Aber die kommen wahrscheinlich gleich wieder runter, oder? Dafür kommen die hoch. Na, der Schaden ist okay. Oh, die ist er. Naja, krieg ich hin. Krieg ich hin. Ich glaube, hier sieht das gedudelt auch aus, oder? Hoffentlich. Ja. Gut. Einer platt. Du bist doch etwas verflucht. Wenn wir das Besorfen des Dark Souls durchspielen. Ja, was soll ich machen? Möp. Es ist ein Fluch, mit dem ich leben muss. Es ist ein Fluch, mit dem ich leben muss. Ihr bleibt schön hinter euren Türen da in den Zellen. Also wenn man hier ankommt hier unten, also wenn man hier ein Speedrunner ist und den Duke Skip nicht kann, so wie ich Also ich bin kein Speedrunner, kann aber den Duke Skip nicht Dann ist glaube ich schon eine gute Methode sich hier töten zu lassen Damit beim zweiten Mal die ganzen Gestalten da nicht rumlaufen Bam Und, kommt da noch jemand? Ja So, das heißt aber tatsächlich wir müssen hochrennen und runterrennen Autohost von Rubelisk Schönen Dank Rubelisk 1 Der einzig wahre So, jetzt kriegen wir diesen Schlüssel da Alles wird gut, die Ehe, ne? Hoffentlich zumindest Jetzt gucken wir doch erstmal vorher Kann man da hinten irgendeinen logenförmigen Körper erkennen? Ich kann es nicht genau sehen Ich kann es nicht genau sehen Wie auch immer Vielleicht mache ich es auch einfach so Wenn ich die Abkürzung offen habe Und das nächste Leuchtfeuer Ne, das passt nicht Ich wollte gerade sagen Ich aktiviere das nächste Leuchtfeuer Setze mich dran Und dann teleporte ich mich zurück Das wird nicht gehen, denke ich Ich denke, wir werden schon den Weg rennen müssen Also los Kein Tapper, kein Tapper, ne? Blöder Mal gucken, an manchen Gegner werde ich vielleicht vorbei Weil sie zu viel Zeit kosten Und zu stark sind Ich hätte nicht gedacht Dass die Kanalisierer so viel Schaden aushalten Das ist in der aktuellen Version nicht so Moe um-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Na, keinen Backstep verpasst. Doch. So, dann schauen wir mal. Wie viel Schaden die jetzt wirklich aushalten. Oh, 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 oh. Okay. Los, aufschalten. Oh, ich hoffe, er bleibt... Ne, die bleiben ja nicht tot, ne? Mist. Die bleiben ja nicht tot. Die sind ja auch im Zweifelsfall zum Trident-Farmen da, ne? Mist. Map. Also, nochmal, ne? Mal sehen. Vielleicht renne ich auch wirklich mal durch. Versuch's mal. Ich versuch mal durchzurennen. Mal gucken, wie weit ich komme. Mal gucken, wie weit ich komme. äh, stagnier. Also, so, so staggern. Glaub ich. so jetzt sehen doch nicht den hier kann ich vielleicht aber machen dass er mir nicht den rücken ballert und der da hinten auch der ist gesponsert quatsch gewafft ist er wenn wir auf gesponsert sind unsinn absoluter unsinn der mistkröten man da ist mir echt noch gefolgt unglaublich mache ich schneller als er angriffe mal sehen gut 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 so so ich glaube der schlüssel war er nicht hier nee ist ein blauer brocken auch sehr gut brauchen wir denn war der hier ich glaube in der truhe hier der den wir brauchen genau um um logen zu befreien und das werden wir es tun es hilft nichts weil wir für ihn weil wir ihn brauchen wegen der vielen vielen starken ähm zaubersprüche die er uns verkaufen kann ne sofern er nicht irgendwie durchgedreht ist ne ojo jo 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 gut ok muss aufpassen weil ich die typen hier nicht gepflegt habe das ist echt ein seltener ein seltener fall dass ich zurücklaufe und dann noch gegner senden naja komisch hier war keiner gut na alles klar kumpel ich glaube den einen ignoriere ich jetzt mal was das ist ja auch ein bisschen eigentümlich der ist im dauerfall im dauerfall ne na sehr seltsam jetzt müssen wir natürlich doch die ganzen komischen glibber viecher platt machen ne kommen wir jetzt wohl nicht drum rum ich habe leider nicht so viele seelen dass ich mir gleich coole coole zauber von logen kaufen kann aber immerhin ein paar instansälen ne lendora futtert ihre bolognese sehr gut schmecken lassen der hebt die hände und ergibt sich nein der hebt nicht die hände ich habe ja nur die kleinen dinger gut mörb wieso ach geil Tracking. Habt ihr gesehen? Zerga-Peter eingeschlafen. Okay. Das akzeptiere ich. Das ist eine gute Gelegenheit, mal auszutesten, wie viel mehr Schaden ich mit dem Wappenring mache. 146 habe ich die ganze Zeit gemacht. 190. Ziemlich toll spürbar, würde ich sagen. Das sind die beiden Speziellen, die lore-mäßig, die ich lore-mäßig nie verstanden habe. Aber er ja eigentlich auch nicht muss. Das waren wohl mal irgendwie Schwestern von Krelak und so weiter. Keine Ahnung. Die haben ein Wunder dabei. Wo ist denn Logan? Wo ist denn Logan? Freunde, wo ist Logan? Wo ist Logan? Ich brauche den als Magie-Verkäufer. So, gleich haben wir eine Skype- und DS-Konferenz. Leider verabschieden. Viel Spaß und Erfolg noch. Vergiss den Einkauf nicht. Ist schon recht spät. Ja, das stimmt. Dankeschön und viel Spaß und bis dann. Wo ist Logan? 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 Hast du Logan befreit? Ich habe Logan befreit. Ich habe die Tür aufgemacht in der Festung. Aber ich habe, nachdem ich die Tür geöffnet habe, nicht mit ihm geredet. Am Schreien war er nicht. Am Schreien war er nicht. Das Komische war aber, dass der, ich glaube Rix heißt er ja, der komische andere Magielehrer, der hat gesagt, Master Logan has returned. Und dass er wieder da ist. Ich muss erst mit ihm im Käfig reden. Oh Gott. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Leuchtfeuer, was wir jetzt den Weg uns dahin freigeschaltet haben und porten uns mal zum Feuerband schreien. Ne, erst zur, ja doch wahrscheinlich zum Feuerband schreien, weil ich kann mich ja nicht zu dem Schmied teleportieren. Oh Mann. Oh Mann. Wie blöd. Wie doof. Das muss ich mit dem, mit dem Pyromanten glaube ich nicht machen. Den muss ich glaube ich nur befreien. Das wäre ja halbwegs doof. Aber gut. Schauen wir mal. So. Teleportieren. Ja, siehst du? Ganz wenige, ganz wenige Teleport, äh, äh, Ziele, ne? Puh. Das heißt, ich muss hinlaufen zu ihm, ne? Und dann von mir aus am Feuerbrand schreien. Kann ich mich von hier aus überhaupt? Ich kann mich nicht ins Archiv des Herzogs teleportieren. Ja, ja, man merkt schon die Änderung, ne? Also, verstehe, verstehe. Ganz wenige Teleportziele. Das heißt, ich muss noch mal durch das Archiv des Herzogs rennen. Unglaublich. Ich bin so dumm. Ich hätte vielleicht vorher, naja, wenn ich mich nicht angesetzt hätte, hätte ich per, per Dingenszeichen, per Finsterzeichen zurückkehren können. Ach, ja. Hm. Es ist schon nicht so leicht. Aber das mit den weniger Teleport-Zielen ist schon echt ätzend. sind also ganz schön lange Wege hier. Hoffentlich ist er da jetzt noch. Werden wir sehen. Und wie wäre es, wenn ich mal wieder den Harbeltsring anlege? Hm. aufschalten. Wenn der da jetzt nicht mehr ist, dann habe ich natürlich ein bisschen versagt, ne? Ei, 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 ei. Ja. Ja, es gibt kein Teleport-Ziel für Archiv des Herzogs. Fies, 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 ne? Guter Hinweis. Die Tür ist wieder zu. Komm, mach die Tür auf. Dankeschön. Unglaublich. Der steht da noch. Oh, und ich glaube, ich muss sprechen. Ach Gott. Nur weil ich... Oh, Herr Alvin. Tja. Kurze Frage. Wenn ich versehentlich einen NPC angreife, beruhigen die sich? Nein, er warte wieder. Äh, nicht von selbst. Aber wenn du mit dem Oswald, heißt er glaube ich, auf Karim, diesem Typen, der hinter den Gargoyles ist, der so mit ausgebreiteten Armen steht, zu dem kannst du hinlaufen und um Vergebung bitten. Das kostet dann Seelen, abhängig von deinem Level. Ne? Und, ähm, dann kannst du sozusagen deine Sünden vergeben lassen. Princeton United, außerdem... Hallo, ja. Genau den habe ich angegriffen. Oh, dann hast du... Dann... Dann vorbei. Dann vorbei. Sorry. Ich wüsste nicht, wie man das machen soll. Musste bis ins NG Plus warten, bis du wieder... Ähm... Bist du wieder gut mit dem stehst. So. Ich laufe mal zurück, ne? Obwohl, zum Feuerband schreien kann ich mich ja immerhin porten. Immerhin. Pling, Pling. Nachricht. Moment eben. Moment eben. Ich muss mal kurz gucken hier. Haa... Ich muss mal kurz. Um, não, euhm, je thesis ist Hey, ich muss mal kurz... Dann gleich nochmal kurz redeninig. Dann kurz kurz ran. Und da ist es, Lorek. Lorek? Quatsch, weil ich es gerade gelesen habe. Da ist nicht Lorek, sondern Logan. Gut. So. Großer Seelenfall, schwerer Seelenfall, großer, schwerer Seelensperr, kostet 40.000. Zauberwaffe, Zauberschild. Ein Zielflugseelenmaß, ist natürlich auch nicht schlecht. Das gefällt dir Lorek von Karim. Ich brauche natürlich deutlich mehr Seelen. Hier. Ritter. Ritter. So. Mal sehen. Was nehmen wir? Dein Zielflug Seelenmaß? Seelensperr kostet 40, wie gesagt. Macht aber ganz gut Schaden. Das hier aber auch. Schwerer Seelenfall. Großer, schwerer Seelenfall. Großer Seelenfall. So. Heading out, are you? I2. Heading out. Was stimmen wir denn mal ein? Hier, das Eisenfleisch kommt ja wohl eindeutig weg. Aber ich kann die Zielflugseelenmasse mal draufpacken. Davon hat man wenigstens was. Ne? Ja. So, bevor ich weitermache, hier kurz um die Ecke. Gleich wieder da, ne? Ciao. Sag, die Ecke. So. Okay. So. 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 Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das wäre ganz gut, wenn ich das heute noch machen könnte, ne? Und ich spiele jetzt seit auf fast 8 Stunden Ach, naja Ziemlich genau um 12 angefangen, was? Muss gehen Erst 8 Stunden, das ist echt lächerlich Also eigentlich kaum der Rede wert, diese 8 Stunden, ne? Bei uns wäre Finito, 20 Uhr, okay Also wir haben hier einen mit einem Edeka um der Ecke Und der hat auch am Samstag, also mindestens bis 22 Uhr auf, ne? Ja, du hast recht, ich habe sie aus Versehen liegen lassen Die halten viel aus, die Kameraden, ne? Hier wäre der Seelensperr wieder geil Das ist auch Luxus Das ist eindeutig Luxus Der hintere ist platt Na gut Also ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern Als samstags um 12 Feierabend war Eigentlich überall hier in Deutschland Und an den normalen Tagen Sagen wir mal An den normalen Wochentagen Um 18 Uhr Da war Schicht Und ich nehme mal an Dass das für die Leute, die im Einzelhandel arbeiten Natürlich sehr viel schöner war Klar Aber Ich sag mal so Für die Konsumenten ist es natürlich klasse Wenn das immer offen ist Oder lange Wieso mache ich jetzt mehr Schaden? Ich weiß nicht mehr warum Hm Habe ich hier irgendwas aufgewertet? Ich brauche nur noch zwei Angriffe Nee, bei dem nicht Möp Waren vielleicht Konterattacken Bams Ja, in dem Fall ist es gar nicht schlecht Dass der jetzt schon hierher kommt Bin in der Angriffsjahr Naja, gegen Gegenangriff sozusagen Hier Konterschaden Finster Nebenbei gesagt Hallo übrigens Der Kristallgolem ist gar nicht da Das ist richtig Es ist ja auch die Variante ohne Ohne Deal ziehen Was macht der da? Das ist schon echt eigentümlich Er versucht durch die Treppe Weg zu gehen Bei uns ging die Uhr noch etwas anders Hier findest du auch unter der Woche nichts nach 22 Uhr Ne, nach 20 Uhr Was noch offen ist Lasst mich in Ruhe Ihr Böden Das ist jetzt ziemlich gut Ich muss auf die andere Seite Nice Aus Hebelziehgründen Muss ich auf die andere Seite Hm? Wer denkt denn daran Dass man hier noch ein zweites Mal lang muss? Braunschweig ist eine Weltmetropole Naja, Weltmetropole Es ist eine Eine ganz ordentliche Stadt Moment mal Muss ich da wirklich lang? Muss ich denn da wirklich lang? Ja, es scheint so, ne? Ja, ich muss da lang Ne, muss ich gar nicht unbedingt Nicht unbedingt Da unten ist offen Haha Haha Das heißt natürlich trotzdem Dass ich erstmal hier Lebend durchkommen muss Das muss trotzdem passieren Super, merke, du bist 13 Uhr Okay So Die Tastatur Macht wieder spezielle Dinge Hm? Versuch mal hier Leben durchzukommen Was? Manche Stühle gehen gar nicht kaputt Die verhalten sich wie echte Stühle So, sehr schön Da muss ich wenigstens nicht Durch diesen Durch diesen Unsinn Da unten durchlaufen Durch diesen Wisst schon den Diese riesengroße Bibliothek Immerhin, immerhin, immerhin So, jetzt müsste doch eigentlich der Kamerad Eigentlich hier sitzen, oder? Oder habe ich jetzt Habe ich womöglich Diese ganze Reihe Zerstört Dadurch, dass ich ihn nicht Angesprochen habe Hm? Ich kann ja nochmal Ich kann ja nochmal laden Mal sehen Ich vermute Ich habe das zerstört Ich muss leider nochmal gucken Weil hier unter Umständen Wochenendplanung Man kann das hier nicht überspringen Bei uns sind viele Eltern auch Okay Tja Ich habe das Gefühl Ich habe diesen Diese Abfolge von Ereignissen Durchbrochen Indem ich dieses Diese Tür aufgemacht habe Dieses Diese Zelle Während Logan Noch nicht drin war Das heißt wahrscheinlich Dass ich keine stärkeren Magien mehr kriege Irgendwas keine signifikant stärkeren Hm Ich habe es leider ein bisschen Vermurkst Warst du nochmal bei ihm Nach Seas Nach Seas Er ist doch nicht da Also Seas habe ich noch nicht gemacht Und er ist halt nicht da Hm Ich kann natürlich eine Sache mal probieren Pass mal auf Probier mal eine Sache Ich habe ja sowieso kaum Seelen Also eigentlich egal Nach der ersten Seas Begegnung Naja Die erste Seas Begegnung Ist ja schon durch Eventuell sitzt er jetzt in der Zelle Und du musst mit ihm quatschen Aber in der offenen Zelle Mal sehen Ich teleportiere mich zum Feuerband Schreien Zurück Teleporten kann ich mich ja Problemlos Durch Tod Zum Beispiel Hm 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 Ja Er stand gerade auch im offenen Kiff Ja gut kann sein Ist nicht ganz ausgeschlossen Dass der vielleicht ein bisschen Also Da ist er immer noch Hallo Also ich habe Seas Bin Seas schon einmal begegnet Ne Und der sitzt hier immer noch Ich habe fast das Gefühl Dass das hier nicht mehr weiter geht Hm Hallo Sehr Seelensperr Das Seelensperr hätte ich noch gerne Seelenpfeil brauche ich glaube ich nicht Seelensperr hätte ich noch gerne Allerdings 40.000 Seelen habe ich jetzt nicht parat Oh jetzt hätte ich mich beinahe an das Ding ins gesetzt Ne An das Leuchtfeuer Das wäre doof gewesen Quest verbockt Tja Ich fürchte auch Ich fürchte auch Tja Egal Also Naja Nicht wirklich egal Aber Gut Ist jetzt so Kriegen wir trotzdem hin Also Ich werde jetzt diese Diese Waffe hier Die der Hellebarde noch upgraden Ich werde wahrscheinlich ein paar Golems farmen müssen Wegen der Goldbrocken Gold? Wie komme ich auf Gold? Was rede ich hier für ein Unsinn? Ich glaube ich streame hier schon zu lange Ich glaube ich streame hier zu lange Weil ich dann manchmal anfange Entweder einsilbig zu werden Oder Unsinn zu reden Weil ich lange nichts gegessen habe Nur wenig getrunken womöglich Vielleicht zu wenig Zu wenig Bewegung gehabt Und so Ich wollte ja immer noch Mich daran gewöhnen Jede Stunde aufzunehmen Und zu strecken Und das geht doch immer Irgendwie immer unter Dortmunder Fußball Oder was? Oder wie? Die blaue Scholle Jaja Die werde ich auf jeden Fall Die werde ich auf jeden Fall holen Die wird lustig Im Sinne von nicht lustig Glaube ich Mal gucken ob der Der kommt tatsächlich hier runter Naja macht nichts Behaupte ich so Dass es nichts macht Macht vielleicht doch was Mal sehen 60 Schaden Mh 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 m der hält also die die golems hier halten auf jeden fall mehr aus als die bei der hydra schade schade so mal gucken ob wir den kameraden hier schießen können den golem wo ist er denn da wenn man nämlich glück hat woher weißt du ja der wahrscheinlich kristall strahlen also wenn man glück hat kommt er nämlich und will einen anspringen komm spring spring hier komm her komm her er kommt wirklich hier hoch der blödi der kommt wirklich hier rein na gut dann mach doch was du willst vielleicht fällt er noch runter irgendwo und ich habe glück ich habe sie alle erwischt sehr gut und wie gesagt man muss sie looten blauer brocken sehr gut blündern blauer brocken sehr gut so dann schauen wir mal ne ich habe das echt selten gemacht hier blum blum blam blum blam blam blum blam 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 blum blam 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 h vocês haben ja genug pfeile ich weiß man kann sich auch anhand der Schneefälle hier orientieren. Aber ich habe da Angst vor. Aha, siehst du? Aha, siehst du? Ich kann es halt nicht, Wolf. Leider nicht so gut. Aber ich denke, zum Zugucken ist es immer noch unterhaltsam, oder? Irgendwo hier ist auch so ein Ding zum, ne? Da kann ich nicht lang gehen, oder? Man muss hier irgendwo... Wer ist sonst hier? Na, natürlich nicht. Du hast natürlich recht. Ich denke, man kann nicht direkt dahin gehen. Ich habe zum Glück ein paar hundert Pfeile. Da geht es weiter. Prismasteine sind super, ja. Ja. Die habe ich jetzt gerade nicht geholt. Bin ich hier schon? Ich glaube, ich bin hier schon richtig. Ich versuche es einfach. Brauche ein richtiger Pro nicht. Haha. Ja. Deshalb brauche ich sie hier auch. Ich weiß, dass da welche sind. La, 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 la. Das schade ist, dass sie einfach direkt vor der Füße... ...ein... ...dass sie vor der Füße fallen. Ne? Wahrscheinlich der einzige Grund, ja. Die haben eigentlich keinen Sinn. Och, meine Güte. Ich finde Prismasteine total super, wenn die nach dem Tod liegen bleiben würden. Aber die sind dann wieder weg. Wie gesagt, wir werden die... Vielleicht doch nicht die hier, sondern die anderen... ...die anderen Golems womöglich farmen müssen. Die bei der Hydra, die fallen schneller um. Andererseits komme ich natürlich nicht so schnell zu denen hin. Nicht so schnell wie hier jedenfalls. Haha. Und... ...BVP-Arenen zu markieren, ja. Ich habe mal ein Video gesehen. Ein Dark Souls-Video. Auf YouTube. Das war total lustig. Da hat einer... ...es irgendwie geschafft... ...die Stelle, an der der Drache... ...dieser... ...Rückendrache... ...erstmalig auf einen trifft. Und wo er so auf diesen... ...Boden drauf kloppt. Also wo er so landet, wo man Schaden kriegen kann. Hat derjenige mit Prismasteinen markiert. Und ist irgendwie geschafft... ...die erste Begegnung... ...so weit hinaus zu zögern... ...dass ein Invader... ...der da hingekommen ist... ...der hat diesen... ...quasi erst ausgelöst... ...den... ...dessen Drachen, ne. Der hat also den Schaden durch den Drachen gekriegt. Das war ziemlich cool. Komm schon, spreng mich an. Er macht's nicht. Das macht er doch normalerweise. Hm, 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 hm. Ja, etwas in der Art. Aber bloß eben... ...bloß eben... ...an der Stelle, wo er dann in den Tod fällt, ne. Hm. Nun ja. Okay. Ich glaube, es gibt keine Kristallechsen... ...ein zweites Mal, ne. Ne. Also, nochmal der Spaß. Ich glaube, man kann eine Zeit lang... ...auf... ...in die Ecke dazugehen. Äh. Äh. Mach's gut. Ah, scheiße. Ich dachte, ich könnte ein bisschen weiter rechts laufen. Hm. Ich dachte, ich könnte ein bisschen weiter rechts laufen. Und dann... ...dann würde ich da... ...mh. Naja. Hinkommen, ne. Hm, 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 hm. Uuuh. Falsch gedacht. Dort liegt die blaue Scholle. Und die blaue Scholle ist dazu da, um... ...eine... ...verzauberte Waffe, so heißt es, glaube ich... ...auf Maximum zu bringen. So wie die graue Scholle irgendwie... ...entweder Kristall oder... ...oder reguläres Upgrade auf Maximum bringt. Okay. Am besten springe ich da jetzt nicht runter, ohne einen Heiltrank zu nehmen. Also für mich als... ...Magie-Anwender... ...als Intelligenz-Skillender, ne. Das droppen auch die Schmetterlinge. Ja, aber relativ selten. Und dort liegt die... ...die Scholle liegt da... ...liegt da einfach. Man nimmt sie einfach. Ne. Ich gehe mal ein Stück weg. Ich glaube, ich muss den... ...ich muss den irgendwie wegkriegen, jetzt... ...dämlichen Golem. Der andere kommt auch! Hm. Hm, 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 hm. Lalalala. 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 Pfff. 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 Hätte ich jetzt den Nebelring... ...könnte ich mich aus seinem Sichtbereich entfernen. Aber hätte, hätte. Fahrrad und so weiter. Der wird doch mir... Ja, der folgt mir. Ja, der folgt mir. Der folgt mir. Lalalala. Hahahaha. Hahahaha. Hm, jetzt kennt er mich alle mal. Oh, da rutscht man sogar ab. Okay. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur noch hoffen... Also, jetzt muss ich nur noch an den... ...nur noch an den... ...Klemms, heißen sie wohl, vorbei. Und ich muss... ...aufpassen, dass ich nicht verflucht werde, ne? Hm, 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 hm. Hm, klar. Fünf! Fünf! Oh, ich habe es nicht aufgewertet, das Leuchtfeuer. Na gut. Ein Versuch ist es wert. ... Dipp, dibidib, dib, 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 d-di... ...le-fi-di-di-di-di-di-di-di, le-fi-di-di-di-di... ...mhm, hm, 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 hm... Jetzt musst du auch das Mondschwert holen. Muss ich nicht. Aber es wäre gut. Du hast recht. Es wäre eigentlich keine schlechte Idee. Andererseits... ...habe ich natürlich... Jetzt habe ich natürlich diese Waffe hier. Aber das Mondlichtschwert... Es wäre natürlich sehr gut, wenn ich es hätte. Du hast recht. Als Intelligenzbestie wäre das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Okay. Andererseits macht das das Ganze natürlich auch immens viel schwieriger. Ich versuche es mal. So. Hier. Der Hayopai ist sowieso nicht besonders magieempfindlich. Der Seas. Quasi fast gar nicht. Mal gucken, wie es bei denen ist. Naja, geht so. Geht so, was? Auf jeden Fall kann ich hier die Dinger, die Seelenmasse, am besten einsetzen. Ja. Einmal bitte den Ich-will-looten-Ring. Schon kann ich mich nicht mehr anständig bewegen. Mh, 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 Mh. Die sehen so harmlos aus, aber die hauen einem die Ausdauer weg. Das ist unheimlich. So, ich wäre relativ froh über einen Deuterungsstein, damit mich hier keiner gleich verflucht. Was war's mit damit? Der Seelenpfeil wird wahrscheinlich eher symbolischen Schaden machen, was? Ja, das ist ein Vergleich zur Hellebarde. Jetzt hätte ich gerne entweder das Artorias-Großschild oder den Artorias-Großschild. Wieso hätten das jetzt nicht gestagert, hm? Aber jetzt... Oh, ei, 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 ei. Also in der aktuellen Variante haben die eine ziemlich gute Droprate für entweder Funkeltitanit oder Läuterungssteine oder beides. Und ein Läuterungsstein wäre mir echt recht. Plonk. Hm, geschickt dann. Wieder nichts. Interessant. Echt ganz schlechtes, ganz schlechte Droprate, ne? Na gut. Okay. Ah, na, 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 na. Was ziehen wir an? Wir ziehen Havel an. Haben wir was, was ein bisschen Fluchresistenz hat? Mal gucken hier. Fluchresistenz null. Haben wir irgendwas, was Fluchresistenz hat? Stein. Nee. Havel. Havel hat Fluchresistenz. Oh Gott. Dann kann ich mich aber nicht mehr bewegen. Und ich habe überhaupt keine Menschlichkeit. Oh je, das kann böse enden. Na? Schauen wir mal. Oh, 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 oh. Also, ich werde es übrigens so machen, ich werde nicht alles darauf anlegen, dass ich das Schwert kriege, das Mondlichtschwert, ne? Geht da was zum Trick? Nein, 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 ich habe es nicht hingekriegt, gut. Ich denke, der wird mich gleich töten. 84 Schaden. Ich muss aber erstmal heilen. La, la. Oh, oh. Okay. Okay, Mondlichtschwert ist egal. Aber ich habe mehr als die Hälfte meiner Lebenspunkte, wie es aussieht. Fluchbissring habe ich nicht. Auch den Blutschild nicht. Und keine Menschlichkeit. Dann muss es jetzt ohne gehen. Ich hätte aber jetzt, also bevor ich den Kampf gegen Seas nochmal wage, brauche ich aber mindestens einen Läuterungsstein. Ich kann natürlich gucken, ob ich noch eine andere Waffe habe, die einfach nur normalen physischen Schaden macht. Und die dann einfach, das denn einfach anwenden, ne? Vielleicht habe ich ja diesmal mehr Glück mit, ähm... mit dem Läuterungsstein. Ich glaube, um mich zu erinnern, dass jemand vorhin sagte, dass hier nämlich Fluch auch gesteckt werden kann. Also zweimal, dreimal, viermal verflucht werden und so weiter. Das wäre natürlich nicht ganz in meinem Sinne. Feuer ist gut. Feuer ist gut. Echt? Dann könnte ich natürlich unter Umständen von den Pyromanten noch ein bisschen was holen. Andererseits habe ich wenig Seelen, die ich zum Pyroman-Tee kaufen und benutzen könnte. Na gut, ich gucke erstmal, dass ich mich entfluche. Im Zweifelsfall kann ich natürlich auch runter nach Neulondo gehen. Ganz bestimmt sogar. Um bis zu Ingvar zu gehen. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Verkauft der Rote in A. Neulondo nicht die Steine? Äh, irgendwer verkauft die Steine. Ich weiß bloß nicht. Ich glaube fast, die die Händlerin in der Nähe vom Feuerband schreien. Die verkauft die womöglich auch. Aber da ich ja jetzt gerade hier bin und diesen weiten Weg nicht nochmal laufen will, versuche ich mal, ob ich jetzt hier mal welche davon sammeln kann. Ach, ich hätte mal hier coolere Sachen anlegen sollen, was? Na? 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 Der ist am Feierling schreien, wenn man nach den vier Königen nochmal mit ihm redet. Normalerweise geht man ja kein zweites Mal mehr hin. Isst. Vergessen. Irgendwas. Wir sind nicht alle laufen compensateik. Nee. Ich kann auch gleich nochmal gucken, ob ich noch eine andere Waffe habe. Wie gesagt, weniger Magie. So, los, komm. Läuterungsstein, Läuterungsstein. Meine Güte, was ist hier los? Droprate ist tatsächlich, wie vorhin schon angedeutet, echt niedriger hier. Der im Glockenturm verkauft die günstiger. Okay. Vielleicht muss ich wirklich da hingehen. Ich glaube, ich muss da hingehen. Ich muss mir welche kaufen. Ich muss aber erstmal gucken, ob ich noch Seelen habe, die ich da verwenden kann. Glockenturm. Also zum Feuerbahnschreien hin könnte ich ja porten. Oh, guckt euch das an. Ich habe fast keine Seelen. Ich müsste erstmal gucken, wie viel die kosten. Ich gucke mal erstmal. Eigentlich brauche ich ja nur ein oder zwei davon, hoffentlich. So, nicht ans Feuer setzen, sondern lieber der ist immer noch da. Tja, das wird wohl nichts mehr. Lieber hinterher zurück sterben. So, kriegt man ein paar Seelen zusammen. Das ist aber nicht so viel. Werker kauft den Ring. Welchen Ring? Jetzt den Fluchbissring oder welchen Ring? Ja, ich werde spätestens um neun ist Feierabend. Weil, wie gesagt, einkaufen will ich ja auch noch. Also, ich kann ja jetzt schon mal ein kleines einen kleinen Eindruck schildern. Es ist nicht an allen Stellen anders. Aber es ist tatsächlich an einigen Stellen doch einiges schwieriger. Läuterungsstein. Sechstausend Seelen! Sechstausend Seelen. Es ist an einigen Stellen doch um einiges schwieriger. Seelen scheinen ziemlich knapp zu sein. Also aus meiner Sicht gerade. Oder ich bin zu verschwenderisch gewesen. Sechstausend. Soldat, das kriege ich doch niemals mit denen hier zusammen. Ich glaube nicht, dass der Fluchbissring von irgendjemandem verkauft wird. Da müsste ich mich schon sehr irren. Ich habe gerade mal eine Idee. Versuch mal was. Moment. Ist das eine gute Idee? Sechstausend Seelen muss ich zusammenkriegen. Oder doch Glück haben beim Looten. Gibt es noch irgendeinen Boss, den ich auch so machen kann? Ich weiß. Ich weiß, wo man den Ring findet. Ich weiß, wo er liegt. Und deshalb glaube ich nicht, dass der verkauft wird. Na? Irgendwas ist gerade gestorben. Ich glaube, die Ratte ist wieder durch die Welt gefallen, was? Nee, doch nicht. Vielleicht gehe ich einfach mal nach Neulunde runter. Jetzt ohne mich ans Leuchtfeuer zu setzen. Und gucke, was ich da erreichen kann. Ich brauche noch ein, zwei... Ich brauche, wie gesagt, 6000 Seelen. Hab gerade Holz gehackt. Okay. Holz gehackt plus. Du und dein Holz. Mal gucken. Ich kann die Waffe vielleicht auch noch einen upgraden gleich. Mal gucken. Ich die Feuerhütterseele holen. Also, mal sehen, wie viele Seelen diese dämlichen Dark Rays bringen. Nach was suchst du jetzt? Ich werde mir wohl versuchen, den Feuerhütterring... Quatsch, den Fluchbissring zu holen. Und auf dem Weg vielleicht noch ein paar Seelen einsammeln. Wenn ich es hinkriege. Ich habe vergessen, mit dem Magier zu reden. Da ist, glaube ich, eine Waffe. Irgendwie so ein... Ja. Ich könnte natürlich unter Umständen einfach mal ein paar Gegenstände an Fremd verkaufen. Das könnte gehen. Waffe verstärken. Geht das? Da, es geht. Geht sogar zweimal, würde ich sagen. Ich brauche wahrscheinlich insgesamt noch ein und drei, vier blaue Brocken, würde ich vermuten. Ich kann auch den Blitzsperr bei Seas versuchen, selbstverständlich. Weil eigentlich ist Blitz ja auch ganz gut bei Drachen. Ich muss einmal an den Geistern vorbei. Also ich muss zumindest Geister abwehren können. Findeglück brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Okay, die sind nur One-Hit jetzt. Das ist gut. Das ist ganz gut. So, mal kurz überlegen. Ja. Eine Schwenk-Axe. So. Wieso hat das denn nicht geklappt? Wieso? Hey! Brüdi, stirb schon. So. Lalalalalala. Du bist doch verflucht. Du brauchst... Ach, hast ja recht. Gar nicht dran gedacht. Ich bin so selten verflucht. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Stimmt ja. Vollkommen richtig. So, ich will mal sehen. Ich versuche auch mal hier durchzurennen. Wahrscheinlich klappt es nicht. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Okay, okay, okay. So, lass mich erst mal... Geister-Armee! Geister-Armee! Das ist nicht der richtige, aber ich nehme ihn trotzdem. Ich dachte, ich komme dran vorbei. Hm. So, wenn ich hier mal gucke... Dieser Opferungsring... Der wird wahrscheinlich nicht den Erfolg haben, den ich mir jetzt gerade verspreche. Fluchlösung. Ring bricht. Jetzt weiß ich nicht, ob die Fluchlösung schon eintritt, wenn man bereits verflucht ist. Oder ob es nur dafür sorgt, dass man nicht verflucht wird. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Der auf dem Dach. Jaja. Ich muss bloß hinkommen. Ich muss bloß da hinkommen. Mal kurz überlegen. Ich versuche es nochmal. Ich könnte natürlich auch einfach versuchen, ein Seas-Shits zu machen. Ja, pass auf. Ich versuche es einfach mal. Am besten mit der Blitzwaffe. Blitzsperr kann ich benutzen. Gut. Magie ist ja sozusagen nicht das Richtige bei Seas. Wir versuchen es einfach mal. Und ich werde dann den entsprechenden Ring anlegen. Und erhoffe mir, dass ich da nicht nochmal verflucht werde. Also nochmal verflucht werde ich auf keinen Fall. Aber womöglich werde ich bei einem potenziellen Tod dann auch wieder geheilt. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Wird man jetzt gleich sehen. Oder auch nicht. Ich werde den Ring erst anlegen, wenn ich bereits im Kampf bin. Oh, okay. So geht's auch. Und dann? Oh, ho, ho. So, dann muss ich bloß an den dämlichsten Dingern da vorbei, ne? schauen wir mal so oder so nach dem Versuch ob ich es nun schaffe oder nicht das sei jetzt mal hingestellt nach dem Versuch ist Feierabend wie gesagt noch einkaufen und habe jetzt auch wirklich genug gestreamt, für heute zumindest das muss reichen naja, erstmal ein bisschen in Sicherheit sein in relativer Sicherheit wo ist er? der bunte Ring? da das Schild bringt sowieso nichts ja, ich habe den Ring an den seltenen Opferring ist das gut? 101 Schaden bei dem PC neu starten ok 101 Schaden ist glaube ich nicht so gut mal sehen, ob das doch besser ist 101 104 104 ist besser deutlich besser ich habe jetzt gar nicht auf die normalen Lebenspunkte geachtet sondern nur auf die Fluch oder auf die Verfluchung habe ich nur den Eindruck oder hat er hier auch mehr Lebenspunkte als früher wieder ein bisschen Lebenspunkte verloren ich glaube es ist eine gute Gelegenheit Zeit mal zu heilen gleich was holla tja ich hatte ihn schon zu 60% ne seltener Ring der Opferung ist zerbrochen ok also es zeigt sich ähm dieser Ring hilft einem schützt einen nur vorm erneuten verflucht werden nicht vor dem also hebt nicht den Fluch auf den man unter Umständen schon hat ne so ja ok das war der letzte Versuch für heute werden wir weitermachen und werden wir auch fertig kriegen bin ich ziemlich sicher ähm bloß ich muss erstmal gucken ob ich an der Stelle weitermache oder ob ich mir vielleicht erst den Fluch bis Ring besorge oder vielleicht den Blutschild oder beides oder vielleicht noch irgendwas anderes was gegen Fluch hilft zum Beispiel ich glaube die Paladin-Rüstung war nicht so schlecht ich muss aber wieder dann wieder darauf achten dass ich genügend Ausdauer habe die zu tragen ne naja wir werden sehen jetzt kann ich aber wieder einen anderen Ring anlegen weil der andere ist ja kaputt da schwurbelt ne so so alles klar dann soll es das heute sein es waren äh knapp neun Stunden knapp neun Stunden muss auch echt reichen und es war mir ein Vergnügen ne wirklich es war war es anstrengend ne man muss an vielen Stellen sieht man plötzlich ah vergessen oder ist ja anders ah und so weiter ne aber es ist schon ziemlich geil und das wie gesagt werden wir fertig kriegen aber jetzt ist erstmal Feierabend ich raste noch einmal in dem Fall bis dann nächsten 15 Tage bin ich im Paradies alles klar lass es dir gut gehen ne mir auch war schön ja jetzt bin ich aber auch wirklich ein bisschen schlapp muss ich gestehen ne ich gucke jetzt nochmal ob ich eben irgendjemanden husten möchte die Chance ist gar nicht mal so schlecht und dann muss ich nochmal einkaufen eigentlich keine Lust aber danach geht es ja nicht ne schönen Urlaub genau Lorec ich hoste mal den Lorec der war vorhin auch hier hat sich beteiligt auch am Chat und so weiter ne der spielt jetzt gerade äh Zelda Breath of the Wild also wer das nicht gespoilert kriegen will müsste da vielleicht nicht jetzt folgen also nicht jetzt mir folgen dem Host folgen sozusagen ne ich werde da jetzt hosten und dann war es das womöglich vielleicht würde ich am Wochenende nochmal streamen aber eigentlich ist die Chance eher ganz gut das sehe ich nur einen Tag streamen am Wochenende ne habt einen schönen Abend äh und lasst es euch gut gehen erholt euch gut schönen Urlaub für diejenigen die in Urlaub fahren ne bis dann